Du weißt, wie sehr ich diesen Hokus-Pokus-Unsinn hasse, Faustus. Willst du mir vielleicht mal verraten, was zur Hölle so wichtig ist, dass du... Schlafende Mutter, geheiligte Botin, erwache und hole zurück, was ist dein, die mit dem Mond in der Dunkelheit aufsteigst, die den Pfad vorbereitet für die Mitternachtssonne. Richtet einen gnadenlosen Blick auf uns und erhebe sie! Hübsche Show, Doc. Hol das nächste Mal Simo dazu. Noch besser, ich erschieße dich einfach und erspare uns den Ärger. Lillis. Mein Kind. Wo bist du mein Kind? 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 Ich erschie dich einfach und spiege dich einfach. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Iron Man. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Carol? Und jetzt zu Ehren unseres abwesenden Freundes ist der Rest von euch herzlich eingeladen, loszusmashen. Die Barriere. Etwas blockiert sie. Nicht etwas. Jemand. Goldschirrland. 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 In seinem Sand... Sei still! Beweg dich nicht! Was schwer darfst du denn? Au! Hin... vor... Nein! Eine weitere Tochter Transias. Du erinnerst mich an mein eigenes Geliebtes. In Virtute Vishanti! Gut gemacht, Miss Maximoff. Deine einzigartigen Energien haben Sie überrascht. Mir geht es gut. Was? Mir geht es gut. Die Prophezeiung tritt ein. Lilith ist immer noch da draußen und wird mit jeder Sekunde, die die Mitternachtssonne näher rückt, stärker. Definiere stärker. Wenn wir auch nur die geringste Chance haben wollen, sie aufzuhalten, bleibt uns nur eine Option. Ich gehe nicht zurück. Wir alle müssen uns letztlich unseren Dämonen stellen, Miss Maximoff. Allerdings sollte jemand von uns zurückbleiben und die Schutzwanne aufrecht erhalten. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Die Magie ist der Mann. Das ist der Mann. Das hast du mit Absicht gemacht. Das Gefüge der Magie löst sich auf. Wir alle können uns glücklich schätzen, hier zu sein. Wir alle können uns glücklich schätzen, hier zu sein. Und wo genau ist hier? Salem, Massachusetts. Wow. Eine Taschendimension in Salem, Massachusetts. Vorstadt. Herrlich. Willkommen in der Abtei. Heimat der Midnight Suns. Mr. Helen, Lillis, Dämonen-Junior-Liga. Hey, das ist dieser Spinner aus dem Fernsehen. Welcher? Wenn kurz alle einen Augenblick still sein könnten... Es reicht! Du stehst auf meinen Blumen. Lang ist's her, Sarah. Jetzt bitte, Caretaker. Hätte ich diesen Moment vermeiden können, hätte ich es, aber... Ach, erspar mir die Predigt. Ich weiß, dass Lilith zurück ist. Wir sind schließlich Schwestern. Ich nehme an, wir sind auf einmal unsichtbar. Sollen wir plaudern, Steven? Niemand wird bestreiten, dass Hunter sich nach der ersten Schlacht gegen Lilith eine Pause verdient hat. Ich hoffe nur, Hunter ist der Aufgabe noch einmal gewachsen. Ihr Zauberer lasst alles immer so pathetisch klingen. Ich habe das einzige Kind meiner Schwester zu einer Waffe gegen sie herangezogen. Und die Welt dadurch gerettet. Jetzt willst du, dass ich Hunter ausbuddle und noch einmal darum bitte. Ich habe die Prophezeiung nicht geschrieben. Außerdem bin ich kein gewöhnlicher Grabräuber. Wir vereinen lediglich die Essenz wieder mit dem Körper. Apropos, es wäre dienlich ein mentales Bild des Vorgangs zu haben. Lass kein Detail aus. Spiritueller Identitätsdiebstahl ist kein Spaß. Das Haltband! Warte! Das Haltband! Warte! 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 Mutter! Lass ist was Gutes, oder? Sarah... Wo... ist sie? Was Wiedererweckungszauber angeht, ich sah... Schlimmeres. Besonders bei mir selbst. Komm schon, Tony. Es ist total sicher. Wenn das Ding aufwacht und dich anknabbert, gib mir nicht die Schuld. Die Besuchtszeit ist vorbei. Du kannst hier nicht ewig bleiben. Wo sollte ich dann sonst sein? Hab gerade Stark hinter der Spiegeltafel rumstochernd gesehen. Finde mich so wie Hunter erwacht ist. Und Blade... Sei nett. Bin ich immer. Eiskalt. Doch mit jedem Atemzug brennt die Luft. War es so lange? Ich kenne diesen Ort. In meinen Träumen war er immer leer. Ich kenne diesen Ort. Aber jetzt spüre ich... Ich bin nicht allein. Ich muss sagen, Hunter, du legst einen krassen Auftritt hin. Dann sind wir wohl schon zwei. Du hättest zuschlagen sollen, als es noch ging, Vampir. Nun bleibt dir nicht mal Zeit, den Fehler zu bereuen. Süß. Und Careträger meinte, ich soll nett sein. Entspann dich, ich bin ein Freund. Weißt du nur noch nicht. Ja. Ich habe dich mit Sarah gesehen. Zuvor. Aber was will sie mit einem Vampir? Ich heiße Blade. Und bin kein gewöhnlicher Vampir. Du bist wahrscheinlich schon eine Weile raus. Denn du hast nicht gemerkt, dass wir uns hier in der Sonne raufen. Ein Vampir. Daywalker waren sogar mir ein Rätsel. Sagte der Monster jagende Halbmensch, Halbdämon. Du scheinst recht bewandert in meiner Geschichte, Vampir. Caretaker hat mir so einige Geschichten erzählt. Die Legende von Hunter. Kind Liliths, letzter Nachkomme der Blood. Manche nennen dich Engel, andere Dämon. An beidem ist wohl was dran. Hast die Ritter von Wondergore gegen die Armee der Finsternis angeführt. Bist gefallen bei... Gefallen? Shit. Genau deshalb lässt man mich normalerweise nicht die Begrüßung übernehmen. Ich verstehe wieso. Klar. So gern ich sehen würde, wie schräg dieses Gespräch noch werden kann, wir machen wohl besser weiter. Einverstanden. Die Prophezeiung schreitet voran. Das spüre ich. Wir haben hier bereits zu viel Zeit vergeudet. Mann, die anderen werden dich lieben. Anderen? Ja, du hast eine Art Fan-Club. Aber die Überraschung verderbe ich dir nicht. Hoffentlich bist du dem gewachsen, Wunschkind. Hunter, du erinnerst dich vielleicht, wir sind uns schon mal begegnet. Ich bin... Die Hexe, die meine Grabruhe stört? Siehst du? Oder Nico. Aber... Beides stimmt. Und... Das ist... Robbie Reyes. Oh Mann. Ich hätte nie erwartet, dich mal zu treffen. Du hast es drauf. Caretaker hat einiges... erzählt. Das ist Ileana. Privet. Und ich glaube, Blade kennst du schon. Natürlich. Caretaker hat die Midnight Suns reformiert. Wann? Wie hast du... Eure Kraft. Ich spüre sie. Wie immer. Tja... Willkommen zurück. Ich schätze, wir... Ich war nie weg. Aha. Dann können wir uns die Tour ja schenken. Die Abtei ist halt... Naja... Die Abtei. Das Minimum. Betten. War Room. Bücher. Ein paar Chill-Ecken. Und äh... Was auch immer die Schmiede ist. Aber für ein transianisches Spukschloss auf der verfluchten Erde von Salem ist es ganz kuschelig. Natürlich haben wir dennoch einiges verbessert. Fürs WLAN können wir Robby danken. Oh, und eins noch. Wir haben ein paar neue Hausgäste. Wenn du uns schon witzig findest, warte bis du die triffst. Apropos... Wir sind da. Zehn Minuten allein hier, Bruce, und du weißt, was ich meine. Oh! Muss los. Die Show beginnt. Prophezeiung hin oder her. Es tut gut, dich wiederzusehen. Du hast dich kaum verändert. Und du siehst älter aus. Wie lang war ich in der Gruft, Sarah? Nicht mehr als ein paar Jahrhunderte. Du hast uns... gefehlt. Was ist mit Lilith? Von dir zu Fall gebracht. Bis jetzt. Also, apropos Lilith. Tony? Was? Junior hat doch selbst nach Lilith gefragt. Tony? Das bin ich. Tony, das sind der Carol und der der Dr. Spooky. Wir helfen. Helfen? Wobei denn genau? Was weiß ich? Das Zauber-Amulett in den Vulkan werfen? Den großen Drachen erlegen? Sag du's uns, Junior. Letzten Endes bist du ja auserwählt. Kannst du dich an die letzte Begegnung erinnern, mein Kind? Da war... eine Stimme. Der Rest... verschwimmt. Eine Stimme? Mehr nicht. Eine Stimme? Damit sollen wir arbeiten? Die lange Grabruhe zeigt wohl Folgen. Kaum ein Problem. Mein Sanktum hat alles, was nötig ist, um der Erinnerung auf die Sprünge zu helfen. Ich bitte Wanda, die notwendigen Rituale vorzubereiten. Was? Nur die Maybok? Von wegen, Meister der Magie. Wahrscheinlich mystische Störungen, verursacht von deiner kleinen Taschendimension. Vielleicht kann Agatha helfen. Darf ich? Alatu. Wow. Was für ein Netz hast du da laufen? Das allsehende Auge Ereshki galt. Eingefasst in magisches babylonisches Seelenglas. Wir sagen einfach Spiegeltafel. Wanda! Eine dunkle Macht stimmt gegen die Barriere. Steven? Wo bist du? Unmöglich. Nichts auf der Welt könnte dieser Barriere schaden. Wanda ist in Gefahr. Wanda ist gefährlich. Ich gehe. Du wirst natürlich meine Hilfe brauchen. Dann nichts wie los, Doktor Spooky. Unsere Jagd beginnt jetzt. Bist du bereit? Die Prophezeiung der Mitternachtssonne wartet nicht. Und das sollten wir auch nicht tun. Lilith gehört das Darkhold. Wenn sie einmal in mein Sanktum Sanktorum eindringen konnte, kann sie das wieder tun. Du bist ein Meister der Magie. Kannst du ihre Züge nicht vorhersagen? Normalerweise ja. Aber da deine Mutter in das Sanktum eingedrungen ist, fühlt sich die Zukunft für mich irgendwie samtig an. Ist das aus einer anderen Sprache oder... Verschwommen. Meine Vorhersagen sind verschwommen. Zum ersten Mal kann ich als Meister der Magie nicht die Entwicklung der Zukunft voraussehen. Und da mein Lehrling in Gefahr ist, dürfen wir nicht zögern. Dein Sanktum wird überleben. Dafür sorgen wir. In der Tat. Das Sanktum Sanktorum hat über die Jahre so manche Krise überstanden. Leihstürme, aufbrausende Überirdische, Probleme mit der Bauaufsicht. Aber diesmal scheint es anders zu sein. Ich zweifle nicht an Wandas Fähigkeiten. Doch ohne meine Weissagungen ist im Notfall auch keine Verstärkung der Schutzbahne möglich. Doch die sind in die Struktur des Sanktum integriert und müssten eigentlich halten. Jedenfalls wird sich zu gegebener Zeit alles offenbaren. Wir sollten sie nutzen, solange sie noch funktionieren. Wurde Zeit. Zeit allein reicht nicht aus, Mr. Brooks. Zeit, Raum, Realität. Die Bausteine der Magie. Alles muss stabil sein, damit meine Portale funktionieren. Und wie wir wissen, ist das nicht mehr der Fall. Haben wir gehört? Des Öfteren. Andernfalls würde ich immer noch Dread Maidens in meinen Träumen jagen. Ganz recht. Und auch wenn ich diese Aussicht zweifellos genieße, sehe ich nicht, wie das unsere Rückkehr zum Sanktum beschleunigt. Magic ist die Lösung. Nein, wie ich gerade erwähnte, ist Magie das Problem. Deine Magie. Nicht unsere. Der Boden, auf dem du stehst, existiert in zwei Welten. Ein mystischer Ankerpunkt für Ilianas Welt, der es ihr erlaubt. Ach, soll sie es dir zeigen. Man kann nicht sehen, wie es mir gibt. So kann man es nicht geben. Man kann es nicht geben. Man kann es nicht geben. Man kann es nicht geben. Und jetzt gehen wir. Schnitt nicht geben. Ich habe das nicht mehr. Du schwebst im Limbo. Nexus aller Realität. Real oder nicht? Eine Geheimwelt des Chaos. Jenseits des Einflusses von Lennon. Bis jetzt. Bist du dir da sicher? Denn ich spüre jede Menge. Dunkle Energie. Du fühlst dich beobachtet. Krasser Höllenschlund-Vibe. Ja. All diese möglichen Realitäten zugleich? Beeindruckende Leistung, Miss Rasputina. Besonders in solch jungen Alter. Wenn du das irre findest, warte bis du Manhattan siehst. Echt? Ja. Dein abonniere Zeit. So ist die Schläne. Die Flute an der gratefulen reais raus. Ganz schnell wie es! Wacht aus! Das sind die Flute an einem Flugzeug. Das ist die Flute an dem Flugzeug! Wie war der Natur? Tja, immerhin wissen wir, dass die Schutzbühne noch halten. Vorerst. Wir beeilen uns lieber. Arma Alfa in Position. Hier kommt niemand durch. Willkommen in New York. So fehlgeleitet Sie aus sind, denkt an, Hydras sind noch Menschen. Nicht Lillum. Wie war das? Das Blut der Mutter fließt durch unsere Arten. Die Mutter ist ewig. Hydra ist ewig. Ganz sicher. Wandern! Barriere! Wird schwächer. Sie darf nicht... ...fall. Oh Gott. Ganz genau. Der Nachbarschaft wird das hier aber überhaupt nicht gefallen. Nope. Ich regle das. Oder nicht. Wir sind der Beruf der Mutter erfolgt. Wir sind der Untergang all ihrer Gegner. und du unser Fluss. Und du unser Fluss. Du entkommst mir nicht, Dämon. Wir wissen noch nicht, was uns erwartet. Wir wissen noch nicht, was uns erwartet. Was? Umsatz! Hey, los! Ich war gerade freundlich. Wir sind in der Nachbarschaft unterwegs. Scheint, als könnten Sie etwas Hilfe brauchen, Doc. Hey, Spider-Man! Hey, Eddie, was ist passiert? Das ist ein erschreckend schrecklicher neuer Look. Die Zunge war schon eklig, aber... Wow! Da ist aber jemand leicht beleidigt. Wir heißen dein Gesicht ab und schnürzen dein Knaschenmarker aus! Ich freue mich auch immer, dich zu sehen, Kumpel. Sieht ganz so aus, als bräuchten deine Freunde eine kleine Pause. Wie wär's, wenn ich eine Runde mit Eddie Gussi gehe? Keine Sorge, Doc, so zeigt er einfach nur seine Zuneigung! Herzlichen Glückwunsch! Neue Welt oder nicht, manches ändert sich nie. Der Blick! Welcher Blick? Dem Gegner mutig, Kopf voran ins Maul zu sprengen. Tapfer dein Leben und das deines Teams zu riskieren. Nur um den Helden zu spielen. Es ist genau so wie beim Feuerdrache. Feuerdrache... Mein Gedächtnis mag zwar gelitten haben, aber ich weiß... Ich hab das Biest getötet. Und es hat nur ein Dorf gekostet. Ach, natürlich! Jetzt seh ich es, der Blick! Sei nicht so streng, so einfach war das nicht. Das ist es nie, weshalb ich dich geschickt habe. Wäre Spider-Man heute nicht aufgetaucht, hätten wir weit mehr verloren als... ...als das Sanctum oder Wanda? Sie meint, ich hätte sterben können. Nochmal. Das Ende ihres ewigen Kreuzzugs gegen meine Mutter. Du hast viel durchgemacht. Fürs Erste reicht es, dass ihr alle wohlauf seid. Ungefähr. Wir sprechen später. Ruht euch aus. Ich finde jedenfalls, du hast dich gut geschlagen. Du hattest eine gute Zeit. Besonders mit was? 30, 40 Kilo Kettenpanzer? Auf der Strak-Skala der waghalsigen Heldentaten gebe ich dir gute 6 von 10. Keine Sorge, du schaffst das schon. Mit Hilfe. Danke für deine Unterstützung. Kein Problem. Ich hab schon ein paar Ideen. Du bist nicht allergisch auf mimetisches Poli... Weißt du was? Ach, warum die Überraschung verderben? Ich konnte nicht umhin zu hören, dass Tante Caretaker dir empfohlen hat, dich auszuholen. Klingt nach einer guten Idee. Ich könnte dir unterwegs Gesellschaft leisten. Unsere Zimmer liegen in der gleichen Richtung und... Niemand sollte diese Flure allein durchqueren müssen. Hier sind wir. Das alte Zimmer. Nicht schlecht. Funktional. Gute Ausführung. Fast gemütlich. Die antiken Möbel gefallen mir. Aus der frühen Mephisto-Kollektion. Um ganz ehrlich zu sein, Hunter, gibt es noch einen Grund, warum ich mitgekommen bin. Abgesehen von meiner Angst vor dieser Anlage. Ich kam schon mal vorbei, während du geschlafen hast. Wollte dir was zur Einweihung schenken. Ich wollte dir eine nette Nachricht hinterlassen, aber das war sicher keine rote Tinte in deiner Feder. Danke fürs Geschenk, Tony. Das wird dir gefallen. Limitierte Auflage. Limitierte Auflage wovon? Du wirst schon sehen. Ich gehe lieber, bevor das Monster, das du sicher unter deinem Bett versteckst, hervorspringt, mir das Gesicht zerkratzt, um sich dann an meiner Seele zu laben. Ich lasse dich besser allein. Mögest du sanfte Träume haben, Tony. Du auch. Oh, und wenn du einen erwachsenen Mann kreischen hörst, ignoriere es. Das bin nur ich auf dem Weg in mein Zimmer. == Mhm. == được == == == Nein! Stellung halten! Ich kann sie stoppen! Nur ich kann sie stoppen! Mein Kind. Charlie! Ich weiß, ich weiß, ich hab dich auch vermisst. Lass sie den Moment genießen. Sie stand die letzten 300 Jahre jeden Morgen vor deiner Tür. Das muss hart für sie gewesen sein. Nicht nur für sie. Möglicherweise war ich deswegen vorhin etwas schroff. Etwas? Du hast bereits einmal das größte Opfer gebracht. Ich habe es nicht eilig, das nochmal zu sehen. Wir suchen uns unser Schicksal nicht aus. Aber wir können Deckung suchen. Das Erste, was ich von dir gelernt habe. Und noch immer das Wichtigste. Besonders jetzt, wo alle Augen auf dir liegen. Hab ich bemerkt. Für diese Leute bist du ein Mythos. Eine Legende. Wahres Heldentum. Und es stimmt. Du bist heldenhaft. Aber ich weiß auch, dass in deiner Seele eine Schlacht tippt. Heldenhaft zu sein reicht nicht. Du musst entscheiden, auf welche Art du es sein willst. Ich bin sicher, in den kommenden Tagen wird es viel Gelegenheit dazu geben. Gehen wir erstmal zur Schmiede. Unsere Gäste möchten dir gerne etwas zeigen. Es war viel einfacher, als nur du und ich durch den Wald geschlendert sind und die Dark Legion geköpft haben. Vergiss nur nicht Agatha. Das werde ich niemals. Jetzt? Könntest du deinen Freund da drin bitten, ein paar hundert Grad hochzuschalten? Könnte ich. Aber es könnte den Bann brechen, der verhindert, dass er die ganze Anlage in Brand steckt. Wird schon passen. Gerade rechtzeitig. Die Schmiede ist wirklich... anders. Ja, stimmt. Kurt Hecker sagt, das kam alles nach deiner... Siesta. Was wäre ein Spukschloss ohne babylonischen Schmelzofen mit Dämonenantrieb? Sumerischer... Feuer-Dämon. Er heißt Babs. Jetzt macht alles Sinn. Tja, hat man erstmal den esoterischen Schrecken des Ganzen verarbeitet, hat das Ding durchaus einigen Nutzen. Molekularbindung, böse Gamma-Seren aufspalten, Mode-Accessoires... Ja, apropos. Oh, stimmt. Es ist soweit. Deine Rüstung schien nur wenig Schutz vor dieser Venom-Kreatur zu bieten. Hab ich gemerkt. Ein Upgrade wäre fällig. Gut geschlagen. Gut gebrannt. Kurt Hecker hat nicht erwähnt, dass ihr beide so begabte... ...Schmiede seid. Ja, ich bin Iron Schmied. Vielleicht solltest du sie... ...anprobieren. Ein Umhang wäre trotzdem gut gewesen. Ein Umhang wäre trotzdem gut gewesen. Oder klimaneutral. Dein Anzug war jedenfalls wesentlich schneller fertig als gedacht. Apropos. Dein fachmännisches Urteil. Ein Schmied auf Abruf ist eine gute Sache. Jederzeit. Ich habe diese Version weniger schmackhaft für dieses Symbionten-Ding gemacht. Hab kurz mit Menthol-Geschmack geliebäugelt. Ach, aber das Werkzeug ist nur die halbe Miete. Man muss auch wissen, wie man es benutzt. Du warst wie lange weg? 300 Jahre, bevor wir dich aus dem ewigen Schlaf weckten? Du hast bestimmt ein paar Fragen. Also, schieß los, Hunter. Diese neue Version ist also ein Wunderwerk der Technik. Stoßsichere Kohlefaserverbundstoffe, ein paar Mesh-Legierungen und etwas Input von Dr. Spooky. Und hey, dank dem eingebauten Kommunikator darf die Rabenpost endlich in Rente gehen. Ein wahres Wunderwerk also? Leicht, nahezu unzerstörbar und modular genug für kommende Updates. Mit dem alten hätte ich nicht mal das Orte des Mandarins gewachst. Ist Magie eine Bedrohung für deine Technologie? Das mag einige überraschen, aber für manches sind mir Regeln ganz lieb. Isotopenzerfall, Magnetfelder und Gamma-Oszillation ergeben für mich viel mehr Sinn als Molchauge und Fledermausflügel. Zumindest bis sich alles geändert hatte. Das Wort Gamma höre ich dieser Tage öfter. Dann solltest du erstmal Bruce fragen. Oder lieber nicht. Er ist etwas empfindlich seit... Ach, vergiss es. Hast du hier irgendetwas seltsames gesehen? Außer meinem Mitbewohner... Bäm! Das saß! Hehehehe. Aber mal ganz im Ernst, an diesem Ort spukt es ganz sicher. Spiegel starren zurück, mein Zimmer sortiert sich neu und was am allerschlimmsten ist... Magische Katzen. Hat der große Iron Man etwa Angst? Sagen wir einfach, ich möchte das Problem lieber erst studieren. Ich fühle mich, als wäre ich in einer dieser paranormalen Reality Shows. Was für Dinge machst du hier? Stimmt, du warst ja auch kurz weg. Im Grunde haben wir hier einen dicken Dämon in der Zauberkiste, der fast grenzenlose Macht für alles bietet, was wir brauchen. Klingt verrückt, aber man gewöhnt sich irgendwann an alles. Dein Einfallsreichtum beeindruckt mich. Vielleicht aus deiner Sicht, das verstehe ich. Aber ich würde eher kein Stark Industries Logo auf diese Dinger pappen. Danke, dass du mich auf dem Laufenden hältst. Jederzeit. Ach, äh, apropos. Weißt du noch dieser gruselige Gammerschleim, den du bei dem aufgeputschten Hydra-Soldaten gefunden hast? Tja, ich hab ihn mir angesehen und er erklärt einiges. Komm zum Amboss, wenn du mal Zeit hast, dann erkläre ich dir alles. Es wird sich lohnen, versprochen. Komplexe Gammathermodynamik habt ihr in der Dämonenjägerschule wahrscheinlich nicht durchgenommen. Also geb ich euch einfach mal die Kurzfassung. Weiß ich zu schätzen. So eine Substanz habe ich bisher nur einmal gesehen, nämlich in Bruce Adam. Zum Teil Gamma-Beschleuniger, zum Teil unbekanntes Element. Ich nenne sie Helix. Mann, ich liebe Großbuchstaben. Das Zeug ist empfindlicher als Nick Fury an einem Montagmorgen. Aber das stört Hydra wohl nicht. Sie verwenden es, um stärker zu werden. Exakt. Ein paar Tropfen davon machen aus einem stinknormalen Salamander Finnfang Fu. Aber mit ein wenig Hilfe von Dr. Spooky und unserem Geisterofen hier, können wir das Spiel mitspielen, denke ich. Du schlägst jetzt aber nicht vor, dass wir uns das Zeug spritzen? Nein, nein. Wobei ich mir eine zukünftige Anwendung in meiner Energydrink-Produktlinie durchaus vorstellen kann. Aber ich dachte, wir verbessern erst einmal unsere Ausrüstung damit. Das klingt gar nicht so schlecht. Gib mir ein bisschen Zeit, dann kann ich ein paar coole Gadgets entwickeln. Wir lassen Hydra von ihrer eigenen Gamma-verstärkten Medizin kosten. Hunter, deine neue Gardero besteht dir. Aber wie sieht es in dir aus? Ich weiß, es ist nur allzu leicht in mir schlichtweg die größte Autorität des Universums in allen mystischen und makabren Dingen zu sehen, Hunter. Ich bin jedoch nicht nur ein Meister der Magie, sondern auch dein Arzt. Ein Vertreter der medizinischen Künste? Du scherzt. Sei versichert, Hunter. Ich scherze nicht. Man nennt mich schließlich nicht Mr. Strange. Nur Tony macht das. Zugegeben, dein Erweckungsritual war etwas chaotischer, als ich ursprünglich beabsichtigt hatte. Und nun, nach deiner intensiven Begegnung mit Venom, zwingt mich mein Eid an Hippokrates, nach dir zu schauen. Einfach gesagt, wie fühlst du dich? Du hast gestern viel verloren. Ich sollte mich danach erkundigen, wie es dir geht. Das weiß ich zu schätzen. Ich gebe zu, ich hätte nicht erwartet, dass das Kind von Lilith solches Einfühlungsvermögen besitzt. Du hast natürlich recht. Ich weiß nicht, ob ich nach den gestrigen Ereignissen je wieder hundertprozentig derselbe sein werde. Ich kann noch immer nicht fassen, was passiert ist. Das Santum, all das Wissen, Wanda, verloren, vom schwarzen Schlund dieser Kreatur verschluckt. Mit all meinen Gaben hätte ich dieses Ergebnis in der Geometrie dieses Universums vorhersehen sollen. Aber ich habe mich verrechnet. Lilliths Macht hat uns alle in einen dunklen Schleier gehüllt. Du bist nicht allein. Vielen Dank. Aber ich darf nicht zulassen, dass die dieser Situation zugrunde liegende Wahrheit auch verschleiert wird. Nicht nur das Sanktum Sanktorum ging gestern verloren. Auch mein Protégé Wanda, sie war, ist, mein Mündel, meine Verantwortung. Und ich habe sie im Stich gelassen. Aber ich lasse nicht zu, dass das mit dir geschieht, Hunter. Deshalb bin ich hier, um deine Fragen zu beantworten. Vielleicht kannst du von meiner Weisheit mehr profitieren als ich bislang. Erzähl mir von den Schutzbannen des Sanktums. Ich habe noch nie von so einem mächtigen Schutzzauber gehört. Ich bin mir sicher, dass du in deiner Zeit auf einige geringere Schutzbanne gestoßen bist. Das Sanktum Sanktorum wurde durch so eine Beschwörung geschützt, die aber durch Konvergenz der Leilinien um ein Vielfaches verstärkt wurde. Leilinien? In der heutigen Zeit oft als Pseudowissenschaft abgetan, stehen sie für die Konvergenz magischer Energien, die in der Erde selbst gebildet werden. Alte Zivilisationen bauten ihre Tempel nach diesen Linien und nutzten die Kraft, die durch sie fließt. Zwei solche Linien laufen im Sanktum zusammen. Natürlich stärkt das die Schutzbanne enorm. Wie kam Wanda in deine Obhut? Wandas Geschichte ist tragisch. Und sie sollte sie besser selbst erzählen. Es gab vor nicht allzu langer Zeit einen Unfall in der Abtei. Mit Agatha. Das muss heftig gewesen sein. Agatha hatte gehofft, Wanda zu lehren, ihre riesige, aber rohe Macht zu kontrollieren. Sie ermutigte Wanda im Training, ihre Grenzen auszuloten. Sie lotete sie zu weit aus. Die Kreatur auf dem Dach. Du bist ihr schon mal begegnet? Leider ja. Vereinfacht formuliert ist Venom ein außerirdisches Wesen, das in Symbiose mit einem Menschen namens Eddie Brock lebt. Er gehört inzwischen quasi schon zu New York, aber normalerweise belästigt er ausschließlich Spider-Man. Das klingt, als wäre Spider-Man Venoms Nemesis. Vielleicht weiß er mehr? Ich hege keine Zweifel, dass Spider-Man ein unschätzbarer Vorteil für uns im Dauerkampf gegen Venom und Lilith sein wird. Wir reden später. Jederzeit. Ich habe nicht oft die Gelegenheit mit einer Legende zu sprechen. Die Gamma-Signatur ist vollkommen umgekehrt. Die Tochterkernen werden wieder von den Elternkernen absorbiert. Das ist unmöglich. Wenn die Gamma-Signatur des Sandturms so einzigartig ist, Bruce, könnten wir dann nicht? Sorry. Da stecken noch ein paar Gremlins im System. Sonnenlicht hilft. Und was immer du tust, bloß kein Wasser. Warte. Ist das dein Ernst? Die neue Gamma-Signatur ließe sich zur Quelle zurückverfolgen, oder? Ich würde es selbst tun, aber wir haben heute scheinbar Probleme mit der IT. Bitte. Unser Central hier ist bereit, die Daten durchzukauen. Was genau ist ein Central? C-E-N-T-R-A-L. Chiffrierte Erkennung von Netztransmogrifikation. Ähm, das klären wir später. Koordinaten gesendet. Ich hoffe, die Gremlins mögen Gamma-Spektroskopie. Er ist seit kurzem etwas launisch seit, du weißt schon, dem Problem mit dem großen Grünen. Das habe ich gehört. Benner kann nicht zum Hulk werden? Ist das Grund zur Sorge oder Freude? Frage ich mich auch. Hey, komm schon. Das könnte jedem passieren. Ja, okay, nicht wirklich jedem. Gute Arbeit, Bruce. Den Ort kenn ich. Gruseliges verlassenes Depot. Im fiesen Teil der Stadt. Genau mein Ding. Will jemand dort vorbeischauen? Definitiv. Oh, guck mal. Teamwork, Gänsehaut. Holt mich, wenn ihr so weit seid. Verlassen können wir wohl aus der Ortsbeschreibung streicheln. Siehst du das, Bruce? Da wird es alle Arten von Schrägen. Johann Fenhof. Der Schmuck. Dachtet er wär tot. Wobei, habe gehofft, wäre wohl treffender. Er nennt sich jetzt Faustus. Hydras. Hydras irre Wissenschaftler. Nicht nur Hydras. Liliths. Aus den Kisten dort strömt Magie. Ich spüre es. Ja? Was ist mit Gammastrahlung? Spürst du die auf? Das sieht nämlich nach echt fieser Hydratechnik aus da unten. Hammer und Magie. Da wirst du deinen Wissenschaftsherrn anstrengen müssen, Bruce. Wir müssen die Sache vorsichtig angehen. Diese Energien zu mischen führt zu exklusiven Ergebnissen. Nehmt ein Skalpell. Keinen Hammer. Schleichen statt schlagen. Ähm, ich schleiche nicht. Tötet sie. Los! Jetzt! Schnell! Ausrücken! Los! Die perfekte Gelegenheit, Mutters Gerät zu testen. Pass auf! Pass auf! Schnappt sie! Schnappt sie! Was ist das denn? Böse Kiste. Voll mit bösem Zeug. Ich kenn die Symbole. Aus der Zeit der ersten Jagd. Das da steht für Barriere. Das für allmächtig. Das bedeutet was mit Göttern und Dämonen. Eine gruselige böse Kiste. Sehr gruselig sogar. Sie nimmt mächtige Magie auf. Seid vorsichtig. Kapiert. Nicht die Strahlen kreuzen. Mach ich nie. Was, wenn wir das Ding in die Abtei bringen und es uns mal ansehen? Hast du gut gemacht, Junior. Also mich hat Hydra erst beim zehnten Ritt mit den Avengers bombardiert. Junior? Du weißt schon, dass ich gut drei Jahrhunderte älter bin als du. Oder? Dann hast du ja einiges aufzuholen. Gut. Okay. Das Oktai-Turnier. Heute Abend. Ganz sicher. Das letzte ist ja eskaliert. Die kosmischen Spirits of Vengeance nehmen Technik-Fouls sehr ernst. Besonders im letzten Viertel. Vergiss es. Heute ist Filmabend. Filmabend. Es ist immer Filmabend. Genau. Eine Gefängnisfrei-Karte. Von wem ist das Spiel? Wilson Fisk? Wenn Parken umsonst ist, keiner aus New York. Ihr kennt das Sprichwort. Nur Arbeit, kein Spaß. Hatte uns am Ende Ultron beschert. Komm schon. Setz dich. Ich... brauche Ruhe. Nächstes Mal. Gut. Da bist du ja. Wird schwer, neue Formulierungen für Tür öffnen zu finden. Und anders als Robby glaube ich nicht, der Stab des einen spricht Hochelbisch. Blutmagie-Zeug. Cooles Zimmer. Geräumig. Oh, ist das Charlies Bett? Ja. Also, falls du vorhast, mir den Kodex des Stoischen Kriegers zu predigen, dagegen bin ich immun. Frag Blade oder Magic. Nach dem, was ich da gesehen habe, hat dir das lebende antike Waffezeug durch das Caretaker dich damals gejagt hat, echt ziemlich zugesetzt. Wir haben viel zu tun. Zu tun? Ja. Mit Leuten reden, Freunde finden, Zwischenmenschliches, annähernd Menschliches. Du bist jetzt Teil der Midnight Suns. Teil von uns. Nico, Hydra hat mich grad bombardiert. Ich brauch Ruhe. Brauchen wir beide. Ich habe jede Nacht alt Träume. Ich, äh, sehe immer ständig Wanda. See. Ach, egal. Treffen wir uns draußen. Ja, ich mach Popcorn, du suchst einen Film aus. Oh, und wir bleiben wahrscheinlich zu zweit. Die anderen sind draußen, mussten sich abkühlen. Über die Schmiede muss echt ein Ventilator. Oder wir öffnen die Schatulle des ewigen Runders ein bisschen. Und, wie fandest du den Film? Ich habe mehr verstanden, als ich sollte. Wie? Du warst 300 Jahre lang tot. Ich weiß nicht, ob ich tot war. Eigentlich nicht. Ich erinnere mich an einen tiefen Schlaf. Nicht an die Leere. Ich, äh, ich habe geträumt. Wovon? Von allem. Ein Großteil dieser Welt ist mir vertraut. Ich kenne sie aus meinen Träumen. Okay, das ist auch gar nicht gruselig, du. Weißt und kennst also alles? Nein, ich, ähm, du musst dir das so vorstellen. Ich weiß, was ein Auto ist, habe aber keine Ahnung, wie mein Auto fährt. Du bist up to date, aber nicht allwissend. Dann weißt du vermutlich nicht viel über mich? Nur, was du mir erzählt hast. Du darfst mich gerne fragen. Zum Beispiel, was der Stab des Einen ist oder wer die Runaways waren. Ich wollte was zu deinem Stab fragen. Klar, aber zuerst die Grundlagen. Der Stab des Einen interpretiert Wörter oder Sätze als Zauber, kann jeden Zauber aber nur ein einziges Mal wirken. Wenn jeder magische Effekt einzigartig ist, hast du keine Angst, dass dir die Worte ausgehen? Eigentlich nicht. Ich setze den Stab nur ein, wenn es wirklich nötig ist. Meistens nutze ich konventionellere Mittel. Zum Beispiel, äh, Magie? Wer war alles im Team? Am Anfang? Chase mit seinen irren Forscher-Gadgets. Molly, unser kleines Kraftpaket. Carolina, solarbetrieben und total lieb. Gerd hatte eine telepathische Verbindung zu Old Lace, einem Deinonychus aus dem 87. Jahrhundert. Ich war für die Blutmagie zuständig, hatte aber wenig Ahnung davon. Und Alex, naja, über Alex reden wir nicht. Wo sind deine Freunde jetzt? Molly besucht Exaviors Institut für begabte Jugendliche. Carolina ist von der Erde weg, um einen adeligen Alien zu heiraten. Gerd hat es nicht geschafft. Chase und ich haben uns nach Gerds Tod gestritten. Mein letzter Stand ist, dass er und Old Lace im Haus seiner Familie in L.A. leben. Und Alex hat die andere Seite gewählt. Er ist mit unseren Eltern gestorben. Ich sollte jetzt los. Gutes Timing. Sieht so aus, als wolle Caretaker dich sprechen. Ich hau mich lieber aufs Ohr. In guter Gesellschaft vergeht die Zeit wie im Fluge. Du scheinst gut zurecht zu kommen und neue Freundschaften zu schließen. Ich wollte mich etwas ausruhen, aber... Alles geschieht so schnell. Wie es aussieht, lande ich als nächstes heute Nachmittag mit Mr. Stark einen Jet auf dem Dach. Nicht ganz wie in den guten alten Tagen. Ich erinnere mich an schlaflose Nächte und blutige Tage. Immer auf der Jagd. Wohl wahr. Aber es gab auch Zeiten, die ich nicht missen wollen würde. Mit dir und... Agatha. Wo steckt Agatha? Tut mir leid. Ich hätte dir das schon früher sagen sollen, aber... Agatha... ...weilt nicht mehr unter uns. Was? Das ist unmöglich. Sie war so... Wild? Unbeugsam? Oder gütig bis zur Selbstaufgabe. Du musst das nicht tun. Danke. Aber das muss ich. Ich habe mit niemandem darüber gesprochen. Und du verdienst es, davon zu erfahren. Agatha starb bei einem Unfall, der von ihrem Schützling Vanda Maximoff, Scarlet Witch, verursacht wurde. Die neueste Rekrutin der Midnight Suns. Vielleicht die mächtigste Magierin, die Agatha und mir je begegnet ist. Vandas Fähigkeiten wuchsen schnell. Agatha wollte ihr helfen, sie zu kontrollieren. Ich wollte sie warnen, aber sie wollte nicht hören. Es gab einen Vorfall. Einen Unfall, da bin ich mir sicher, aber... Agatha starb. Ja. Verbrannte sofort. Nicht einmal Asche, um an sie zu erinnern. Die anderen waren untrüstlich. Ich auch. Aber ich sah auch die Gefahr, sollten Wandas Kräfte ungebremst wüten. Also tat ich, was getan werden musste. Ich schickte Wanda fort. Zum Sanctum Sanctorum. Zu Dr. Strange. Ich weiß, dass die anderen deswegen noch immer einen Groll gegen mich hegen. War Wanda denn so anders als ich als Kind? War es so leicht, sie wegzuschicken? Ich hatte keine Wahl. Wanda konnte ihre Macht nicht einmal selbst kontrollieren. Und dieses Mal half mir keine Agatha. Wie bei dir. Ich dachte, sie wäre bei Strange sicher. Zumindest damit lag ich falsch. Ah, Wanda, Agatha. Beide sind jetzt wohl verloren. Ich beschwor auf dem Gelände einen kleinen Schrein zu Agathas Andenken herbei, in der Hoffnung, Trost zu finden. Erweise ihr Respekt. Vielleicht findest du, was mir verborgen blieb. Gute Nacht, Hunter. Agatha. Du hattest schon immer bemerkenswerte Augen, Hunter. Wie deine Mutter. Vielleicht gelingt es dir deshalb. Was denn? Mit den Geistern zu kommunizieren. Ist das eine Art Trick? Denn ich finde das nicht witzig. Oh, das ist kein Trick. Sonst hat mich nur noch niemand gesehen. Inzwischen hast du von meinen Problemen mit meinem fleischlichen Körper gehört. Ich finde es sogar ziemlich befreiend. Du bist tot. Direkt wie eh und je. Das liebe ich so an dir, Hunter. Du scheinst diese Sache sehr leicht zu nehmen. Nach tausend Jahren Lebzeit nimmt man die Dinge, wie sie kommen. Auch den Tod. Und was hast du die ganze Zeit gemacht? Treffen wir uns bei der Höhle dort drüben. Du weißt welche. Das Blatttor? Kertelger hat mir immer geraten, dort wegzubleiben. Wir können sicher den Schleier über ein paar mehr Geheimnissen lüften. Was soll schon passieren? Dieses ominös aussehende Tor ist das Blatttor. Und von uns allen kannst nur du es durchqueren. Blatttor? Ist das Caretakerswerk? Ja, Sarah wurde nach dem Unfall mit Wanda etwas übervorsichtig. Das wird langsam zur Gewohnheit. Ist mir auch aufgefallen. Was dahinter liegt, gilt dir so sehr, wie es ihr galt. Angenommen, du bist der Herausforderung gewachsen. Du weißt, das bin ich. Ja, aber es ist höflich zu fragen. Nicht, was du erwartet hast, oder? Einst standen die Blatt in diesen himmlischen Hallen, um sich zu beweisen. Dieses Gebiet gehört einer Göttin, die Sarah oft begünstigte. Oshtur. Sarah Caretaker war hier? Nichts ist je einfach, Liebes. Die Urgötter fanden, ihre Nachkommen müssten ihren Segen verdienen. Darum haben sie diese Prüfungen erst erfunden. Prüfungen? Das war ja klar. Dieses Reich besteht aus diesem Zweck. Zweikampf ohne Chance auf Einmischung von außen. Ja, aber du hast ein Schlupfloch gefunden, an das sie nie dachten. Versuch mal deinen vierbeinigen Freund herbeizurufen. Charlie? Die alten Götter sind für Schöpfungen sonderzahlverantwortlich. Auch für deinen treuen Begleiter. Ich glaube sogar sie vergessen das. Viel Glück, Liebes. Sarah hat ein Recht, hier auf der Hut zu sein. Aber es ist dein Geburtsrecht. Und nach allem, was du durchgemacht hast, kannst du auch damit umgehen. Ihr beiden und eure Mutter seid die letzten eurer Art. Die Blatt. Eure Abstammung führt direkt zu den alten Göttern selbst. Und wenn du sie anrufst, wirst du bemerken, dass sie dir zuhören. Sie bewirken keine Wunder, aber ihr Segen kann mitunter sehr nützlich sein. Warum bittest du nicht die Göttin Oshtur um Hilfe bei der Barriere da drüben? Es ist noch immer so schön wie damals, als ich es zum ersten Mal sah. Kaum zu glauben, dass Lilith und Caretaker das von Transia hierher gebracht haben. Es war natürlich kein Zufall, dass sie so nahe bei Salem landeten. Diese Gegend ist ganz besonders empfänglich für die Mächte der Magie. Deshalb wirkte der Einfluss der alten Götter hier so stark. Und deshalb blieb unsere Zuflucht über die Jahrhunderte auch so uneinnehmbar. Ich fasle schon wie ein alter Meister der Magie. Warum besuchst du mich morgen Abend nicht in der Bibliothek? Oh, und das bleibt besser unter uns. Ich befürchte, Sarah, Caretaker, ist noch nicht bereit, mich zu sehen. Gute Nacht, Hunter. Hunter, gerade rechtzeitig. Seine Merkwürden und ich überlegen gerade, was wir mit deinem fiesen kleinen Hydra-Geschenk machen sollen. Ah ja, die Spukkiste? Genau die. Doch sie ist beileibe keine einfache Kiste. Ich spüre eine Kraft in ihrem Inneren. Wenn das ein Zeichen dafür ist, was Hydra will, dann fürchte ich, dass wir in großer Gefahr sind. Mein Angebot steht noch. Ich kann das Ding im Orbit sprengen. So ist es sicher. Oder wir könnten sie öffnen, Tony. Und uns vielleicht die mystischen Energien, die ich darin spüre, zunutze machen. Ich hörte da ein Wir. Grüne, klebrige Gamma-Seren sind das eine. Aber ich öffne keine Kiste voller Mumienflüche. Das musst du auch nicht. Hunter, gestatte mir. Deine zweite Beerdigung, Boss. Wenn Hydra jetzt mystische Antiquitäten sucht, ist unsere Situation wirklich sehr schlimm. Wir müssen irgendwie die Oberhand gewinnen. Und das willst du mit dem, was in dem Behälter steckt? Tony ist ein wissenschaftliches Genie. Ich habe natürlich ein unvergleichliches Verständnis der mystischen Künste. Zweifelsohne finden wir einen Weg, den Inhalt zu untersuchen und für unsere Zwecke zu verwenden. Ich frage mich nur, was es sein könnte. Ich hoffe, ihr beiden erschafft etwas Mächtiges. Ich will kurz einen Prozess mit Lilith machen. Ich bin mir sicher, es kann uns helfen. Ich muss nur Tony überzeugen, mal sein Ego zu vergessen. Sein Unbehagen mit der esoterischen Natur des Arkanen könnte ein Problem sein. Von Tonys Macken mal abgesehen, ich weiß, dass du das schaffen kannst. Ohne das Sanktum kämpfe ich mit einer Hand hinter den Rücken gebunden. Äh, metaphorisch gesprochen natürlich. Wenn ich ein paar Forschungsobjekte finde, kann ich den Midnight Suns jeden erdenklichen Vorteil über Lilith und ihre Schergen geben. Ich freue mich auf das, was du zustande bringst. Ich auch, Hunter. Aber all unser Gerede bringt nichts, bis wir das Ding öffnen und seinen Inhalt studieren können. Bei den Heerscharen von Horgoth. Ich... ich fasse es kaum. Was? Ist es schlimmer als erwartet? Nein, es ist... total unerwartet. Es ist der Ewigkeitsdolch. Der hatte einen Ehrenplatz in meinem Schlafzimmer im Sanktum. Das Sanktum Sanktorum ist kein gewöhnliches Haus für einen Einbruch. Diese Barbaren haben keine Ahnung, was sie da besitzen. Oder vielleicht doch. Vielleicht hatten Faustus und meine Mutter es von Anfang an auf diese Artefakte abgesehen. Ein furchtbarer Gedanke. Wenn sie meinen Dolch hatten, wer weiß welche meiner Schätze noch durch ihre gierigen Finger gegangen sind. Der Würfel des Nichts, die Träne von Profia und am beunruhigendsten von allen... Deine Zahnbürste? Du hattest heute Morgen einen Hauch Kaffee in deinem Atem. Tony... Sorry. Doc hat recht, Hunter. Ich brauchte drei Gläser Weihwasser nur, um durch die Vordertür des Sanktums zu gehen. Die reinste Schatzkammer übernatürlichen Grauens. Wir müssen diesem Schlamassel ein Ende setzen. Ich glaube, Carol arbeitet schon daran. Endlich. Nun, da dieses Artefakt seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben wurde, sehen wir mal, ob wir die darin enthaltenen mystischen Kräfte nicht nutzen können. Du warst in den letzten paar Tagen öfter hier als ich... jemals. Die Schmiede ist ziemlich abgefahren, aber die Kreatur darin macht meinen inneren Dämon fuchsig. Äh, apropos. Eins solltest du über mich wissen. Du hast dich mit einem Spirit of Vengeance verbunden? Verdammt bist du gut! Woher weißt du das? Du bist nicht der erste Spirit of Vengeance bei den Midnight Suns. Ich habe an der Seite eines anderen vor ein paar Tagen... ähm... vor drei Jahrhunderten gekämpft. Oh Mann, ähm... Wenn mich was beschäftigt, reagiere ich mich gern ab. Kleine Sparring-Session im Hof? Sparky wird sich freuen, dich kennenzulernen. Sparky? So nenne ich meinen Spirit of Vengeance. Sein richtiger Name ist etwas, das man auf eine Zimbel schreiben würde, aber mit etwa zwölf Apostrophen. Er darf auch nicht mehr rein seit dem... Zwischenfall mit Caretakers sumerischem Sofa. Es wäre mir eine Ehre, gegen einen Spirit of Vengeance zu kämpfen. Wow, er ist ganz schön aufgeregt. Hätte nie gedacht, dass er sich so kindisch freuen kann. Okay, legen wir los. Blade soll alles vorbereiten. Ist gleich soweit. Ich gehe zum Hof. Ähm... wenn Sparky übernimmt... wie sieht er aus? Er ist der Typ mit dem brennenden Schädel und den Ketten aus Höllenfeuer. Nicht zu verfehlen. Du hast gerufen, Captain? Sag doch bitte endlich Carol. Aber ja, das habe ich. Jetzt, da Tony seine Gremlins endlich im Griff hat, konnte ich Central gut nutzen. Ich habe da eine Spur zu einigen besonders üblen Hydra-Operationen in der Stadt. Aber wir müssen schnell handeln, wenn wir sie abfangen wollen. Dann nichts wie los. Wollte genau dasselbe sagen. Es gibt nur ein Problem. Unsere Torwächterin ist weg. Magic. Verloren? Na ja, ich habe sie über die Mission informiert. Sie brabbelte etwas... möglicherweise ein beeindruckendes Schimpfwort auf Russisch und verschwand. Und ohne Magic... Gibt es keinen Weg nach New York. Oder irgendwo anders hin. Du verstehst mein Problem. Keine Sorge, Captain. Ich finde sie und weise sie auf ihre Rolle hin. Das ist genau der Elan, den ich mir heute von der prophezeiten Rettung der Menschheit erwartet hätte. Aber beeil dich besser. Hydra bleibt vielleicht nicht lange an dieser Position. Ich werde mich sputen. Ja. Spute dich mal so richtig amtlich, Hunter. Nico, weißt du wo Magic ist? Wir brauchen sie. Ach, lass mich raten, um wieder ein Portal zu öffnen. Es nervt sie langsam, dass sie das als Einzige hier kann. Kann ich auch verstehen. Es ist wichtig, Nico. Wo ist sie? Hm, keine Ahnung. Aber sie sucht nach Wandas Grimoire. Sieh doch mal in Wandas Zimmer nach. Danke für die Hilfe. Dieses Zimmer hat Scarlet Witch gehört, oder? Wanda. Es gehört Wanda. Du sollst mich bestimmt bitten, das Einzige zu tun, wofür die anderen mich schätzen. Ihr heißgeliebtes Portal öffnen. Tja, ich kann gerade nicht. Komm später wieder. Das ist kein gewöhnliches Buch. Das spüre ich von hier. Hier ist nie irgendwas gewöhnlich. Vor allem das nicht. Wandas erstes Grimoire. Agatha hat es ihr geschenkt, als sie sie die Hexerei lehrte. Um Wanda zu helfen, ihre Kräfte zu kontrollieren. Sie hat es mich nie lesen lassen. Also lese ich es jetzt. Das ist kein Kinderbuch. Eine unachtsame Sekunde und man verliert sich in seinen Seiten. Ich führe dich hindurch. Die Finsternis gehört nicht dir allein, Hunter. Auch ich bin in ihr groß geworden. Ich erinnere mich kaum an eine Zeit ohne sie. Und jetzt hat Wanda auch das mit uns gemeinsam. Ich weiß, was sie durchmacht. Das wahre Böse zu erleben. In eine Hüllendimension gezerrt zu werden, so heiß, dass sie dir die Seele zur Asche verbrennt. Dein Herz so sehr mit Ruß gefüllt, dass es alles Helle in dir erstickt, bis du nur noch ein dunkles Ding aus Ruß und Asche bist. Ich muss verhindern, dass ihr das passiert. Wir finden sie. Das spüre ich. Und wer soll sie finden? Caretaker? Die Avengers? Verschon mich mit deinem falschen Mitgefühl, Hunter. Caretaker würde nie Ressourcen vergeuden, um sie zu suchen. Ilyana, öffne einfach das Portal. Du bist wie ein Avenger. Immer nur nehmen, nehmen, nehmen. Du erwartest zu viel. Okay. Ich öffne euer verdammtes Portal. In solchen Augenblicken wünsche ich mir, jemand anders hier könnte Löcher durch Zeit und Raum bohren. Vielleicht sollte Dr. Strange nicht immer nur mit Tony Stark in der Schmiede rumbasteln, sondern sich mehr auf seine Magie fokussieren. Ach, egal. Ich bin da, wenn du bereit bist, Hunter. Adieu. Du hast unseren Torhüter gefunden? Dann erkläre ich dir, was los ist. Wenn Hydra nicht gerade den Weltuntergang plant, dann vertreiben sie sich die Zeit damit, die Bürger von New York durch diverse kleinere Operationen zu terrorisieren. Ziemlicher Routinekram für erfahrene Helden. Und wenn's schief geht, kriegen wir zumindest neue Infos. Sieh doch mal in der Spiegeltafel nach, was es so zu tun gibt. Ist dir kalt, Magic? Könnte man sagen. Ich starre in den Nachthimmel und versuche, darauf zu kommen. Worauf zu kommen? Du bist scharfsinnig, Hunter. Sag du es mir. Du versuchst herauszufinden, wie du Wander zurückholen kannst. Nah dran, Hunter. Aber nein. Etwas viel Düstereres hat meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Schwärzer? Als ich das transdimensionale Tor für dich aufgehalten habe, habe ich gespürt, dass bei den Docks etwas bei dir war. Etwas Dunkles. Vertrautes. Was hast du gesehen, Ilyana? Nicht gesehen. Ich sagte, gespürt. Aber das war nicht alles, was ich heute gespürt habe. Ach. Im Limbo hat sich etwas verändert. Aber es ist diffus und unklar. Ich weiß nur, dass mir das alles merkwürdig vertraut vorkommt. Und wenn man als Kind nur Finsternis und Verzweiflung kannte, ist das warme, wohlige Gefühl der Vertrautheit kein Warnzeichen, sondern eine Warnglocke. Wir sollten die anderen über potenzielle Gefahren informieren. Wovor sollen wir sie warnen? Vor Magics magischem Bauchgefühl? Die Avengers trauen uns sowieso nicht ganz. Das muss ich nicht verschlimmern. Am besten sage ich nichts, bis ich es besser artikulieren kann. Ich möchte jetzt mit meinen Gedanken allein sein, Hunter. Ich muss noch viel nachdenken und versuche zu verstehen, was ich bei den Docks gespürt habe. Und diese energetischen Veränderungen im Limbo. Falls mir das gelingt, gebe ich dir Bescheid. Ist schön, dein Gesicht nach all diesen Jahren wiederzusehen. Das kann ich nicht behaupten, Mutter. Genug der Täuschung. Zeig mir deine wahre Gestalt. Das ist meine wahre Gestalt. Wie damals, als du ein süßes, hilfloses, kleines Baby warst. Du erinnerst dich nicht, oder? Ich schon. Deine Geburt war der glücklichste Moment meines Lebens. Dich von der Welt zu tilgen, wird meiner sein. Ich dachte, die Worte der Macht würden deine Augen öffnen. Aber ich hätte wissen müssen, dass meine Schwester und ihre Hexe dir die Wahrheit vorenthalten würden. Welche Wahrheit? Die sie dir verschweigen. Du musst nur… Warte! Mutter! Wo hast du… Ohne Spider-Man würde ich im Magen dieser Kreatur verrotten. Zeit, sich zu revanchieren. Wir finden ihn. Unsere Gesichtserkennung läuft auf jeder Überwachungskamera in der Cloud. Aber sie bewegen sich zu schnell. Ich fasse nicht, dass ich das frage, aber läuft es bei Team Spooky vielleicht besser? Nichts. Nun, dein Tonfall beim letzten Dactylus war… Perfekt. Vielleicht eine Magnetdrohne? Gegen einen Level 5 Dämon-Alien-Hybriden? Wo hast du Magie gelernt? Auf der Democon? Weißt du… Du hast wirklich einen Blick. Hat er recht. Das klappt nicht. Weiter mit Clan C. Oder eher D. Es stört Norman nicht, wenn ich mir ein paar Oscorp-Satelliten auf 12.000 Meter borge, oder? Höher, schneller, weiter, Baby. Eighty Second und Fifth. Jetzt zwischen Fifth und Madison. Leute, sie leben. Und sie trenden. Hashtag Big Alien Apple. Nicht schlecht. Danke. Jetzt stell dir vor, du hättest uns früher um Hilfe gebeten. Ich habe keine Zeit für Nachsitzen. Ich stelle durch. Ich stelle alles durch. Wir müssen schnell sein. Mist! Gesund bleiben, Ma'am. Dasselbe sollte ich wohl auch zu dir sagen. Man könnte meinen, er hätte wenigstens mittlerweile einen Tennisarm oder so. Meine Müll. Hier verprümmern deine Knochen. Bringen sie heim zu Mutter. Binde ich das Tier und bring es zu Standort 1. Verquetschen dein Gesicht. Gräfenteile. Gräfenteile. Ich würde uns echt überlegen, den Job zu wechseln, wenn ich zu wäre. Ich weiß, kein Job ist perfekt. Und am Ende des Tages steht und fällt es mit den Kollegen. Gläfenteile. Gräfenteile. Bringen sie mit ihnen zu erneut. Keine Spiele mehr. Bringen sie mit dir. Und jetzt ist nicht so hoch, kein Lauf mehr. Ihr haltet uns nicht auf, Helden. Aber versucht es doch! Und das Stärke ist ewiglich. Wir sind ewiglich. Er kämpft wie ein verdammter Wendigo. Unaufhaltsam! Er ist nicht unaufhaltsam, nur echt nervtötend. Nicht mein allerschlechtester Plan. Guten Tag, Demo Männer! Hier ein Ansinnen aller New Yorker an dich. Die klampigsten Invasoren seit Thanos. Das war... Ausgesprochen laut! Rauchte den Wiss einer radioaktiven Spinne mit gutem Gehör! Ich wollte sagen... Unglaublich! Sagen die Kids auch immer... Ich glaube, ich kippe um! Keine Sorge! Ich kenne meinen Ort! Spider-Man! 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 Oh! Hey Hunter! Ich hab dich gar nicht gesehen! Alles bestens! Das ist völlig normal! Das machen die großen Helden alle! Ganz bestimmt! Was denn? Ihre Heldenstimme üben! In meinem Fall meine Spider-Stimme! Ich dachte mir, wenn ich mit dieser Gruppe kämpfe, muss ich mich ins Zeug legen! Irgendwie... Naja... Furchterregender klingen! Also deine Spider-Stimme ist sehr auffällig! Echt? Hat sie dir Angst gemacht? So dass du dich dem Versteck der Spinne zitternd genähert hast? Ja... Große Angst! Ja! Es freut mich total, dass du das sagst! Ich kenne nicht viele Dämonenjäger, aber es ist schön, ab und zu mal eine Expertenmeinung zu hören! Und wenn ich noch meine eigene Meinung ergänzen darf, du bist viel netter als Kraven! Eigentlich bin ich hier, um mich bei dir zu bedanken! Dich bedanken? Wofür? Ach und... Ist bei dem Dank vielleicht auch eine Pizza dabei? Wenn ich gegen Eddie kämpfe, kriege ich immer so Hunger! Wenn ich diese Pizza beschaffen würde, wem sollte ich sie denn bringen? Keiner von uns kennt deine Identität! Ah, du willst den Spider-Man unter der Maske kennenlernen! Sorry, keine Chance! Meine wahre Identität ist ein gut gerütetes Geheimnis! Nicht einmal MJ oder Tante Mae wissen sicher... Moment... Ich weiß, was du vorhast! Sorry, Hunter, ich behalte die Maske an! Ich hoffe, das macht es nicht komisch zwischen uns! Die Abtei ist voller Geheimnisse! In diesen Mauern ist dein Geheimnis sicher! Ich mache mir nicht wegen der Mauern hier Sorgen, sondern wegen der realen Welt, wo die Menschen leben, die ich liebe! Keine Maske kann dich oder sie vor Lilith verbergen! Ihr Blick kann deine Seele durchdringen! Mann! Das erinnert mich an den Vater meines besten Freundes! Und zwar bevor er zu einem fliegenden Goblin wurde! Ich weiß, es ist nicht leicht für dich, Spider-Man! Die Leute hier sind alle sehr verschieden! Sie sind nicht immer einer Meinung! Aber eines kann ich ganz ehrlich sagen... Ich vertraue ihnen mein Leben an! Meine... Leben! Äh... Leben? Im Plural? Ja! Ich freue mich richtig darauf, dich kennenzulernen, Hunter! Und wir würden uns freuen, dich kennenzulernen! Dein echtes Ich! Hey, ich denk drüber nach, okay? Ist eine große Entscheidung! Ich muss darüber meditieren! Mein Horoskop lesen! Es im Kopf rumrollen! Und vielleicht unterhalten wir uns bald! Cool? Cool! Und du hast ernsthaft in diesem Ding geschlafen? Das war wohl ein Fehler! Ich habe ständig geträumt, dass ich von Sandman verschluckt werde! Das... äh... ist tatsächlich passiert, weißt du? Hör zu! Ich versteh's! Das ist keine leichte Entscheidung! Ich hab selbst lang genug damit gekämpft! Woher der Sinneswandel? Ich schätze, langsam vertraue ich diesen Deppen! Sie mögen etwas kauzig sein! Aber sie sind wie eine Familie! Und was ist mit deiner echten Familie? Hast du keine Angst, was passieren könnte? Ach, sie sind zu Hause in L.A. So sehr es meinem kleinen Bruder Gabe hier gefallen würde, sie haben keine Ahnung! Was hier passiert, kommt niemals da an! Um ehrlich zu sein, ich glaube wir sind nicht mehr in der gleichen Dimension! Ähm... was? Egal! Der Punkt ist, das hier ist ein sicherer Ort mit guten Menschen! Wenn hier irgendjemand ein Geheimnis bewahren kann, dann sie! Gehört quasi zur Stellenbeschreibung einer Midnight Sun! Das Leben der meisten hier war eher kein Ponyhof, bevor Caretaker uns rekrutiert hat! Und jetzt haben wir einen gigantischen, von Dämonen angetriebenen Pizzaofen in der Schmiede! Äh... Entschuldigung, würdest du... Hey Mann! Ist okay! Wir können über was anderes reden, wenn du willst! Ja, bitte, bleib! Kann nicht! Muss da was erledigen! Ich dachte, ich hätte ihn mit dem Pizzading! Was soll das nur mit euch beiden und Pizz... Okay, du wolltest das, du bekommst es! Was wollte ich? Auf vielfachen Wunsch präsentiere ich... Der Mann unter der Maske! Peter Parker aus Forest Hills Queens! Schön, dass du endlich die Spider-Gesichtsgardine ablegst! Du bist hier unter Freunden! Du hast unsere Aufmerksamkeit! Schieß los, Pete! Ähm... Hi? Hoffentlich habe ich nach der großen Ankündigung niemanden enttäuscht! Ich meine, ich kann keine Laserstrahlen verschießen, meinen Schädel nicht anzünden und nicht leuchten wie die Sonne! Wie Tony sagt, ohne mein Kostüm bin ich nur der langweilige Peter Parker! Ich habe nicht mal einen coolen Künstlernamen! Ich habe dich im Kampf gegen Venom erlebt, Peter! Glaub mir, du bist alles andere als langweilig! Oh, danke! Mann, Hunter, willst du, dass ich rot werde? Ich wusste gar nicht, dass du so leicht verlegen wirst! Doch, ja! Manchmal überrascht es mich selbst! Apropos, nachdem das mit der radioaktiven Spinne jetzt geklärt ist, können wir uns eigentlich auch gleich etwas besser kennenlernen! Wenn du irgendwas wissen willst, frag einfach! Ich bin ja wohl sowieso ein offenes Buch! Also, was sagst du, Hunter? Willst du das Spider-Versum betreten? Danke, Peter! Ich muss jetzt los, aber es war sehr... erhellend! Für mich auch! Ich muss dir auch danken, Hunter! Ich habe mich bisher ziemlich zurückgehalten! Weißt du, ich wollte nicht so eine Plaudertasche sein! Aber jetzt sind die Schleusen geöffnet! Der echte Peter Parker strömt hindurch! Okay, äh, du musst los! Aber wir unterhalten uns bald mal wieder, ja? Davon gehe ich aus! Mach's gut, Peter! Sag mir nicht, ich soll mich beruhigen, Robbie! Die anderen sind bei Caretaker, planen ihr weiteres Vorgehen gegen Faustus und sie grenzen uns aus! Schon wieder! Aber wir reden hier von den Avengers, nicht? Sie sind... Helden! Und wer musste diese Helden retten, als dein neuer Freund Spider-Man von einem Schleimmonster gejagt wurde? Wir! Da hat sie recht! Wenn sie so mächtig sind, warum konnte Strange uns nicht helfen, Wanda zu retten? Hey! Der Doc ist ein guter Mensch! Er hat, seit das hier anfing, ein, zwei Spinnenknie verarztet! Flammende Kürbisbomben deckt die Versicherung nicht! Ich würde ihm mit keinem Reifenplatzer vertrauen! Sie ziehen in unser Zuhause, machen sich breit und wagen es uns bei jeder Entscheidung zu ignorieren, die uns selbst betrifft! Wenn ihr beide euch an Mr. Stark und Dr. Strange ranmachen wollt, gerne! Ich bin draußen! Hier wird mir die Luft zu dick! Ich habe im Nebenzimmer laute Stimmen gehört. Weißt du, was da los war? Hat sich da vielleicht jemand gestritten? Vielleicht solltest du direkt mit Nico reden. Warum? Ist sie wütend? Ich will nicht für sie sprechen. Aber sie schien wegen Wanda wütend. Ich will auch trauern, aber diesen Luxus können wir uns im Moment nicht leisten. Sonst trauern wir bald um die ganze Welt. Danke für deine Ehrlichkeit. Ich schaue mal, wie ich das mit Nico angehe. Wir reden später. Du musst dich nicht um mich kümmern, Hunter. Mir geht's gut. Vielleicht wollte ich auch einfach nur frische Luft schnappen. Tja, genieß sie, solange du kannst. Hier wird sicher bald eine Außenstelle der Avengers eröffnet. Mögen die Götter uns verschonen. Hey, die Abtei ist vielleicht etwas rustikal, aber sie gehört uns. Gehörte uns. Bis diese Avengers aufgetaucht sind, um uns in unserem eigenen Zuhause wie Außenseiter zu behandeln. Und Cat Hacker unternimmt nichts dagegen. Sie unterstützt es noch. Das macht mich so wütend, dass ich schreien könnte. Die Avengers sind mächtige Verbündete. Ja, das höre ich ständig. Ich war noch nicht fertig. Genau wie du und die anderen. Cat Hacker hat dich nicht umsonst für die Midnight Suns ausgewählt. Du bekommst in diesem Krieg noch genug Chancen, dich zu beweisen. Danke, glaube ich. Ich schreie jetzt sicher nicht, versammeln. Aber ich verstehe alles. Weißt du, vielleicht würde mich das nicht so sehr stören, wenn sie sich voll darauf konzentrieren würden, Wander zu finden. Keiner erwähnt sie überhaupt nur oder überlegt, wie wir sie retten können, weil das eigentlich niemand vorhat. Sie ist sicher froh, dass sie weg ist. Äh, vergiss, dass ich das gesagt habe. Und sagt Caretaker bloß nichts davon. Midnight Sun Kegel des Schweigens, okay? Ach, man sollte viel öfter mal Dampf ablassen. Äh, bis dann, Hunter. Da ist sie wieder. Die seltsame Gamma-Energie-Signatur, die grünen Zahlen, wie Bruce sagt. Die Hydratechnologie, die wir fanden, hat dieselbe Fluoreszenz. Und was hat Dr. Banner dazu zu sagen? Hab keine Antwort bekommen. Er ist unerreichbar. Naja, kann manchmal passieren, wenn er an etwas arbeitet. An welchem etwas? Dem ganz Großen. Und was jetzt? Wir suchen einen anderen Doktor, der sich mit gruseliger Gamma-Wissenschaft auskennt. Ich kenne zufällig einen, der vor kurzem hier aufgeschlagen ist. Natürlich ist er wahnsinnig. Faustus. Der einzig Wahre. Nun, ich nehme mal an, ihr beiden habt viel nachzuholen. Ach, weißt du, Hydra-Geheimnisse, hinterhältige Pläne, Bombenexplosionen. Wie lange bevor die Jagd beginnt? Basierend auf unseren Infos? Jetzt. Vorsichtig! Vorsichtig! Sie wird ohne Zweifel sehr reizbar sein nach solch einer langen Reise. Na, na! Mein wunderschönes, schreckliches Mädchen. Du wirst noch früh genug befreit werden. Frei, um Mutters gerechten Zorn auf ihre Feinde zu älzen. Die Schwachen, die Ignoranten, die Unwürdigen. Genau das meinte ich. Woof! Ha, das kommt mir ziemlich bekannt vor. Dunkle Magie. Ich spüre sie. Genau wie zuvor. Außerdem hat er die Gamma-Signatur erhöht. Ist wohl das verbesserte, extra böse Modell. Ah ja, bald erhältlich in einem verlassenen Dock in deiner Nähe. Wie schön, dass du Fernsehen entdeckt hast. Was das Ding auch ist, es ist Faustus eindeutig wichtig. Und Lilith. Was bedeutet, dass wir es uns näher ansehen? Bin dir da weit voraus. Nein! Ich bin doch hier unten, ihr Idioten! Echt nicht dein Tag? Stimmt's? Ihr... Denkt ihr, ich fürchte euch? Ich, der als die rechte Hand der Dämonenmutter dient. Der das Flüstern des dunklen Gottes C'thon hört. Der ausgewählt wurde, die Geheimnisse des Folianten der Schöpfung zu erfahren. Denkt ihr wirklich, ich könnte vor euch Angst haben? Ja? Was? Was? Wollt ihr wissen? Einfach alles. Crossbones. Hydras geheimer Spezialtrupp. Du solltest die Akte Sandy Steve über ihn halten. Faustus ist für Hydra wohl nicht mehr von uns. Für uns leider auch nicht. Mag sein. Wenn mich als sehntelanges Kämpfen gegen Untote etwas gewehrt hat. Es gibt immer eine Antwort. Wenn man tief genug gräbt. Nice. Bringen wir das zurück zur Abteil. Aber wisch es lieber vorher feucht ab. Alles gut bei der Analyse der Gammakugel? Ja, ja. Aber bei mir nicht. Ach. Ich war so kurz davor, Faustus dazu zu bringen, sein Herz auszuschütten. Und dann, puff, verwandelt Crossbones ihn mit seiner magischen Kugel in Asche. Wir haben auch so schon genug Mühe mit Hydra mitzuhalten. Wir hätten diese Infos brauchen können. Wir gewinnen auch ohne die Hydra Geheimnisse, die Faustus in seinem Kopf hatte. Wir haben ja jetzt auch keine andere Wahl mehr, oder? Gott, ich hätte dieses Schwein so gerne verhört. Ich hatte so lange darauf gewartet, mal mit ihm allein zu sein, um ihm den Schädel einzuschlagen. Apropos Hydra-Schädel einschlagen. Caretaker wartet bestimmt an der Tafel mit einer neuen Mission auf dich. Sag Bescheid, wenn ich dir bei ihrem Auftrag helfen soll. Würde mir guttun, ein paar Dämonen zu verprügeln. Ein bisschen die aufgestaute Aggression rauslassen, die ich für Faustus aufgespart hatte. Ich gebe dir Bescheid, Käpt'n. Carol. Nenn mich Carol. Warum tauchen für jeden Ort, den wir einnehmen, scheinbar noch zwei neue an ihrer Stelle auf? Nur Geduld. Hydra werden ihrem Namen ganz sicher gerecht. Ich hab mal ne echte Hydra gejagt. Das war einfacher als das. Ich werde meinem Namen auch gerecht. Crossbones hat gutes Geld auf deinen Kopf ausgesetzt, du Ficht. Wie blöd, dass er nicht gesagt hat, dass der Kopf auch dranbleiben soll. Naja, zu blöd für dich. Große Worte für einen Toten. Mit einer Sache hast du heute recht, Sabertooth. Es werden definitiv Köpfe rollen. Sieh mal einer an. Noch ein räudiger Streuner. Du riechst falsch. Verglichen mit ihm? Guter Punkt. Jetzt töte ich doch echt zwei Wichte mit einer Kralle. Höh… Höh… Vielleicht sollte ich Hydra bezahlen. Höh… Du hast mich wohl erwischt. Höh… Na los… Mach es kurz. Was? Was zur Hölle soll das? Du bist kein guter Hunter, oder? Du würdest gut zu Logan und Xavier stumreiner Menagerie passen. Jetzt halt still, Fäbel. Das tut jetzt weh. Raffiniert. Er hat wohl nicht erwartet, dass das Ding um deinen Hals zurückbeißt. Erholt er sich davon auch? Weiß nicht. Aber ich sorge dafür, dass das nicht tut. Ja. Freut mich auch, dich zu sehen. Ich kann nicht heilen. Greed! Ich muss weitermachen. Du rest. Da draußen klingt es nach unerwarteten Besuchern. Diese zwei Bestien kamen aus dem Nichts. Wer waren die? Victor Creed und James Logan Howlett. Aber gewiss würden sie lieber ihre aktuellen Pseudonyme benutzen. Sabertooth und Wolverine. Diese zwei liegen sich seit Jahrzehnten in den Haaren. Wolverine? Dann ist er ein Wehrwolf? Den Eindruck hatte ich bei keinem von den beiden. Weil sie Mutanten sind, wie ich. Du bist wie sie? Ich werde nicht plötzlich den Mond anheulen, Hunter. Er wirkt auf jeden von uns anders. Es gibt ein paar Dinge, an die du dich in unserer postatomaren Welt gewöhnen müssen wirst, Hunter. Mutanten sind ein großer Teil davon. Ein Segen oder ein Fluch im Blut. Je nachdem, wen du fragst. Ich kann es weiter ausführen, wenn es sein muss. Bis dahin sehe ich mir an, was in New York los ist. Wolverine ist ein ehrenhafter Mann, wenn auch etwas ungeschliffen. Sabertooth hingegen ist ein mordlustiger Wahnsinniger. Die Tatsache, dass er dich im Auge hat, ist definitiv keine gute Nachricht. Moment, du kennst Logan? Wer, denkst du, hat mir zuerst von dir erzählt? Ach, du wärst überrascht, wie viele im Laufe der Jahre ihren Weg in diese Wälder gefunden haben. Und dann finden sie meist auch einen Weg zurück. Ich bezweifle, dass wir die beiden zum letzten Mal gesehen haben. Wunderbar. Logan und ich sind jetzt nicht unbedingt beste Freunde oder so. Er ist eher mit meinem Bruder Piotr befreundet. Wie schon gesagt, wir sind alle Mutanten. Nicht, dass ich dir Angst machen will oder so. Du sagst Mutant, als wäre es etwas Schlechtes. In manchen Teilen der Welt sogar sehr schlecht. Du hast in deinem Grab geschlafen. Also hast du die ganze Anti-Mutanten-Hysterie verpasst. Das Mutanten-Registrierungsgesetz und den ganzen Scheiß. Es lässt sich also sagen, dass ihr es in der modernen Welt nicht gerade leicht habt. Das ist eine Untertreibung. Du und die anderen Mutanten, ihr kennt euch also alle aus Russland? Nein. Wir gehören alle zu den X-Men. Also nicht im Moment, aber... Naja. Einmal X-Men, immer X-Men. Genau wie ein Midnight Sun. Hm. Vermutlich. Und dieser Sabertooth. Er ist ein Mutant. Macht ihn das auch zu einem X-Men? Definitiv kein X-Men. Er und Wolverine kennen sich schon ewig. Wer weiß, wie die Fede angefangen hat. Sie wissen's wahrscheinlich selber nicht mehr. Er verfolgt uns bereits seit einer Weile. Er war es, den ich bei den Docks gespürt habe. Bist du sicher, dass er's war und nicht... etwas anderes? Hoffentlich kümmert sich dieser Wolverine um ihn, damit wir uns keine Sorgen mehr machen müssen. Ha! Schön wär's. Logan und Creed haben schon Jagd aufeinander gemacht, als ich noch gar nicht auf der Welt war. Falls Logan ihn jemals tötet, wäre er wahrscheinlich so überwältigt, dass er K.O. geht. Danke, dass du mir das erklärt hast. Ich muss wohl noch eine Menge lernen. Gern. Die Mutantengemeinde ist klein, aber sehr komplex. Aber eigentlich musst du nur wissen, dass Sabertooth ein Trottel ist. Dass Sabertooth in die ganze Sache verstrickt ist, hat uns gerade noch gefehlt. Hoffentlich erledigt Logan ihn schnell, wovor er zu viel Ärger macht. Wie sehr vertraust du diesem Logan? Sehr. Er ist ein bisschen kratzbürstig, aber sehr verlässlich. Ich habe gerade andere Sorgen und wenig Geduld für schwierige Persönlichkeiten. Mehr als das Gezink zwischen Stark und Strange ertrage ich nicht. Tja, Logan ist aber nicht hier, oder? Er macht mal wieder irgendwo Jagd auf Sabertooth. Wenn wir Glück haben, schaltet er Sabertooth ein für allemal aus und wir haben unsere Ruhe. Und falls wir kein Glück haben? Dann warten in Zukunft noch deutlich mehr Leichen auf uns. Ich fürchte, wir können nur abwarten. Ich habe so ein Gefühl, dass wir Logan und Sabertooth noch öfter sehen werden. Darauf kannst du Gift nehmen. Bruce, du bist zurück. Tut mir leid, Hunter. Ich habe vermutlich nicht den besten Eindruck gemacht. Aber jetzt bin ich wieder da. Und wir sind froh, dich wieder zu haben, Doktor. Wir waren etwas besorgt. Danke für die Sorge, aber mir geht es gut. Besser als unserem System. Ich wurde durch eine Gammastrahlungsspitze, die das elektromagnetische Spektrum durchzog, aus der Leitung geworfen. Schlechter Tag, um ein Mobilfunkturm in Manhattan zu sein. Aber keine Sorge, ich habe das Problem eingegrenzt. Keine weiteren Blackouts, versprochen. Ich mache mir allerdings Sorgen über die anderen Auswirkungen, die diese Gammastrahlung haben könnte. Deshalb würde ich dich gerne scannen, um zu sehen, ob die Energieverschiebungen Auswirkungen auf dich hatten. Wenn du denkst, das hilft bei deiner Forschung? Sehr. Du lieferst uns sehr wahrscheinlich einen Hinweis darauf, was wir gegen die Gammaverschiebung tun können. Halt einfach still. Du wirst nichts davon spüren. Und fertig. Wenn ich den Scan analysiert habe, wissen wir mehr. Danke, Hunter. Ach, sieh dir diese Karte an. Überall auf dem Globus Notfälle. Hydra machen ihrer vielköpfigen Namensgeberin alle Ehre. Derzeit sind sie in New York, Paris, Moskau, Singapur, Los Angeles. Die Liste wird immer länger. Sie haben uns überrumpelt. Wir weisen sie wieder in die Schrank. Womit, Tony? Die Avengers-Streitkräfte sind jetzt schon überfordert. Zeitweilig. Wir haben wieder Kontakt zu Benner und noch ist der Turm unser. Und deswegen sollen wir uns besser fühlen? Wir dachten auch, dass Sanktum wäre unser, bis es das nicht mehr war. Sorry, Steven, aber deine überschätzte metaphysische Bücherei ist nicht mein mit Hightech bewaffneter Turm. Er wird standhalten. Wen standhalten? Deinem Ego? Dafür brauchst du einen höheren Turm. Und das von einem Mann, der sich selbst als Meister bezeichnet. Seid ihr beide jetzt fertig? Jede Sekunde, die wir mit Diskutieren vergeuden, beißt uns Hydra noch mehr in den Arsch. Gut, dann sollten wir aufhören zu streiten und anfangen ihn in den... Lasst uns aufhören zu streiten. Das war eine ziemlich hitzige Diskussion zwischen dir, Caretaker und dem Doktor. Was soll ich sagen? Ich kämpfe immer für meine Überzeugung. Hydra erhebt sich zwar, aber sie werden sich nie über den Turm erheben. Hoffentlich hast du recht. Aber ich weiß nicht, ob Lilith sich von irgendetwas in der modernen Welt einschüchtern lässt. Dann müssen wir es ihr eben zeigen. Wir sind jetzt die Krassesten. Sie legt sich mit den Falschen an. Immerhin habe ich wieder Kontakt zu Banner. Ist eine Erleichterung. Ich habe mir weniger Sorgen um den Turm gemacht, als um seine mentale Gesundheit. Und wenn er durchhält, schaffen wir das auch. Ich hatte gehofft, dass wir uns alle ruhig und zivilisiert benehmen können. Nur leider bringt mich Tony immer auf die Palme. Das habe ich gesehen. Er hat die Frechheit zu sagen, dass das Sanktum Tonys Titanturm unterlegen ist. Kannst du das glauben? Das uralte Böse, das wir bekämpfen, lässt sich von moderner Technologie nicht einschüchtern. Unsere einzige Hoffnung ist die Magie im Sanktum. Es zurückzuerobern ist der Schlüssel zum Erfolg. Es freut mich, dass du das einsiehst. Ich wusste, dass du das Sanktum zu schätzen weißt. Wir müssen es zurückbekommen. Wie schlimm ist dein Zwist mit Tony? Wird er uns anderen Probleme bereiten? Keine Sorge. Tony und ich streiten vielleicht, aber wenn es darum geht, Lilith aufzuhalten, sind wir uns einig. Nur nicht über die Methode. Manchmal benehmen Tony und ich uns sogar wie Erwachsene. Naja, ich zumindest. Entschuldige die Verspätungen. Steve und ich halten hier die Stellung. Alleine. Und wegen meines Zustands. Ich bin nicht ich selbst. Klar, das Problem muss neu für dich sein. Klappe, Tony. Du bist mehr als der Hulk, Bruce. Du bist einer der brillantesten Wissenschaftler des Planeten. Das stimmt. Und es wird Zeit uns diese Brillanz zu zeigen, Dr. Banner. Wann können wir Ergebnisse erwarten? Ich sag's ja. Gremlins. Energieverlust. Bei A-Reaktoren 1 und 3. Es droht ein kompletter Defensivnetzausfall. Lilith. Unmöglich. Selbst für sie. Okay. Unwahrscheinlich. Ich. Da kommen Rückerkampfflieger. Wir werden komplett überrannt. Raketen ziehen auf. Nein, 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 nein. Ruhig, Blut, Bruce. Ich bin ruhig. Ich bin immer ruhig. Bruce. Bleib auf dem Kanal. Wenn ich nah genug am Turm wäre, könnte ich das System wiederherstellen. Was sagst du, Junior? Denkst du, du könntest mir helfen, falls die dunkle Mutti auftaucht? Jederzeit. Du weißt, ich kann nicht fliegen, ja? Tony, bist du das? Der defensive Perimeter ist erledigt. Komm runter, sonst gibt es nichts mehr zu retten. Ich bin der Voraus. Sorry, ich bin spät. Die Sensoren hielten deine Signatur für radioaktive Tauben. Ist ein New York-Ding. Genau, ich würde da vielleicht noch ein paar mehr O's dran hängen. Der Doktor sagt ja doch, deine Abwehr sei erledigt. Ist sie. Hat aber nichts von den Abwehrrädern gesagt. Ich bin Steve. Ich bin Steve. Willkommen zum Kampf. Wenigstens wissen wir, dass Hydra noch immer so feige ist wie eh und je. Und auch noch genauso nervig wie eh und je. Vielleicht überleben wir den Kampf doch noch unverletzt. Sag das niemals. Das ist die erste Lektion für Hidden. Halt! rix-Kord! Ach, du. Se stairs déjàøxen. Aber das ist leald larg solving. Halt! Was ist denn einen minder решig-code? Der Container ist die Alpha-Ding. ganz bessere Armourもう keine��-know-dick-äger- arriveder. Großes H-O-L-K. Tony, sag jetzt nicht, dein super Geheimcode ist Hulk Smash. Sei nicht albern. Es ist Hulk Smash 1234. Übertragung läuft. Geschafft. Ha, süß. Aber du spielst jetzt mit den großen Jungs. Heilhydra! Ihr niedlichen Pfadfinder habt mich ganz kurz beunruhigt. Dachte schon, ich könnte das nicht benutzen. Warten wir es ab. Unser Status, Brucey. Alles gut? Oh ja. So gut. Tony, waren das Gamma-Schrei? Warum zeigen die Messungen eine Gamma-Explosion aus dem Inneren des Tons? Kein Grund zur Sorge. Gehört alles zum Plan. Bruce, was zur Hölle ist da unten los? Haha, etwas Schlimmeres als die Hölle, Dosenmann. Führer! Niff, hab ich doch gesagt. Die dunkle Mutter dankt herzlich für den Gamma-Beschleuniger. Ohne dich hätte das nicht geklappt, Tony. Hab ich was verpasst. Er ist verloren. Mutters Einfluss völlig erledigt. Ja, das ist er jetzt im Trend. Du hast uns ausgetrickst. Sei er, mich. Der Code, das hier. Alles nur für deinen heißgeliebten Beschleuniger. Kämpfe gegen sie an, Bruce. Wir wissen beide, du bist stärker als sie. Du willst doch immer den Helden spielen, Tony. Das ist deine Chance. Rette die Welt. Tu es. So enttäuschend. Tony, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dann sag nichts, denn ich will nicht darüber reden. Tony fehlen die Worte. Das gab es noch nie. Doch. Aber es ist nie ein gutes Zeichen. Er ist tief erschüttert. Ich sagte, ich will nicht darüber reden. Nicht darüber zu reden, macht es nicht weniger real. Benner hat uns verraten. Der Turm ist gefallen. Lilith steigt auf. Wir gehen unter. Wir haben immer den Schaden gefürchtet, den Hulk anrichten könnte. Innerlich gejubelt, als wir dachten, er sei für immer weg. Aber was Banners Verstand anrichten könnte, wenn er aus den Fugen gerät. Ich hätte es kommen sehen müssen. Dir die Schuld zu geben, bringt den Turm nicht zurück. Ich muss es wissen. Ich war bereits, wo du jetzt bist und habe mir unzählige Stunden lang die Schuld am Verlust des Sanktums gegeben. Für Wanda. Tja, vielleicht hast du es nicht ausreichend getan. Andere können deinen Scheitern nicht so mühelos abschütteln. Ich weiß, dass du wütend bist. Aber falls du nach einem Sandsack suchst, darf ich den im Hof vorschlagen. Und nicht mich. Da haben wir's wieder. Das Handtuch werfen, bevor der Kampf vorbei ist. Du bist der Einzige, der kämpft. Geh bitte raus, Tony. Ich habe genug. Darf ich raten? Du bist hier, um mir zu sagen, dass ich es verbockt habe. Dass ich Banner hätte erschießen sollen. Hä? Nur zu, Hunter. Worauf wartest du? Sag es. Sag mir, dass ich es verbockt habe. Du hast nichts falsch gemacht, Tony. Du konntest dich nur nicht überwinden, deinen Kameraden zu töten. Ich war schwach. Habe mich von meiner Zuneigung ablenken lassen. Nein, Tony. Deine Loyalität und Empathie sind Stärken. Keine Schwächen. Schwachsinn. Ihretwegen habe ich nicht erkannt, was wirklich los ist. Verdammt. Warum habe ich nicht gemerkt, dass Bruce abgleitet? Ich hätte wissen müssen, dass etwas los ist. Die Warnsignale waren da. Und ich habe sie ignoriert. Ein tolles Genie bin ich. Drei Mastertitel. Ein PhD vom verdammten MIT. Chef eines der größten Konzernen des Planeten. Und ich habe nicht gesehen, was direkt vor meiner Nase geschrien und getobt hat. Wie konnte ich mich so von ihm hereinlegen lassen? Benna hat uns alle zum Narren gehalten, nicht nur dich. Tja, aber wenn hier jemand Narren sicher sein müsste, dann ich. Du bist nicht das erste Genie, das von Lilith getäuscht wurde. Wir haben die Kontrolle verloren, Tony. Niemand ist sicher. Keine Festung ist uneinnehmbar. Nicht mehr. Nun, da meine Mutter Hydras Truppen stärkt, ist nichts mehr unerreichbar für sie. Falls mich das aufmuttern soll, geht es nach hinten los. Dann gehe ich vielleicht lieber. Ja, mach das, Boss. Geh. Wir müssen reden. Du hast recht. Reden wir darüber, wie deine Mutter einen meiner besten Freunde gegen uns aufgewiegelt hat. Mein Beileid wegen Dr. Benner. Es ist immer schwer, wenn ein Kamerad fällt. Das weiß ich zu schätzen, Hunter. Aber ich weiß alles über den Krieg. Ich habe ihn oft genug erlebt. Dann kennst du das Risiko. Und er kannte es auch. Wir sind alle bereit, unser Leben zu riskieren. Doch was Lilith Benner angetan hat, war... Unvorstellbar. Sie hat ihn verändert. Hey. Was mit Bruce passiert ist, war nicht deine Schuld. Aber... Aber ich wäre ein Idiot, dir vollständig zu vertrauen. Du bist Liliths Kind. Kann deine Mutter dich verändern, wie sie Bruce verändert hat? Was, wenn sie das schon hat? Wenn das der Fall wäre, würde keiner von euch hier stehen. Vielleicht hast du recht. Was Teil des Problems ist. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Alle erwarten, dass ich sie führe. Dabei habe ich das Gefühl, im Dunkeln herumzustolpern. Ich habe gehört, dass du Soldat bist. Das war ich einmal. Ist lange her. Dann weißt du, im Krieg herrscht immer Ungewissheit. Lerne daraus und verhindere es in Zukunft. Oder gib deinen Zweifeln nach und kapituliere. Improvisieren, anpassen, überwinden. Ich bin zwar kein Marine, aber das Motto verstehe ich. Weißt du, vielleicht habe ich dich falsch eingeschätzt, Hunter. Ich bin Dark Mothers Kind. Du bist zu Recht misstrauisch. Das weiß ich zu schätzen. Aber ich war wütend auf Bruce und habe es an dir ausgelassen. Es tut mir leid. Fangen wir von vorne an. Hi. Ich bin Steve Rogers. Du wolltest mit mir reden? Ja, über Banner. Was meine Mutter ihm angetan hat, ist eine Tragödie. Ich wünschte, es wäre nur das. Du musst das volle Ausmaß der Bedrohung verstehen, die er jetzt darstellt. Banner ist ein brillanter Wissenschaftler. Lilith wird das garantiert ausnutzen. Du hast sein alter Ego noch nicht kennengelernt. Lilith steht nicht nur Banners wahnwitziger IQ zur Verfügung. Sie hat den Hulk. Und das ist so, als würde ein Gott an deiner Seite kämpfen. Jedenfalls nicht für lange. Wir werden ihn zurückholen. Du weißt, dass das unmöglich ist. Wenn er so eine große Bedrohung ist, müssen wir es versuchen. Nein, Hunter. Wir können ihn nicht mehr retten. Wir können nur herausfinden, wie wir uns vor ihm schützen. Okay, das ist nur meine Meinung. Hoffentlich hast du gut zugehört. Du hast noch nie etwas wie den Hulk bekämpft. Wie geht's dir, Carol? Besser als Tony, der arme Bursche. Er ist total fertig wegen Banner. Jede Option war irgendein faustischer Scheiß. Hättest du abdrücken können? Ich nämlich nicht, glaube ich. Ich könnte auch niemanden töten, den ich einst geliebt habe. Nimm's mir nicht übel, aber das kaufe ich dir nicht ab, Hunter. Du hast schließlich deine eigene Mutter getötet, oder nicht? Ich hatte keine Wahl. Tut mir leid. Ich wollte die Wunde nicht wieder aufreißen. Ich glaube nur, dass du leichter als wir auf die dunkle Seite wechseln kannst, um den Auftrag zu erledigen. Dunkle Seite? Mein Leben besteht daraus, die Engel unserer besseren Seiten zu bewahren. Ich urteile nicht über dich. Wir brauchen im Kampf gnadenlose Soldaten wie dich, die das tun, was wir anderen nicht über uns bringen. Ich sollte mal nach Tony sehen. Wir sehen uns. Oh, Magics Überraschungsparty steht vor der Tür. Alles ist vorbereitet. Jeder hat sein Teil erledigt. Kein Stress. Der Parker-Typ redet zu viel, aber er hat schnell gearbeitet. Das ist schön zu hören. Woo! Es ist fast soweit. Geh zur Party und warte mit den anderen. Ich hole Magic, du rufst Überraschung und dann steigt die Party! Ich gehe jetzt da hin. Überraschung. Überraschung? Oh wow, so eine Überraschung. Herzlichen Glückwunsch. Ich hatte keine Ahnung. Das ist zu viel. Was ist los? Es hieß, es wäre eine kleine Party. Das sagte Nico zumindest. Das hier ist mehr, als sie beschrieben hat. Dann trifft dich keine Schuld. Ach, Hunter. Es ist schlimmer als ich dachte. Aber ich werde es aushalten. Kommt es nur mir so vor oder hat Magic keinen Spaß? Ich habe gehört, Magic mag keine Überraschungen. Nein, das kann es nicht sein. Wir sind Freunde. Das wüsste ich. Oder? Ich kapiere das nicht. Jeder mag doch Überraschungspartys. Das weiß ich, weil ich auf der Flucht einige verpasst habe. Warum bist du so besorgt? Wanda ist weg, Bruce kämpft für die andere Seite und die Welt ist im Begriff zur Hölle zu fahren. Eine Geburtstagsparty würde alle aufmuntern. Das kriegen wir hin. Sagst du ihr, dass wir jetzt den Kuchen anschneiden? Klar. Okay, ich warte dann da. Was? Geht es dir gut? Nein, das ist zu viel. Das ist alles Nikos Schuld. Und da kommt sie. Will gelobt werden. Ich habe genug ertragen. Jetzt reicht es wirklich langsam. Ich will weder im Mittelpunkt stehen, noch will ich diese Feier. Was willst du dann? Den Kuchen anschneiden? Magic, warte. Schön. Ich schneide den Kuchen an. Eliana ist meine Freundin. Wie konnte mir das entgehen? Gib dir nicht die Schuld. Warum nicht? Hätte ich gemerkt, was sie will, hätte ich sie nicht vertrieben. Ich will das aus der Welt schaffen, aber ich kann ihr nicht in den Limbo folgen. Wobei, vielleicht kannst du das. Sag mir, was ich tun muss. Der Stab des Einen kann dich zu ihr bringen. Wenn du sie findest, kannst du mit ihr reden? Sehen, ob es ihr gut geht? Alles andere ist mir egal. Wie gehe ich am besten auf Magic zu? Da bin ich die Letzte, die du fragen solltest. Die anderen haben sicher einen Rat für dich. Also gut. Schick mich zur Magic. Okay. Also los. Wenn Blut fließt, lass den Stab des Einen auftauchen. Ersatzschlüsse! Niemand betritt den Limbo ohne mein Wissen. Wie bist du hierher gekommen? Mit Nikos Stab des Einen. Natürlich. Und warum ist sie nicht hier? Sie dachte, das macht es nur schlimmer. Nun, da sind wir uns einig. Warte. Wenn du hierher gefunden hast, was hast du gehört? Ich werde es nie jemandem weitersagen. Danke für dein Mitgefühl. Denn dies ist wirklich meine größte Schande. Meine kindlichen Bedürfnisse haben mich verflucht und an diesen Ort gebunden. Eine schlechte Entscheidung kostete mich meine Kindheit. Ich hörte auf den Falschen. Gib dir nicht die Schuld. Wem denn sonst? Ich war töricht. Du warst ein Kind. Ein törichtes Kind. Dieser Tag ist eine Feier meiner Schwäche. Sonst nichts. Es ist egal, wer du warst. Es zählt nur, wer du wirst. Das würde ich mir von niemandem sonst anhören. Aber du weißt besser als jeder, dass es wahr ist. Ich bleibe lieber hier. Ich ertrage das Starren und Flüstern. Aber nicht heute Abend. Wir könnten erst mal hierbleiben. Das würde mir gefallen. Gefällt dir die Musik? Ja. Hm. Gut. Wieso fragst du? Ich hatte lange nur diese Musik. Ich fand sie im Limbo. Müll vom Universum ausrangiert. Das ist ein ungeschliffener Diamant. Vielleicht. Für irgendwen war es Müll. Selbst jetzt höre ich sie nur in bedeutungsvollen Momenten. Wenn ich mich erinnern will. Davon gibt es jetzt mehr. Aber nicht mehr als die Tage, die ich vergessen will. Hunter, können wir eine Weile bleiben? Musik hören? Natürlich. Hm. Gut. Ich sollte jetzt los. Ich öffne ein Portal für dich. Gute Nacht, Magic. Bis dann, Hunter. Du warst so lange weg. Hast du Magic gefunden? Hab ich. Sie verbringt die Nacht im Limbo. Geht es ihr gut? Ist sie wütend auf mich? Sie ist in Ordnung. Wir hatten viel Spaß. Wirklich? Ja, wir haben Musik gehört. Im Limbo. Okay. Erfolg freigeschaltet, oder wie? Wenigstens hatte ihr Geburtstag ein schönes Ende. Das ist alles, was zählt. Ich kann dir gar nicht genug danken. Ich weiß nicht, wie das ohne dich geendet hätte. Gute Nacht, Hunter. Gute Nacht, Nico. Es ist eine Art Zauber. Das meinte Agatha zumindest immer. Welcher Zauber? Der dunklen Sorte? Ein Wahrnehmungszauber. Naja, mehr ein Verfolgungsritual. Wie eines Jons. Und nein, er ist nicht dunkel. Hab's direkt von der Quelle. Ich bring's zurück, bevor Caretaker es vermissen kann. Ey, Mann. Wir müssen was machen. Das muss ein Zeichen sein, oder? Dass wir alle vier den gleichen Traum von Wanda hatten? Alle fünf. Du gewinnst. Hol das Ouija-Brett raus. Schließ die Tür. Denkt dran, einmal angefangen hören wir nicht auf. Konzentriert euch auf Wanda. Ego Spiritus ad. Kapiert. Was hab ich gerade gesagt? Nicht die Verbindung abbrechen. Okay, sorry. Alles klar. So ist Atlantis versunken. Ego Spiritus ad me. 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 Ich bin... Ego Spiritus ad me. Ego Spiritus ad me. Ego Spiritus ad me. Wow. Habt ihr das auch gesehen? Nicht die Verbindung abbrechen. Du jetzt auch. Ego Spiritus ad me. Ego Spiritus ad me. Ego Spiritus ad me. Ego Spiritus ad me. Waren wir das? Ecke schon. Abbrechen. Zieh den Stecker oder so. Ego Spiritus ad me. Ego Spiritus ad me. Scheiße. Die beiden können nicht mal ihre eigenen Namen singen. Ich werde einen Riss zur negativen Zone in ihren Duschkabinen öffnen, wenn wir nach Hause zurückkommen. Falls wir zurückkommen, wo hat uns dieser verdrehte Zauber hingeschickt? Das hier könnte eine Abstellkammer in Dr. Doom's Schlosskeller sein, wenn du mich fragst. Oder ein Lagerraum auf dem Schiff von Galactus. Eine Arrestzelle auf einem Skrullcruiser. Oh, das Innere von Robbys Gehirn. Da. Etwas Mächtiges. Etwas Starkes. Etwas Widerliches. Dort fangen wir an. War ja klar, dass du das sagst. Ihr solltet nicht hier sein. Niemand sollte hier sein. Banner. Das erklärt zumindest das Widerliche. Ah. Da sind ja Hunter und Freunde. Echt jetzt? Du folgst mir immerhin auf Super Link. Sag mir jetzt nichts. Ich kann das Gefüge von Raum und Zeit selbst einreißen. Ah. Ist doch egal. Lass den Narren reden. Wir sind daran etwas dran. Keine Ahnung, wie ihr diese Einrichtung gefunden habt. Aber bald werde ich es wissen. Eure Namen sind mir vielleicht entfallen. Aber ihr entkommt mir sicher nicht. Oh. Das werden wir sehen. Erkennst du mich jetzt, Brucie? Es dämmert mir. Mises. Stark. Was wohl hinreichend erklärt, wie es zu diesem Besuch gekommen ist. Viel zu amateurhaft für einen Einsatz von Carol. Oder sogar Tony. Nicht das Wie sollte uns kümmern, sondern das Warum. Ihr seid gar nicht wegen des Gamma-Beschleunigers hier, oder? Nein. Die Wahrheit ist viel erfreulicher. Da wette ich. Nun, wenn das so ist, dann leg los. Was ist das? Es würde mich nicht mehr überraschen, wenn Thanos selbst da rauskäme. Wanda! Nein. Oh, Wanda. Wir kommen zu spät. Sie gehört jetzt Lilith. Nur der Tod kann sie noch erlösen. Was? So nicht? Nein, so machen wir das nicht. Habt ihr denn noch nichts gelernt? Lass sie in Ruhe, du Monster! Ich versichere euch. Miss Maximoff steht frei zu tun, was sie will. Sie wirkt weder frei, noch willig auf mich. Ach. Wanda, möchtest du irgendetwas sagen zu deinen Freunden? Ja! Nun, diese Begegnung hat wahrlich meine Erwartungen gesmashed. Komm schon, Bruce. Lass dich nicht zu sehr hinreißen. Wir hatten ja vor, sie lebendig zu fassen. Andererseits... Wanda... Eliminiere sie. Es ist vorbei. Verschwinden wir. Jetzt! Wanda, halt! Ich bin's. Das ist nicht sie, Nico. Sie kann dich nicht mehr hören. Bitte. Habt ihr das gesehen? Habt ihr sicher? Gesehen, dass sie uns drei fast vernichtet hat? Dann ja. Sie hat gezögert und dann den Boden unter dir gesprengt. Trotzdem. Wanda ist da drin. Irgendwo. Ich weiß es. Nein. Sie ist hier. Unmöglich! Schließe es. Jetzt! Was denkst du, was ich gerade versuche? Keine Flucht. Nicht mehr. Wie war das? Wanda? Du... ...deine Schuld. Du bist Geschichte. Genau! Und ich dachte, wir würden einander älter. endlich vertrauen. Sie haben uns hintergangen und fast alles zunichte gemacht. Sie wollten ihre Freundin retten, wie jeder von uns es tun würde. Bitte. Bitte. So was leichtsinniges würde ich nie tun. Hörst du überhaupt selbst noch, was du da redest? So was leichtsinniges würde ich bei dem Risiko nie tun. Wirklich? Schön. Schön. So was leichtsinniges würde ich heute nicht tun. Das ist ein solides vielleicht. Denkst du nicht mit meinem Wissen, meine Expertise hätte ich helfen können, Wanda zu retten? Nein. Wieso? Weil wir dir nicht vertrauen, Strange. Magic, dein Problem ist, dass du niemandem traust. Warum sollte ich? Wo warst du, als Wanda entführt wurde? Was hast du oder irgendein anderer Avenger getan, um sie zu retten? Ich dachte, das hätten wir geklärt. Niemand von uns konnte etwas tun. Nein, du hast das mit dir geklärt. Wir haben gehandelt. Und mit meiner Hilfe wärt ihr vielleicht erfolgreich gewesen. Bitte. Ihr Avengers wärt uns nur in die Quere gekommen. Wir werden es wohl nie erfahren. Und da heißt es, Tony hätte viel Ego. Das reicht. Ich habe genug Probleme im Limbo. Jemand muss dafür sorgen, dass wir sicher durch die Raumzeit reisen können. Wer läuft jetzt vor dem Kampf davon, Ilyana? Ich versuche, Jugend nicht mit Torheit gleichzusetzen. Ich wünschte, Ilyana würde nicht jemanden mit reichlich Lebenserfahrung ansehen und Inkompetenz erwarten. Vielleicht hätte ich mehr tun können, um Wanda zu retten. Aber erst wenn ich in mein Sanktum komme, kann ich alles sehen, was ich getan habe. Magic versteht einfach nicht, was du durchgemacht hast, Doktor. Natürlich nicht. Sie hat nicht annähernd so viel vom Universum erlebt wie ich. Warum stört dich das dann so? Du weißt, warum. Ich fühle mich ohne das Sanktum und all seine prophetischen Vorteile einfach nicht vollständig. Als wäre ich nicht ich selbst. Du kannst nicht mehr in die Zukunft sehen, okay. Aber das ist nicht dein wahrer Wert. Vielleicht ist es Zeit, deinen Platz in der Welt neu zu definieren. Vielleicht hast du recht. Aber wo fange ich an? In dem du dir bewusst machst, dass du der Meister der Magie bist. Egal, wo du nachts schläfst. Danke, Hunter, für deinen weisen Ratschlag. Nun entschuldige mich. Dieser Meister der Magie muss einen Weg finden, uns aus dieser Misere herauszuführen. Nico, was machst du in Wanders Zimmer? Wonach sieht es aus? Laut Ilyana steckt in diesem Grimoire mächtige Magie. Hier muss es doch was geben, um den dummen Zauber zu brechen, den deine Mutter über Wanda gesprochen hat. Damit wir alle wieder normal sein können. Wieder Freunde sein. Eine Bluthexe, ein Daywalker, ein Spirit of Vengeance, die ehemalige Königin des Limbo und Liliths Kind. Dass die Midnight Suns normal sind, würde wohl niemand behaupten. Dunkle Magie hat immer ihren Preis, Nico. Ich hoffe, du bist bereit, ihn zu bezahlen. Äh, hallo, Bluthexe. Ich spare mir die langen Ausführungen, aber sagen wir, ich weiß, welchen Preis man zahlen muss. Deine Magie fordert dein Blut. Die Magie in diesem Buch verspürt vielleicht einen anderen Hunger. Du spielst nicht mehr nur mit deinem eigenen Leben. Hey, du bist mit uns durch den Spiegel gegangen, Hunter. Soweit ich mich erinnere, wurde ich hineingesaugt, als ich versuchte, deinen Vortex zu stoppen. Ich wollte unsere Freundin retten, was ja wirklich toll geklappt hat. Ich hatte mir das so einfach vorgestellt. Wir finden Wanda, vermöbeln ein paar Hydra-Mistschweine, bringen sie zurück in die Abtei und... Caretaker backt einen Kuchen. Ich hatte nicht gedacht, dass Wanda versucht, uns umzubringen. Oder du sie. Die Wanda, die du kennst, würde dir nie schaden. Und ich würde ihr nie schaden. Das war... eine andere. Muss schön sein, sich das einzureden. Ich wette, das macht es vielleicht leichter, sie freizulassen oder wie du es nennst, wenn du sie umlegst. Tut mir leid, aber das kaufe ich dir nicht ab, Hunter. Tja, das war bevor du mich auf deiner Seite hattest. Vielleicht gibst du mir nächstes Mal einfach eine Chance, bevor du anfängst, dein Schwert zu schwingen. Du hast mein Wort. Gut, ich werde dich nämlich daran erinnern. Wenn du zur Diskussion von Wandas Befreiung nichts mehr beizutragen hast, widme ich mich wieder ihrem Grimoire. Ich werde nichts unversucht lassen, um sie wieder zur Vernunft zu bringen. Dann bis später. Fortschritte mit dem Tagebuch? Wenn du mit Fortschritt Anleitungen für genetische Experimente, dämonische Beschwörungen und wie Strange hier sagen würde, Trommelwirbel, Lilith-Fanfiction von Faustus in einer 10.000 Jahre alten toten Sprache meinst? Altes Atlantisch. Dann schon. Viel. Ich spreche tatsächlich etwas Atlantisch. Aber ich habe das gefunden. Ein Loch? Wir denken ein Versandlager oder Schmuggel. Faustus mag ein verrückter Irrer gewesen sein, aber seine Aufzeichnungen sind sehr genau. Falls jemand sie stiehlt, also ich, Durch das Loch. Lass mich raten. Darum bin ich hier. Nun, wenn man die nächtliche geheime Natur dieses Einsatzes und deine Erfahrung mit unterirdischen Belangen bedenkt... Na klar. Ich frage mich, warum immer ich derjenige bin, der die Drecksarbeit macht. Weil du ein Vampir bist? Weil du im Erdreich schläfst? Oder in einem Sarg? Ich meine, genau da liegt doch der Hund begraben. Ich bin sorry. Dann los. Los is lo. Große Hydra-Horde. Jetzt wissen wir endlich, wie sie Artefakte aus dem Sanktum schmuggeln. Gut. Also gibt es einen Weg, wie wir uns auch hineinschmuggeln. Lass mich raten. Tarnen ist nicht dein Stil. Ich bin ein Vampir schon vergessen. Wir haben das Tarnen erfunden. Das solltest du denen mal sagen. Wo denkst du, führt das hin? Runter. Bitte nicht das Versteck eines Feuer, Drachen. Hydra war fleißig. Was auch immer sie da unten tun. Es riecht niederträchtig. Erinnert dich das an Liss? Das Sanktum. Hintertür. Ich würde sagen, ja. Wir lieben unsere Mutter. Wir erwarten die Rückkehr der Mitternachtsomme. Wir pressen Eindringlinge. Und ihre kleinen Gehirne. Der Feuerdrache wäre mir lieber gewesen. Hey, von Helsing. Wenn du was tun willst, wäre es jetzt ganz gut. Warte, Dracula. Das wird jetzt wehtun. Erledige dieses Monster. Jetzt! Licht in der Dunkelheit. Kehre zurück, mein King. Ich darf nicht dem Ruf folgen. Unser Schicksal ist unausweichlich. Nicht schließlich. Ich fand Venoms Atem schon schlimm. Ist er. Du weißt, das ist ein Scherz. Oder, Charlie? Wie lange war ich weg? Tage. Was ist passiert? Vor oder nach deiner Explosion? Die Kette. Noch intakt. Nun, ich gebe zu, als Agatha und ich sie gemacht haben, konnten wir nicht ahnen, dass sie Alienenergie aushalten müsste. Fühlte sich wie mehr als das an, als hätte ich... Zu unserem Glück schien dieser Venom sie auch nicht zu mögen. Er ist durch sein Portal geflohen und so konnte Bley dich nach Hause bringen. Nächstes Mal schicke ich das Ding direkt in den Abgrund. Nächstes Mal gibt es kein nächstes Mal. Ich weiß, ich dränge zu sehr. Dränge dich. So bist du eben. Vielleicht nicht dieses Mal. Zumindest nicht, bis wir ein Gegenmittel gegen den explosiven Effekt dieser fremdartigen und mystischen Alienenergien haben. Apropos. Strange und Stark haben das unbedingte Bedürfnis, dich zu besuchen. Was ich natürlich nicht erlaube. Hoffentlich warst du nicht zu hart. Ich? Natürlich nicht. Nun, ich kann nicht für Charlie sprechen. Es würde aber nicht schaden, wenn du dich bald sehen lässt. Man macht sich langsam so. Komm rein. Es ist Zeit. Komm rein. Komm rein. Was du nicht sagst. Und du bist dir sicher, dass das hält? Sonst würden wir hier nicht stehen. Konzentriert ihr euch auf die Kreatur. Ich kümmere mich um das Halsband. Ich habe Bley nicht gesehen, seit er aus der Kanalisation zurück ist. Als er Hunter auf dem Rücken trug. Er ist noch draußen. Extrem grüblerisch drauf. Vielleicht redest du mal mit ihm. Ähm. Gute Idee. Ich komm mit, wenn du willst. Ich sage nur, dass der Tower verloren ist, wir Slimoramas Sanktum-Schild nicht durchbrochen haben und Hunter gerade... ...aufgewacht ist und jedes Wort hört. Schön, dass du wieder auf den Beinen bist, Boss. Schön, dich wieder auf den Beinen zu sehen. Strange und ich wollten auf einen Krankenbesuch vorbeikommen, aber dein Hund ist scheinbar teilweise Flammenwerfer. Sie will mich beschützen. So kann man es auch sagen. Du hörst mit Sicherheit alles Mögliche nach deinem letzten Tanz mit Venom. Wenn du uns beide fragst, dann... Wir finden, du solltest dieses Ding mindestens auf 50 Lichtjahre Distanz halten, bis wir wissen, was zur Hölle dazwischen euch vorgeht. Wie lautet das alte Sprichwort? Schlitz mich einmal auf, schäm dich. Aber zweimal. Hätte ich nicht besser sagen können, als ob ich mit einem lebenden Meme spreche. Ich hoffe nicht. Der letzte Meme wurde während der großen Keulung getötet. Ihre mimischen Fertigkeiten machten sie zu einer der tödlichsten Gefahren der alten Welt. Ah, zurück zum Kampf gegen das riesige Schleim-Alien. Pass auf, Strange und ich untersuchen seit Beginn dieses Albtraums Teile dieses Symbionten. Das Problem ist, je weiter sie von ihrer Quelle weg sind, desto mehr verändert sich ihre Molekularstruktur, was sie nutzlos für uns macht. In Zombiefilm-Worten, ich brauche eine Probe von Patient Null. Old Mac Schleimball persönlich. Venom. Oder Eddie, wenn es nach Peter geht. Aber ja, das ist unser... Mann. Wir holen uns eine Probe, halten ihre Molekularstruktur irgendwie so lange stabil, bis Strange und ich darin rumstochern können, und wir sind im Geschäft. Lass mich raten. Du hast ein neues Gadget für diese Aufgabe. Gadget? Nein, kein Gadget. Pläne für ein bahnbrechendes Gerät, das dieses Problem löst und dafür sorgt, dass du beim nächsten Kampf gegen ein unzerstörbares Monster nicht explodierst? Verlass dich drauf. Mir gefällt, wonach das aussieht. Gut, vorerst nenne ich es Symbionten-Proben-Extraktor. Hey, mir sind die Abkürzungen ausgegangen, okay? Phase 1 unseres Plans fürs Ende unseres Symbionten-Albtraums. Komm rüber zum Amboss und wir legen los. Oh, du hast keine Angst vor Nadeln, oder? Nadeln? Äh, vergiss die Frage. Da bitte, Hunter, ein Symbionten-Proben-Extraktor frisch aus dem Dämonen-Ofen. Das habe ich nicht erwartet. Ja, ich werde mich dem Ding keinen Zentimeter nähern. Du bist der Arzt, sag nicht, du hast Angst vor Nadeln. Das kann man wohl kaum eine Nadel nennen. Du sagst Tromate? Ich sage eine arg betriebene Gamma-Laser-Tromate. Egal, wir sind bereit. Jetzt müssen wir nur dicht genug an Venom rankommen. Ich nehme an, dafür hast du auch einen Plan? Leider nicht. War zu beschäftigt damit, unseren lieben Schmiededämon und Strange's Tipps zu ignorieren, um einen einzigartigen, gamma-betriebenen Symbionten-Proben-Extraktor zu bauen, der heiß genug brennt, um die Sonne zu durchbohren. Aber im Prinzip stecken wir ihm einfach das spitze Ende rein und das Gerät macht den Rest. Steckt das Ding erst, wird der Symbiont entnommen und in der Kammer gespeichert. Die Flüssigkeit darin sollte die molekulare Stabilität der Probe unbegrenzt aufrechterhalten. Ich hab sie auf Basis des Speichels kreiert, den er letztes Mal auf dir gelassen hat. Verstehe. Und glaubt Spider-Man, Peter, dass das funktioniert? Da bin ich nicht sicher. Ehrlich gesagt hab ich ihn diesmal quasi außen vor gelassen. Hör zu. Peter ist ein super Junge. Großes Herz. Er schaut Venom an und sieht nicht das gleiche Schleimmonster wie wir. Er sieht Eddie Brock. Nach dem, was er mir erzählt hat, waren die zwei zwar auch nicht die besten Freunde, bevor der Symbiont ins Spiel kam, aber Peter ist das egal. Es wird nicht leicht, an diese Probe zu kommen. Wir werden echt dicht ran müssen. Ich weiß, dass Peter alles geben würde, um Eddie zu retten. Sogar sein Leben. Ich will einfach nicht, dass er sich ablenken lässt, wenn die Zeit kommt. Denk dran, was mir mit Bruce passiert ist. Venom ist nicht Banner, Tony. Und Peter ist nicht du. Genau das meine ich ja. Ich guck Peter an und sehe... Nun, vielleicht die Person, die ich hätte sein können, hätte mich nicht Geld, Ruhm und Dads Kriegsgewinne verdorben. Vielleicht will ich den Jungen einfach so lange wie möglich an... Jungen sein lassen. Tony. Wir müssen Venom erst mal finden, bevor irgendetwas hiervon eine Rolle spielt. Da sein Symbiont sich fröhlich durch alle fünf Borrows schleimt, wird es schwer, mit herkömmlichen Methoden irgendein Signal zu kriegen. Die Art Methoden ohne dämonische Kräfte. Zum Glück gibt es da Tantien Caretaker und ihren magischen Spiegel. Hey, sprich doch mal mit ihr. Wir reden später, Hunter. Da ist sie. Die Kreatur. Und so ziemlich Hydras ganze Offensive. Stehlen zweifellos noch mehr Unbezahlbare und nebenbei bemerkt extrem mächtige... ...Artefakte, die aus dem Sanctum stammen? Eher nicht. Sie befestigen eine Stellung. Hier. Du hast recht. Wir kommen nie nah genug ran für eine Symbiontenprobe. Äh, nie würde ich nicht sagen. Wenn ein Problem? Kein Problem! Wow, dein Spinnensinn hat echt enorme Reichweite, Kleiner. Oder meine SMS-Kammer. Egal wie, ich bin euer Mann. Na komm schon, ich hab ne Idee! Niemand? Das hätte ich wohl vor dem Spiegel üben sollen. Sorry, Kid. Den Ausflug kann ich nicht riskieren. Klar, weil du so viel Erfahrung im Kampf gegen Venom hast. Für sein Alter scheint Spider-Man doch recht clever zu sein. Im Kampf. Nicht als Redner. Wir mischen uns auch nicht ein, wenn der Mandarin in der Stadt ist. Okay, gut. Verstehe. Was ist der Plan, Klei... Äh... Spider-Man. Banner. Yep, und dann Criss-Cross. Cross-Bones. Dann Eddie. Und ein ganz großes... Was ist das? Was es auch ist. Sie haben eine komplette Armee, um es zu beschützen. Aha. Sorry, müsste meinen Plan doch nochmal ganz schnell nachjustieren. Ah ja. Der Plan. Wie lautet er? Gut. Also, bleibt zurück. Erwartet mein Signal. So viel Zeit verschwendet. Gamma-Energie zu unterdrücken, anstatt sie zu nutzen. Oh, wenn Mutter sieht, was ich erreiche... Ah! Was läuft? Da! Fresst sein, Herr! Signal! Das war das Signal! Ich zähle wieder auf dich, altes Haus. Drei, zwei, eins. Das hat sonst immer geklappt. Na ja, einmal zumindest. Parker, Bericht. Parker, Startup. Tja, bin gerade etwas unter Druck. Aber Eddie ist genau da, wo er sein soll. Hey. Nicht hier, Metolina. So sehr mir unser Tänzchen gefällt, Eddie. Es geht bestimmt noch besser. Wie wäre es denn mit einem kleinen Smash-Up? Ist das nicht mehr angesagt? Finden wir es raus. Macht es geil. Das könnte jetzt ganz kurz wehtun. Das ist aber völlig normal. Macht es geil. Was war denn das? Nur eine Kleinigkeit. Ich nenne es den Plan. Puri hat bereits zwei Teams auf Venom angesetzt. Er sollte vielleicht noch zwei oder drei mehr losschicken. Du hast eine Kirche auf ihn fallen lassen. Der geht nirgendwo mehr hin. Parker? Oh. Den Gesichtsausdruck kenne ich. Glückwunsch. Gute Arbeit. Hey, danke, Leute. Das werde ich bis in alle Ewigkeit nie vergessen. Und eine Ewigkeit brauche ich wohl auch, um die Reparatur für die Kirche zu bezahlen. Oh. Keine Sorgen. Wir haben ja zum Glück ein Milliardär im Haus. Ja. Wenigstens ist Darks Kreditkarte für was gut. Ach, diese Kids. Reizend. Ein guter Plan, Peter. Meisterhaft ausgeführt. Der verrückteste Plan, der mir je untergekommen ist und sogar funktioniert hat. Ja. Und jetzt müssen wir die Probe, die er genommen hat, nutzen. Ähm, wir? Okay, Leute. Ich weiß, dass ihr alle was Wichtigeres zu tun habt, als mich anzufeuern. Gehen wir die Welt retten. Ach, und wenn das zufällig jemand mitgeschnitten hat, schickt mir das Material. Nur zu Trainingszwecken, versteht sich. Wie geht die Probenanalyse voran? Oh, du meinst die Fiole mit Alien-Glibber, den Peter aus dem armen Eddie geholt hat? Diese Probenanalyse? Genau das. Mit einem Wort. Eklig. Aber auf faszinierende Art eklig. Dieser Symbiont existiert als Ganzes auf der Molekularebene. Jedes seiner Atome ist in sich eine selbst erhaltende, schleimige kleine Einheit. Aber wenn die Moleküle sich verbinden, durchlaufen sie eine Veränderung, die man nur als etwas aus abstraktem Expressionismus bezeichnen kann. Und ich kann sehen, wie deine Augen glasig werden. Für dich ergibt es ganz sicher Sinn, aber bedenke, dass ich nicht aus dieser Zeit stamme. Ich gewöhne mich noch immer daran, dass das Licht angeht, wenn man auf einen Schalter drückt. Ha, richtig. Ich mache etwas langsamer, lasse das Fachlatein aus und komme direkt zum Punkt. Ich denke, wir können Venoms Schleimprobe als Basis für einen Anzug verwenden. Eine Art Venom-Anzug? Nein, nicht so wie bei Venom. Keine Symbiose. Es wäre eher eine Art Antisymbiont, um dich bei eurem nächsten Treffen zu beschützen. Stell es dir als eine Rüstung vor. Strange und ich arbeiten gerade an einem Entwurf. Gib mir 24 Stunden. Ich denke, dann wirst du mehr als zufrieden sein. Nein, auf keinen Fall. Du gehst zu weit, Nico. Als du das letzte Mal versucht hast, Wanda zu retten, hättest du uns alle fast umgebracht. Du wirst die Sicherheit dieser Abtei nicht mehr aufs Spiel setzen. Hör dich mal an. Ich habe womöglich einen Weg gefunden, Lillis Verderbnis zu beseitigen und Wanda und Benna zurückzubringen und du verbietest mir den Mund? Ich hab's dir gesagt. Es gibt keine Möglichkeit, Verderbnis zu beseitigen. Bloß weil du gescheitert bist, heißt das nicht, dass ich es nicht kann. Wovor hast du solche Angst? Dass ich tatsächlich Erfolg habe? Nein, ich befürchte, du wirst genau wie Wanda. Ach, so ist das. Du hast sie immer gehasst und jetzt richtest du diesen Hass auch gegen mich? So meinte ich das nicht. Nico, warte. Lass mich erklären. Ich brauche keine Erklärung von dir. Ich will, dass du mir aus dem Weg gehst. Ich bin am Ende meiner Weisheit, Hunter. Nico ist besessen davon, irgendwas in Wanda's Grimoire zu finden, um Liliths Bann über unsere armen Freunde zu brechen. Und es scheint, ich kann sie nicht davon abbringen, unsere Leben noch einmal zu gefährden. Man könnte meinen, nachdem sie diesen Spiegeltrick abgezogen hat, hätte sie ihre Lektion gelernt, aber nun legt sie noch einmal eine Schippe Finsternis drauf. Was glaubst du, sollten wir ihretwegen unternehmen? Ich bin nämlich vollkommen ratlos. Sie handelt aus Trotz, weil sie noch immer den Verlust von Wanda betrauert. Sie muss heilen. Sie muss wissen, dass sie dir nicht egal ist. Wenn wir Liliths Angriff auf diese Welt überleben, haben wir viel Zeit, uns auf eine Therapie-Couch zu legen und über unsere Gefühle zu sprechen. Bis dahin muss sie lernen, zu verarbeiten. Wie wir alle. Nico ist eine begabte Hexe, kein Zweifel. Aber sollte sie auf diesen Kurs bestehen, wird sie das gleiche Schicksal wie Wanda erleiden. Vielleicht kannst du sie beruhigen. Auf dich hört sie eher als auf mich. Danke, Hunter. Was beschäftigt dich, Doktor? Psst. Stell dich einfach einen Moment zu mir. Ich will sehen, ob du spürst, was ich spüre. Ich sehe, dass du es auch spürst. Die magischen Energien, die durch den Äther ins Sanktum fließen, werden stärker. Zu lange war mir der Zugang zu ihnen verwehrt. Doch wenn Toni und ich deine Rüstung fertiggestellt haben, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis wir das Sanktum zurückerobern. Mein Verstand rast vor Aufregung bei dem Gedanken daran, wieder in meiner großen kosmischen Bibliothek zu stehen, meine Kraft zurückzuerlangen. Du hast deine wahre Macht nie verloren, Doktor. Du hast sie auch jetzt. Nett, dass du das sagst. Doch es ist kein Geheimnis, dass ich nicht mehr bin, wer ich war, seit Venom mich aus meinem Zuhause vertrieben hat. Ich war so daran gewöhnt, die Zukunft zu sehen, dass Erwartung irgendwann eine fremde Empfindung war. Jetzt fühle ich nichts anderes. Erst wenn ich meinen Blick in unsere diversen möglichen Zukunfte zurückbekomme, werde ich endlich wieder durchatmen können. Bis dahin muss ich mit ausharren und daran glauben, dass du uns den Sieg bringen wirst. Das hoffe ich. Möge das Auge von Agamotto über uns alle wachen. Hunter, was du da hast, ist die allerneuste spezialligierte, handgefertigte, magisch gesicherte Personenschutzausrüstung. Ja, dank der Symbiontenprobe, die der junge Mr. Parker beschafft hat, konnten wir die außerirdische Energiesignatur, die dir solchen Ärger gemacht hat, isolieren. Mit dieser Rüstung solltest du dicht genug an Venom herankommen, um ihn auszuschalten. Diesmal ohne, du weißt schon, Explosion. Fühlt sich gut an. Jetzt bring mich einfach zurück nach New York und ich übernehme den Rest. Kein Zeichen von Venom. Der Parkerjunge hat es echt geschafft. Trotz seines Verschwindens ist sein kleiner Symbiont unglücklicherweise immer noch scharf auf mein Sanktum. Genau wie Hydra. Sie haben die Wachen erneut verstärkt. Komisch, ich dachte, das wäre unmöglich. Diese Symbionten-Kreatur hatte uns lang genug im Schwitzkasten. Höchste Zeit zu handeln. Ist dieses Ding auch wirklich sicher? Nun, es gab keine Anleitung dazu, aber die Logik und das Chaos stimmen. Du solltest gut geschützt sein. Es bleibt riskant. Lilith, das Sanktum zu überlassen, auch. Ihr habt beide recht. Ich wette, du hast was anderes im Petto. Sorry, wollt ihr nicht dazwischen funken. Ein Frontalangriff hat zu viele Variablen. Doch es gibt immer noch die... Die Hintertür. Na klar. Ich kenne die Risiken. Doch irgendwann müssen wir aneinander glauben. An uns selbst glauben. Dein Design wird halten. Wir würden dich nie unvorbereitet in den Kampf schicken. Und wie war nochmal die allererste Regel der Dämonenjagd? Wenn es nicht gleich klappt... Noch mal richtig. Ob Reed und Sue auch solche besonderen Momente mit Johnny und Ben haben? Was für eine runtergekommene Tapete. Ohne Ben im Kambol etwas Heißhunger auf. Das Böse verschlingt alles. Sogar sich selbst. Bereit für Runde zwei. Immer. Ding, ding. Was ist das? Altes magisches Graffiti? Sagt Usmeer. Nicht die Barriere. Das. Gertwecker, sag Strange, wir haben einen Weg zurück in sein Sanktum. Endlich. Oh, und noch etwas. Wir sind nicht allein. Das klingt wie aus einem von Blaze Action Filmen, aber los! Los zum Sanktum! Mutter. Wo warst du nur, mein Kind? Jetzt bin ich hier. Ja. Allein. Immer ganz allein. Bin ich etwa zu spät? Du kommst gerade recht. Ich sagte doch, die Tür funktioniert jetzt. Sorry. Das ist meine erste Apokalypse. Der Zauberlehrling kehrt zurück. Nicht gerade schön, was du mit diesem Ort gemacht hast, Dämonenmutter. Oder mit meinem Kumpel. Sei's drum. Bereits jetzt kehrt die Macht des Sanktums zu mir zurück. Von nun an entreißt du ihm keine Geheimnisse mehr. Aber das war nie der Plan. Jetzt. Ja, Mutter. Such! Nein! Wir verlieren sie! Vielleicht hat sie nicht so Unrecht. Nicht, solange ich den Riss versiegeln und das Sanktum retten kann. Na, komm schon! Wir müssen los! Geht, wenn ihr müsst. Ich. Halt durch! Das schaffst du nie! Nein! 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 Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber wahrscheinlich nichts Gutes, oder? Nein. Nein, nichts Gutes. Okay, ich sag's einfach. Das war echt, echt mies. Schlag noch ein paar Dutzend Echt drauf. Ich stehe unter Schock. Der Verlust des Sanktums kam unerwartet. Oh, unerwartet für dich? Das war mein ganzes Leben, was da vor meinen Augen aufgerissen und dezimiert worden ist. Wir müssen uns ernsthaft über Lilith unterhalten. Sie ist viel stärker, als wir ahnten. Wir haben getan, was wir konnten, und es war trotzdem nicht genug. Lilith nervt, definitiv. Aber momentan versteckt sie sich hinter unserem Freund Bruce. Und falls er ihr IT-Ratschläge gibt, ist das ein Problem, gegen das ich etwas tun kann. Ich bin gescheitert. Wie sonst soll ich es nennen? Ich habe nicht nur mein Team enttäuscht, sondern die Welt. Das ist richtig. Ihr alle seid gescheitert. Bloß nichts beschönigen, oder so. Aber das heißt nicht, ihr habt verloren. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Der Krieg ist längst nicht vorbei. Und morgen stehen wir wieder auf und kämpfen weiter. Ich bin zu müde für ein Hurra. Aber ich stimme zu. Ich weiß die aufmunternden Worte zu schätzen. Wir alle. Das glaube ich. Ruht euch jetzt aus. Geht schlafen. Die Schlacht kann bis morgen warten. Ich weiß, es ist schwer für dich. Aber das Sanktum ist verloren. Und wir müssen für das planen, was als nächstes kommt. Als nächstes? Armageddon ist schon eingetreten. Als nächstes kommt die Hölle auf Erden. Die Barriere ist durchbrochen. Wappne dich für den Fall der Welt. Stadt für Stadt. Nation für Nation. Ich bin nicht bereit aufzugeben und das solltest du auch nicht. Nicht nur der Verlust des Sanktums tut weh. Auch Banner. Um den kümmern wir uns. Solange er nicht zum Hulk wird. Sein Verstand macht mir die größte Sorge. Diese Rissbomben könnten seine erste von vielen furchtbaren Ideen sein. Er ist jetzt Liliths mächtigste Waffe. Dann weißt du, womit wir zurückschlagen müssen, oder? Wir haben es versucht. Blaze ist unmöglich. Wenn er uns nicht das Pergament gibt... Stimmen tragen. Reden wir leiser. In der Kanalisation sollen Zombies lauern. Vampire in Manhattan. Noch mehr Vampire in Manhattan. Der grüne Himmel wächst. Das sind alles nur Gerüchte. Sorry, Cap, aber das sind mehr als Gerüchte. Mein Spinsinn spielt vollkommen verrückt seit wir... Das Sanktum verloren haben? Vielleicht versteht ihr jetzt, warum ich es retten wollte. Stellt euch das Sanktum wie eine übernatürliche Ozonschicht vor. Wenn sie reißt oder explodiert... Entstehen Löcher. Nur gibt es in diesem Fall statt Sonnenbrand Dämonen. Viele Dämonen. Und seine Kinder wärmten sich in seinem Licht, als der Götzentempel fiel. Oh, von welchem Album ist das? Die Prophezeiung. Der finstere Gott C'tharn plant seine Rückkehr. Nun, gehört dem finsteren Gott C'tharn auch eine Ranch im Südwesten? Da draußen ist nämlich ganz schön die Hölle los. Da gibt's noch etwas, das ihr nicht wisst. Und das wäre? Carnival. Johnny Blaze und der Quentin Carnival. Echt? Jetzt! Wer genau ist Johnny Blaze? Eine Legende. Berühmter Stuntfahrer und dazu noch Spirit of Vengeance. Und Hüter des Pergaments der Macht. Die letzte Seite des Darkhold. Der Teil, den meine Mutter für die Prophezeiung braucht, um C'tharn zu befreien. Wann hattest du vor uns allen davon zu erzählen? Willkommen in unserer Welt. Wo wäre der Sinn eines geheimen Wächters ohne Geheimnisse? Ach ja, so wie es aussieht, ist euer kleines Geheimnis keines mehr. Ohne die Barriere waren unsere Feinde wohl in der Lage, die Seite zu ordnen. Weiß Gott, welch elenden Unhold Lilith damit beauftragt hat? Er hatte sie nicht, aber du vielleicht. Wir werden dafür beteiligt, die Seite zu finden, Creed. Keine Spielchen jetzt. Oh, hierbei geht es nicht mehr ums Geld, Ramlo. Und du kannst zur Hölle vorn. Das können ja alle. Oh, Mist. Das ist jetzt unfair. Übergib mir die Seite, Blaze. Schick er Fleischanzug. Ergib dich. Oder stirr. Wir haben Junior aufgegabelt. Kind. Haben nachgetroffen, ne? Dann wirst du das hier lieben. Dachte, du wärst tot, Johnny. Das war der Plan. Ich würde ja gar noch ein bisschen plaudern. Aber ich hab Wichtigeres zu tun. Legendäre Johnny Blaze. Ich hab viel von dir... Hörst du das? Das ist deine Schuld. Spiel ruhig mit Mami. Viel Spaß. Ich muss Menschen retten. Mami? Lange Geschichte. Es ist zwecklos, Kind. Die Prophezeiung wird sich erfüllen. Mag sein. Aber nicht heute. Hoffen wir's. Ohne deine kleine Knarre bist du nicht mehr so tough. Das werde ich genießen. Nicht so sehr wie ich. Er ist tief. Bist du mit jedem Arzt hässlich da? Du... ...wirrst kleiner... ...wischt. Stopp. Kümmert euch nicht um mich, Idioten. Hinterher! Diesmal fließt du nicht, Kree. Genau das wollte ich auch gerade sagen. Zu euch! Darauf werde ich kein zweites Mal reinfahren. Das ist mir klar. Gern geschehen. Jetzt reicht es. Ruhig, Blut. Das waren seine Leute. Gern geschehen. Wir haben alles versucht, Blaze. Das sagen alle, die Blut an den Händen haben. Wenn wir die Mitternachtssonnen nicht stoppen, wird es auf der Welt um einiges blutiger. Nicht mehr mein Problem. Vergesst die elende Prophezeiung. So wie ich es verdammt nochmal tue. Willst du ihm nicht hinterher? Nein. Er mag nicht zugehört haben. Aber ich schon. Also sprich weiter. Was auf dem Jahrmarkt passiert ist, war eine Tragödie. Eine, die man hätte verhindern können. Hättest du nicht so viel für dich behalten? Was ist das? Ein Duett? Seit wann seid ihr zwei so gesetzt? Nicht das Thema wechseln. Die Spirits of Vengeance waren schon immer die geheimen Hüter des Pergaments der Macht. Hüter? Blaze benutzt die Seite wahrscheinlich gerade als Klopapier. Ich kann den Kerl, du traust ihm zu viel zu. Wir taten, was nötig war. Dieses Geheimnis hat die Seite jahrhundertelang vor unseren Feinden verborgen. Zu welchem Preis? Mit Geheimnissen gewinnt man diesen Krieg nicht. Magic hat recht. Wollen wir verhindern, dass Lilith noch weitere Massaker anrichtet, müssen wir ab jetzt mit offenen Karten spielen. Da gibt es sonst nichts, Captain. Ich wünschte, ich könnte dir glauben. Ich auch. Dann sehe ich keinen Sinn darin, dieses Gespräch fortzusetzen. Was liest du da, Nico? Eine limitierte Ausgabe des Buches von Thoth. Das Buch Thoth? Wo hast du ein derart seltenes Buch gefunden? Hab ich nicht. Jemand hat es liegen lassen. Schon seltsam, wo ich doch nach einem Buch über Chaos-Magie gesucht habe, damit ich Wanders Grimoire etwas besser verstehen könnte. Ich hatte nicht erwartet, irgendetwas zu finden, da Caretaker wahrscheinlich jeden einzelnen Text zu dem Thema versteckt oder verbrannt hat. Aber puff, dann lag da das und wartete auf mich. Caretaker hat die Bücher über Chaos-Magie aus gutem Grund versteckt. Nun, jemand sollte ihr sagen, dass Bücher nicht beißen. Zumindest nicht alle von ihnen. Ich weiß aus verlässlicher Quelle, dass das sumerische Buch der Toten dir was abweist. Solltest du ihm Eselsohren geben. Nun, ich hoffe, du hast gefunden, was du gesucht hast. Habe ich. Historischen Aufzeichnungen zufolge soll einst ein Pharao einem dunklen Wahnsinn anheimgefallen sein, nachdem er eine Seite aus einem alten Buch gelesen hatte. Den Schriften des Kethon. Warte, das ist ein anderer Name für das... Darkhold, ich weiß. Weißt du, ich wäre nicht überrascht, wenn das der erste jemals verzeichnete Fall von Verderbnis wäre. Wurde die Verderbnis dieses Pharaos je geheilt? Moment, zu diesem Teil der Geschichte komme ich noch. Also, die Legende besagt, dass nichts den Pharao heilen konnte, bis dieser reisende Lichtwirker des Weges kam, dem Pharao die Hand auflegte und eine Beschwörungsformel sprach. Der Pharao kam wieder zu Sinnen und wurde wieder ganz der alte, klassisch-ägyptische Despot. Klingt, als hätten alle Beteiligten ihr bestmögliches Ende gefunden. Nun, nicht alle. Naja, als der Lichtwirker die Beschwörungsformel sprach, absorbierte er sämtliche Verderbnis des Pharaos mit seinem Körper und, äh, starb. Er hat nicht überlebt? Nein. Aber die Zeilen der Beschwörungsformel sind in diesem ganzen Buch verstreut. Ich werde Magic bitten, mir bei der Transkription zu helfen, um zu sehen, ob wir Wanda damit heilen können. Lass mich das klarstellen. Du planst mit Magic eine 100.000 Jahre alte Beschwörungsformel zusammenzufügen, die nur einmal funktioniert und ihren Wirker sodann getötet hat? Ja. Niko, das klingt zu gefährlich. Selbst für dich. Irgendetwas muss ich versuchen. Caretaker wird nicht erfreut sein, wenn sie davon erfährt. Caretaker kann mich mal. So, und jetzt suche ich Magic und sehe, dass wir mit dieser Transkription vorankommen. Ich gebe dir Bescheid, wenn's soweit ist. Bis dahin kein Wort darüber zu niemandem. Ach, das funktioniert nicht. Die Kartentafel? Soll ich Tony holen? Nein, ich meine, die Midnight Suns, Avengers und jetzt X-Men. Die Abtei, nichts davon funktioniert. Und die Schuld dafür trage nur ich. So sehe ich das nicht. Ich weiß das seltene Vertrauensvotum zu schätzen, aber du irrst dich. Das war ich. Drei Teams unter einem Dach. Alle kämpfen aus anderen Gründen. Nichts vereint uns. Das lässt sich noch ändern. Wäre Agatha hier, würde sie sagen... Ach egal. Sie ist ja nicht hier. Was würde sie dir sagen, wenn sie hier wäre? Sei nicht so stur. Alle hinter einer Sache zu vereinen, ist längst überfällig. Und dass sie dich liebt. Ja. Und? Was jetzt? Ich berufe ein Treffen ein. Wann? Heute Abend. Ich gebe allen Bescheid. Komm nach der Mission zu mir. Wir gehen zusammen. Alles klar. Hey, Kindchen. Es ist fast Zeit für das Treffen. Ich bin bereit. Alles klar. Es ist nicht weit von hier. Hallo, Liebling. Was machst du denn hier? Immer wenn Sarah so nervös war, blieb ich in der Nähe. Ein Blick, ein Lächeln, eine Berührung. Das half immer. Ich kann das jetzt natürlich nicht, aber selbst im Tod wache ich über sie. Warum sollte sie nervös sein? Ich weiß nicht. Ich bleibe einfach, um es rauszufinden. Alle sind hier. Dann fang ich mal an. Klingt, als würdest du zögern. Das tue ich auch. Ich muss mich einen Moment sammeln. Was hast du mir immer gesagt? Zögern ist ein Geschenk an deinen Feind. Wie grausam, meine eigenen Worte gegen mich zu richten. Besonders, wenn du recht hast. Zeit, kurzen Prozess zu machen. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Ernsthaft. Ich hätte nicht damit gerechnet und darum auch dieses Treffen. Hunter und ich tun alles, um Lilith und ihren Meister Kathon zu stoppen. Bei euch anderen bin ich mir nicht so sicher. Äh, wir sind natürlich mit dabei. Ach ja? Ich sehe nur Möchtegern Helden, die sich gegenseitig in die Pfanne hauen, statt die Mutter der Dämonen zu bekämpfen. Moment mal. Wenn hier jemand nicht alles gibt, dann die Midnight Suns. Und wenn jemand nur an sich selbst denkt, dann die Avengers. Und genau davon rede ich. Aber das ist nur meine Meinung. Also frage ich Hunter. Wer ist dir eigentlich für unseren dysfunktionalen Zustand verantwortlich? Wenn jemand verantwortlich ist, dann ich. Das sehe ich anders, Boss. Absurd, dass ich das sage, aber... Toni hat recht. Das wird mein neuer Klingelton. Ruiniers nicht. Es stimmt. Ich habe versagt. Ich sollte genug Leute zusammen trommeln, um Lilith in die Knie zu zwingen. Und das habe ich nicht geschafft. Sie wird alles vernichten, was ihr kennt. Alles zerstören, was ihr liebt. Das schweißt sie und ihr Gefolge zusammen. Lilith zu dienen, heißt Krithun zu dienen. Wenn ihr jetzt nicht an einem Strand zieht, wenn ihr lieber einander bekämpft, haben wir schon verloren. Die Midnight Suns sind unerfahren. Klar, sie haben Potenzial. Aber wir können so eine Bedrohung nicht diesen Halloween Teens überlassen. Ähm, wir sind alle über 20. Kaum zu glauben. Siehst du, die Avengers unterschätzen ihre Verbündeten. Machen sie das mit der Mutter der Dämonen auch? Wenn sie uns führen, ist es vorbei. Ihr habt beide recht. Hunter wird uns führen und sonst niemand. Das ist unser Steve. Was meinst du, Hunter? Bist du gewillt, uns gegen deine Mutter in den Kampf zu führen? Es gibt niemand Besseren für diese Aufgabe. Selbstvertrauen ist für Anführer gut. Arroganz eher nicht. Hältst du mich für arrogant? Ich hoffe nicht, aber wir werden es wohl herausfinden. Wir sind ein Team, Hunter. Wie willst du uns anführen? Wir kennen unser Ziel. Jetzt müssen wir darauf hinarbeiten. Ich werde alle hier ans Limit bringen. Aber niemand muss tun, was ich nicht tun würde. Ohne Respekt und Vertrauen sind wir kein Team. Sehr inspirierend, Boss, aber kommen wir doch mal zur Sache. Wir sind hier alle gleich und mein Team ist das Erste unter Gleichen. Kein Zweifel, diese Kids haben ein Herz. Ohne sie könnten wir das hier nicht stemmen. Aber das ist nicht unsere erste Apokalypse. Und Erfahrung schlägt Herz jederzeit. Boss, ich muss wissen, wie du dazu stehst. Tony, glaubst du wirklich, die Welt ist in Gefahr? Na logisch. Und glaubst du, ich kann das Team im Kampf anführen? Naja, ja. Dann müssen du und die anderen Avengers mir vertrauen, dass ich das Beste für uns will. Äh, ich will die schöne Stimmung ja nicht verderben, aber was ist mit uns? Wir waren ja offensichtlich Luft, als Tony und die anderen aufkreuzten. Caretaker hat unser Team gegründet, um dieser Gefahr zu begegnen, aber wir wurden abgedrängt. Wir... Ich muss wissen, dass damit jetzt Schluss ist. Es gibt keine Zukunft, in der die Midnight Suns diesen Kampf verpassen. Mehr wollten wir nicht hören. Ihr müsst aber mehr hören. Alle hier. Nico, Blade, Ileana und Robby waren vielleicht zuerst hier. Aber jetzt? Wir alle sind die Midnight Suns. Wenn wir alle daran glauben, haben wir eine Chance gegen meine Mutter. Das reicht für heute. Denkt alle darüber nach, was wir besprochen haben. Entschuldigt mich jetzt. Ich muss kurz mit Hunter reden. Das war's. Wir haben alles versucht. Hoffentlich klappt es. Ich sehe noch immer nicht den Sinn darin. Sie denken endlich an wen anderen als sich selbst. Darum ging es. Das kam völlig unerwartet. Kind, du hast kein Pokerface. Damit die anderen dich als Führungskraft sehen, muss deine Reaktion ehrlich sein. War Steve eingeweiht? Nein, aber er respektiert dich. Ich dachte mir, er sagt seine Meinung. Hätte er dich nicht vorgeschlagen, hätte ich es getan. Mehr habe ich nicht gebraucht. Heute haben wir den Ball ins Rollen gebracht. Der Rest ist Schwerkraft und ein gelegentlicher Schubs. Bezieht sich das auf Pinball? Agatha zwang mich in den 70ern zu einem Hobby. Ich gewann ein paar Mal. Woher kenne ich Pinball? Vielleicht ein Zeichen des Universums, dass du nach all dem mal gegen mich antreten sollst? Du denkst, ich hätte eine Chance? Nein, du wärst schneller ausgelaugt als Salz. Wollte gerade unseren neuen Kumpel Blaze aufspüren, da passierte plötzlich sowas. Equo ne credite, Toykri. Latein? Traut nicht dem Pferd, Trojaner. Carol, was wolltest du da eigentlich aufspüren? Da. Eine Nachricht. Naja, eher ein schlechter Witz aus dem Jenseits. Howard? Seine Forschungsdateien. Gibt es unautorisierten Zugriff, wird das Trojanische Pferd aktiviert und... Bingo. Da ist unser kleiner Dieb. Der Südwesten. Das kann kein Zufall sein. Tony, gilt das für alle von Howards Dateien? Oh nein, nur für die Wichtigen. Die wirklich Brisanten. Wie brisant? Zweimal darfst du ran, aber einmal reicht. Was ist groß und grün? Stark, warten Sie! Wir wissen nicht, was er vorhat! Wir haben schon mal mit Bruce gezögert und mussten es büßen. Keine Sorge, diesmal habe ich bedacht, dass... Und wenn diese Ergebnisse stimmen, ändert das alles. Du hast das Trojanische Pferd absichtlich aktiviert, oder? Richtig. Noch eine Falle, Bruce? Ich bin enttäuscht. Keine Falle, Tony. Eine Einladung. Wozu? Um bei Miss Damon und der Gruselcrew mitzumachen? Wenn sie jemanden bekämpfen könnte. Dann wärst du das. Und warum sollte ich das tun wollen? Sie schätzt mich wert. Nicht das Monster, auf das ihr alle so scharf seid. Gemeinsam werden wir die Grenzen einreißen zwischen dem, was ihr Magie und Wissenschaft nennt. Aber was weiß ich schon? Mein Gamma-Beschleuniger ist nur der erste Schritt. Wir stehen an der Schwelle einer wahren Kamera. Ja, ja, hab ich oft genug gehört. Immer wenn mein Vater wieder ein neues Wettrüsten vorhatte. Spar dir deine falsche Empörung für die Kameras. Wir wissen beide, du bist interessiert. Ich will, dass du Howards Werk vollendest. Aha. Mit mir. Natürlich. Zusammen erfüllen wir Howards Starks Schicksal. Yep. Und baden in der Pracht der Dark Mother. Und da haben wir's. Tja, Bruce, diese ganze Lilith-Sache scheint ja für dich ganz gut zu funktionieren. Aber das Problem ist, ich habe schon mein Team. Ich weiß dein Angebot zwar zu schätzen, aber wir holen uns Vaters Daten zurück und treten ihr in den Arsch. Du missverstehst mich, Tony. Das war keine Bitte. Geschafft. Warum machst du es mir immer so schwer? Er ist halt ein Lösch-Pelz. Tony, warte. Wir haben, was wir wollten. Es gibt keinen Grund, ihm zu folgen. Ich wollte mit dir reden, Tony. Aber du hörst einfach nie zu. Genau wie Mutter sagt. So ein Mist. Einfach zu schön. Zu schmerzhaft für Worte. Also zeige ich es dir. Ja. Natürlich. Oh, und Tony. Das war die Falle. Wie nennst du das Ding noch mal? Fred Maiden. Okay, leuchtet an. Ich hatte mich gerade wohl kurz nicht im Griff. Ich hätte auf dich hören sollen. Entschuldige bitte. Er, der sich auf die Suche nach Rache macht. Diese Arbeit, diese Entdeckung wird sich nach aufkommende Generationen auswirken. Und mein eigener Sohn, Tony. Besser du darfst. Jedes Mal, wenn ich meine Familienprobleme endlich hinter mir lasse, kommt jemand und reißt alte Wunden auf. Geht es hier um das, was Benna in den Akten deines Vaters gefunden hat? Bingo. Sagen wir einfach, deine Mom und mein Dad hätten ein echt hübsches Paar abgegeben. In der Hölle. Zumindest hast du es geschafft, dir zu greifen, was Benna wollte. Ein Etappensieg, schätze ich. Aber ich glaube nicht, dass Benna und seine Puppenspielerin so einfach aufgeben. Besonders nicht in dem Wissen, was für Zeug mein Vater in diesen Akten hatte. Vielleicht sollte ich mehr über deinen Vater wissen. Die Dads anderer Kinder sammelten als Hobby Münzen oder Briefmarken. Meiner hat Verträge mit dem Verteidigungsministerium gesammelt. Und wenn er gerade mal nicht versucht hat, eine bessere Bombe zu bauen, hat er mich angeschrien. Weswegen? Wegen allem. Und Benna will eine der Bomben deines Vaters? Schlimmer. Howard hegt ein leidenschaftliches Interesse für Gammastrahlung. Das ist das Zeug, das Hulk zum Hulk macht. Er hat immer davon gesprochen, einen Gamma-Beschleuniger zu bauen. Eine unvorstellbar mächtige Maschine. Wenn es das ist, was Benna will, steht uns eine Welt der Schmerzen bevor. Was immer es ist, Benna wird es auf keinen Fall in die Finger kriegen. Nun, ich hoffe, du hast recht. Ich wünschte, ich hätte gerade deine positive Einstellung. Falls es hilft, könnten wir gemeinsam die Akten durchgehen, eine Strategie entwerfen. Danke für das Angebot, Hunter. Aber im Moment muss ich einfach nur aus diesem Anzug raus und meine Gedanken sortieren. Es ist eine simple Frage. Ich meine... Vielleicht? Vielleicht? Du hast vielleicht gestohlene, unverkennbare Gammatechnologie in dem Krusellabor gesehen? Möglicherweise. Wir waren beschäftigt. Ja, mit der Rettung einer Freundin, die ihr im Stich gelassen hat. Nein, die wir alle retten wollten. Zusammen mit dem Rest des Planeten. Banners Beschleuniger. Und das von dir? Du hast erst vor ein paar Wochen deine erste Glühbirne gesehen. Das wär's dann wohl hier. Was, wenn ich sagen würde, dass wir theoretisch das Pergament der Macht mit dem Beschleuniger zerstören könnten? Dann würde ich theoretisch sagen, dass sich ohne Pergament die Prophezeiung nicht erfüllen kann. Aber das ist unmöglich. Einverstanden. Sagt der Zauberer mit dem sprechenden Cape. Der wiederbelebte Dämonenjäger, die Bluthexe und die Königin des Limbo. Ich bin hier der Allerlangweiligste. Es könnte einen Weg zurück in die Anlage geben. Das hast du nie erwähnt. Mein Schwert erinnert sich an jedes Portal, das ich öffne, aber... Ich zeige es dir besser. Ah! Jedes Mal, wenn ich es versuche, stößt mich etwas zurück. Als ob ich vor eine Wand liefe. Wand? Eher das pure... Böse. Eine dämonische Energiebarriere. So etwas habe ich noch nie gefühlt. Bruce. Was wir auch tun, erst uns immer einen Schritt voraus. Wenn man bedenkt, dass er immer der langweiligste war. Es muss einen Weg hindurch geben. Wir müssen ihn finden. Erklär das mal, Tante Caretaker. Sie hat mir eine Standpauke gehalten, weil ich dich in Gefahr gebracht habe. Kümmere du dich um die Barriere. Ich übernehme Sarah. Ein solches Kraftfeld, das von dämonischer Energie getragen wird, ist für fast jeden unpassierbar. Fast? Nun ja. Das Kraftfeld wurde durch dunkelste Magie erzeugt. Ähnlich wie die dunklen Energien in dir selbst. Ach, schön. Es hat also doch einen Vorteil, eine innere Dunkelheit in sich zu tragen. Bestimmt sogar sehr viele Vorteile. Dieser spezielle ist mir nur am deutlichsten geworden. Also, was schlägst du vor? Ich stelle mich vor die Barriere und versuche durchzuspazieren? Noch nicht. Du brauchst einen Schutz. Eine Art Rüstung? Ich will erst noch in der Bibliothek recherchieren, bevor ich zu viel sage. Alles schien irgendwie hoffnungslos, bis ich anfing in Dads alten Akten zu stöbern. Und dann? Bingo. Der alte Mann lieferte. Der Mann, den du gehasst hast. Gibt uns unser größtes Ass im Ärmel. Ich weiß, die Ironie entgeht mir nicht. Wir können wohl nur herausfinden, ob es funktioniert, indem wir es ausprobieren. Das ist die richtige Einstellung. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, sage ich immer. Ursprünglich sollte der Gamma-Beschleuniger Gammastrahlung überladen. Er könnte einen Hulk-Smash in einen Hulk-Kill verwandeln. Ich weiß, worauf das hinausläuft. Und wer sagt, dass nur Hulk Spaß haben soll? Mit ein paar Modifikationen könnte man aus ihm eine sehr leistungsstarke Waffe machen. Ganz ehrlich, das trifft wohl irgendwie auf alles zu, was mein Vater geschaffen hat. Also das Labor. Steht auf unserer To-Do-Liste. Aber im Moment haben wir Wichtigeres zu tun. Wir müssen das Pergament der Macht in die Finger bekommen. Und dafür müssen wir Johnny Blaze zur Kooperation bewegen. Du hast offenbar etwas zu sagen, also sag es bitte. Und mach schnell, wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen zurück in das Hydra-Labor, das Banner benutzt hat. Wir brauchen... Ich muss nicht noch mehr hören. Die Antwort ist nein. Kertiker, bitte. Es ist möglich, dass wir mit dem Stark-Gamma-Beschleuniger das Pergament der Macht zerstören können. Wenn das so ist, möchte ich meinen Unmut deutlicher ausdrücken. Nur über meine Leiche lasse ich einen von euch zurück ins Labor. Schon gar nicht dich. Mein Job ist es, dich am Leben zu erhalten. Und das habe ich auch vor. Und jetzt möchte ich nichts mehr von diesem unüberlegten Plan hören. Als ich sagte, ihr müsst besser als Team arbeiten, meinte ich nicht, dass ihr besser arbeiten müsst, um auf absurde Ideen zu kommen. Hör zu. Verzeih, wenn ich dich verärgert habe. Das wollte ich nicht. Ach, schon gut. Es ist für alle eine schwierige Zeit. Wenn ich zuließe, dass dir etwas zustößt, wäre all das hier wertlos. Verstehe. Du willst nur für meine Sicherheit sorgen. Ich versuche, dich am Leben zu erhalten. Sicher und lebendig sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Und es wird viel einfacher sein, sobald du aufhörst, dich in Gefahr zu stürzen. Und wenn du dich produktiv fühlst, ruf vielleicht das Team zusammen und nutze ihre kollektive Entschlossenheit, damit uns die Zeit nicht davonrennt. Denn es scheint, dass die Zeit jetzt auch einer unserer Feinde ist. Raus damit. Was hat Caretaker gesagt, als du vorgeschlagen hast, wieder in Banners Labor einzubrechen, um Starks Gamma-Dings zu holen? Gamma-Beschleuniger. Ja, den. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht gut gelaufen ist. Überhaupt nicht gut. Sie wird ihre Meinung ändern. Nein, wird sie nicht. Wir müssen wieder hinter ihrem Rücken herumschleichen, wenn wir etwas erreichen wollen. Und das sollte nicht so sein. Sie sollte uns vertrauen. Man sollte uns vertrauen. Nichts für ungut, Eliana. Aber wir haben Caretaker nicht gerade viele Gründe gegeben, uns zu vertrauen. Das nehme ich persönlich. Du kannst dich auf dein hohes Ross setzen und so tun, als wärst du unschuldig. Aber wir beide wissen, dass das nicht stimmt. Vielleicht solltest du um das Vertrauen von Caretaker betteln. Deshalb musst du Caretaker unbedingt davon überzeugen, dass es im besten Interesse des gesamten Teams ist, in Banners Labor zurückzukehren. Glaubst du, wir treffen dort auf Wanda? Ich weiß, das werden wir. Jetzt beeil dich und finde einen Weg, es auch zu tun. Wir zählen auf dich. Äh, mag mir jemand verraten, was wir hier tun? Wir haben einen Plan, Robby. Du musst nur etwas anziehen. Äh, was anziehen? Dazu kommen wir noch. Ein Statement-Teil. Was für ein Statement? Entspann dich, Junge. Du solltest dich freuen. Du wirst Johnny Blaze für uns herbeirufen. Und was soll ich jetzt machen? Johnny Blaze anrufen? Mit meinem Spirit of Vengeance Handy? Das war die Idee. Woah, woah, woah. Ich scherze nur. Wir aber nicht. Mit den Purpurbändern von Cytorak kann die Spiegeltafel die natürliche Verbindung zum Spirit of Vengeance vielleicht aktivieren. Eine Leihgabe des Dämons in unserer Schmiede? Etwas Aloy wird dem Scheuern vorbeugen. Bisher ist jeder unserer Versuche fehlgeschlagen. Wenn wir Blaze und die Seite finden wollen, dann brauchen wir jetzt Robby Reyes und den Rider. Leider. Gut. Was soll ich tun? Fest an Blaze denken? Blaze! Die Geister sind verbunden. Was du nicht sagst. Du kannst dem Schicksal nicht entfliehen. Du kannst dich nicht verstecken! Oder Lilith, wie es scheint. Wir müssen gehen, Hunter. Das Pergament der Macht darf auf keinen Fall hin. Wind dran. Fisch ab, Glühwürbchen. Das war genial! Perfekt! Perfekt! Wasserhülle! Für Hühner, ihr Loser! Ihr seid echt solche Trottel. Oh man will etwa... Er zieht es echt durch! Zieht was durch? Festhalten! Noch eine Fleischpuppe, Lady? Wenn du so scharf auf die Seite bist, hol sie dir doch selbst. Verlockend? Wirklich? Aber ich habe meinen Kindern versprochen, sie aus deiner Seele reißen zu dürfen. Welche Seele. Hallo, Mutter! Du bist es wirklich! Du sagst es, Junge. Mehr oder weniger. Die Seite, Blaze. Dieses Mal bin ich nicht so... gnädig. Später mehr. Seelenlose. Die Bastarde riechen das Misting wohl. Verdammt sein, meine Mutter! Lillith ist den Seelenlosen sowas von egal. Und sogar C'thun. Wem dienen sie dann? Gute Frage. Aber im Moment habe ich ne bessere. Ihr wollt das? Deswegen seid ihr alle hier? Tenebris, Ignis. Lux Tenebris. Warte. Er ließ doch dich in die Seite. So. Tut er. Zurück. Hier wird es gleich richtig. Sparsa! Heiß. Ja. Ganz recht. Ihr habt überlebt. Das ist doch was. Ich melde mich. Cool. Was? Der weiß, wie man einen coolen Abgang macht. Banner hält sich für ach so clever mit dieser Dämonenbarriere. Aber ich kann dir versprechen, ich lache zuletzt. Ach, das hier ist kein Wettbewerb, Tony. Ich muss mich konzentrieren. Dann kann ich Hunter durch die Barriere bringen. Worauf warten wir noch? Abgesehen von deiner pausenlosen Mörgelei über Banner? Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, Hunter für den Weg durch die Barriere ausreichend zu schützen. Klar. Während du an deinem magischen Feenstaub arbeitest, finde ich heraus, wie wir das Pergament zurückbekommen. Es ist zu gefährlich, es da draußen in der Wildnis zu lassen. Das ist kein Feenstaub. Das ist völlig falsch für diesen Job. Und gäbe es das Sanktum noch, wäre es der perfekte Ort, um das Pergament aufzubewarten. Gibt's aber nicht mehr. Und Banner ist da draußen und macht sich über mich lustig. Also, holen wir uns Antworten. Du wolltest mich sehen? Du wirst es nicht glauben, aber wir haben es geschafft. Was geschafft? Erinnerst du dich an den ersten Bericht über die Verderbnis der Lillen, den ich im Buch Thoth gefunden habe? Meinst du die Geschichte vom alten Pharao, der von der Verderbnis befallen war? Und dem reisenden Lichtwirker, der ihn reinigte? Genau die. Natürlich erinnere ich mich. Magic und ich haben endlich die Beschwörungsformel des Lichtwirkers niedergeschrieben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir damit endlich Wann das Verderbnis durch deine Psychomutter beseitigen können. Ziemlich sicher reicht nicht. Vor allem nicht, wenn man sich mit so instabilen Kräften wie der Chaosmagie befasst. Oh je, Hunter. Klingt das nicht sehr nach Caretaker? Die Beschwörungsformel hat jemanden getötet, Nico. Das klingt nicht sicher. Oh, es ist definitiv nicht sicher. Inwiefern? Der Lichtwirker starb, weil er die ganze dunkle Energie in seinen Körper aufnehmen musste. Es war zu viel für ihn. Ich habe versucht, einen Ausweg zu finden, aber alle Texte über Chaosmagie sagen das Gleiche. Verderbnis kann nicht eliminiert werden. Sie muss irgendwo hin. Oder zu irgendjemandem. Wer sie also von Wanda entfernt, muss sie selbst absorbieren. Bitte sag mir, dass du nicht versuchen wirst, sie zu absorbieren. Du wirst unweigerlich fallen. Oh, ich absorbiere nicht die toxische Energie deiner Mutter. Das machst du. Wie bitte? Bevor du ausflippst, hör mir einfach zu. Du bist Lilis' Kind. Du allein hast ja eine Chance, all diese dunkle Energie zu absorbieren und nicht zu fallen. Außerdem, wenn du es nicht tust, tue ich es. Und dann hast du meinen Tod auf dem Kerbholz. Also, willkommen an Bord, Hunter. Wann geht es los? Sobald wir wieder in Banners Labor einbrechen. Oh, und noch etwas. Du musst die Beschwörungsformel auswendig lernen und sie wortwörtlich aufsagen, wenn du Wanda im Labor siehst. Nur so kannst du sie überwältigen. Sie lautet Kannst du dir das merken, Hunter? Ich weiß nicht, wenn Kertäcker davon erfährt. Naja, es ist deine Aufgabe, sie zu überzeugen, oder? Du musst dir diese Zeilen einprägen, als ob dein Leben davon abhänge. Denn womöglich tut es das. Die Leute kapieren einfach nicht, dass es echt harte Arbeit ist, ein mega krasser Einzelgänger zu sein. Ich meine, hast du gesehen, was passiert ist, als Blaze das Pergament vorgelesen hat? Er ist ein Genie. Ein verrücktes Genie. Vielleicht siehst du Blaze irgendwann als den Mann, der er wirklich ist. Bald, hoffe ich. Vergiss es. Der Typ ist einfach eine krasse Legende. Warum sollten wir nach Möglichkeiten suchen, ihn fertig zu machen? Vor allem, nachdem er uns den Arsch gerettet hat. Wir haben das Pergament immer noch nicht. Also können wir es auch nicht zerstören. Weißt du, er hat niemanden, auf den er sich verlassen kann. Er ist mit all dem ganz allein da draußen. Er wird uns das Pergament nicht einfach so geben. Wir sollten alle etwas Nachsicht mit ihm haben. Versuch nicht, sein Verhalten zu entschuldigen, Robbie. Blazes Aktionen gefährden alle. Nicht nur uns, sondern alle, die du liebst. Ich versuche nur, ihn zu verstehen. Nur so finden wir heraus, wie wir am besten mit ihm umgehen. Das dachte ich auch einmal über meine Mutter. Wie du siehst, habe ich nie herausgefunden, wie man mit ihr umgehen kann. Und auch sonst niemand. Blaze in Aktion zu sehen, hat mir einiges klar gemacht, Hunter. Und was genau? Ich habe noch einen weiten Weg vor mir, wenn ich mir als Spirit of Vengeance seinen Namen machen will. Dann mach dich an die Arbeit. Ja, das werde ich. Es ist nur schwer, das Selbstvertrauen aufzubringen, wenn ich immer im Abseits stehe. Jedenfalls könnte der Hellride eine Reparatur vertragen. Er hat in der Wüste einiges abgekriegt. Ah, Hunter. Auf dich hatte ich gehofft. Du warst ja schon mit Blade auf der Jagd. Das heißt, du weißt von unserem ungewöhnlichen Besucher auf dem Gelände? Ja, wir sind etwas begegnet, das Blade den Bargest nannte. Sein Instinkt hat ihn nicht getrogen. Es ist wirklich der Bargest. Oder der Versuch, eine Kopie davon zu schaffen. Ist die Abtei in Gefahr? Nicht bis wir ihn provozieren. Aber er scheint von ähnlich dunkler Magie zu zehren wie die, die die Barriere speist. Finde diesen Bargest. Fang ihn und bring ihn zu mir in die Schmiede. Aber töte ihn bitte nicht. Ich hoffe, ich kann einen Weg finden, mit seiner Magie die Barriere zum Labor zu durchbrechen. Nach dem Kampf gegen Hydra-Agenten und Gefallene klingt die Suche nach einem Hündchen nach Urlaub. Werde nicht unvorsichtig, Hunter. Wie gesagt, es ist kein normaler Hund, sondern ein dämonisches Wesen. Nimm Blade und Wolverine mit. Ich glaube, das Portal erreicht bald seinen Höhepunkt. Ich werde es stabil halten, bis du hindurch kannst. Bis gleich, Hunter. Verstecken ist sinnlos, Hunter. Ich habe den Dämonenhund, hinter dem du her bist, schon gewittert. Blade sagte, euch beiden sei er letztens entwischt. Beim nächsten Versuch bin ich dabei. Vielleicht ist es das, was unserer Jagd fehlt. Deine positive Einstellung. Ich? Positiv? Das ist mal was Neues. Aber ich bin neugierig auf deinen geheimnisvollen Hund. Die übernatürliche Bestie auf dem Gelände der Abtei ist schwer aufzuspüren. Strange glaubt aber, dass sie entscheidend sein könnte, um die Barriere zu durchbrechen. Blade ist kein Versager. Und ich habe dich in Aktion gesehen. Das Ding muss es echt drauf haben, wenn es euch Probleme macht. Es ist ein Bargest. Erinnert an einen Hund, aber ist keiner. Es ist ein spektrales Todesomen. Dachte vorhin schon, dass es bei deiner alten Gruft nach nassem Köter müffelt. Oder deine Wiedererweckung roch etwas streng. Ich rieche nicht wie ein Hund. Vielen Dank auch. Haha, ich zieh dich doch bloß auf. Du riechst viel schlimmer als ein Hund. Diese Bestie ist äußerst wichtig. Du sagst, du hast die Fährte nahe Hunters Folly aufgenommen? Ja, genau. Wenn ich zurückgehe, kann ich sie sicher sofort wieder aufnehmen. Okay, wir treffen uns dort. Hast du dich selbst eingeladen? Darauf kannst du wetten. Wir sehen uns heute bei der Folly. Diesmal blieb das Portal offen. Ja, das kommt mir fast zu einfach vor. Ich schätze, wir gehen rein und treten ihm in den Arsch. Hunter, eine Sekunde noch. Was ist, Doktor? Das Portal schließt sich bestimmt irgendwann wieder. Dieses Wesen, das du verfolgst. Ich glaube jetzt, dass es aus einem Hydra-Experiment stammt. Oder noch schlimmer. Der Bargist? Wir hatten uns doch auf seinen mythologischen Ursprung geeinigt. Ich glaube nicht, dass diese Bestie einfach einem Sagenbuch entsprungen ist. Nein, dahinter steckt etwas anderes. Wir wollten sie eigentlich unabhängig von ihrer Herkunft erlegen. Wenn ihr das Vieh lebend zurückbringt, können wir sicherlich jede Menge davon lernen. Das kann ich nicht versprechen, Doktor. Du kennst meine Jagdgesellschaft? Ja, ihr seid alle sehr eifrig. Besonders Wolverine. Versucht es bitte trotzdem. Deine Magie mag mächtig sein, Doktor. Aber mich beeindruckt immer noch, dass du den Bargist zügeln konntest. Und mich beeindruckt immer noch, wie du ihn eingefangen hast, Hunter. In ihrem geschwächten Zustand wird die Kreatur bestimmt hier festgehalten. Und was hast du nun mit ihr vor? Zunächst werden wir die Bestie vorsichtig zur Schmiede transportieren. Um dieses delikate Unterfangen kümmere ich mich persönlich. Komm doch morgen vorbei, bevor ich mit den eigentlichen Untersuchungen beginne. Dann weiß ich mehr. Ich muss zugeben, ich hatte meine Zweifel, dass der Bargist lebend gefangen werden würde. Aber wenn jemand das kann... Und jetzt wirst du der Bestie etwas Schreckliches antun? Nicht unbedingt. Die Barriere, die Doktor Banners Einrichtung schützt, funktioniert nach denkbar einfachem Prinzip. Nur Dämonen kommen hindurch. Also müssen wir Hunter nur als Dämon verkleiden. Ich habe es dir schon mal gesagt. Ich mache aus diesem Hund keinen Umhang. Und ich habe dir gesagt, es ist kein Hund. Abgesehen davon glaube ich nicht, dass ein Umhang ausreicht. Das wagst du nicht. Meine Hoffnung ist, dass wir die Barriere mit einer Kopie des Bargast-Fells überlisten können. Ohne dem Wesen selbst das Fell abzuziehen. Das ist ein echt bizarrer Plan. Sogar für dich. Noch wichtiger ist es, Wander zu erreichen. Mir passt es auch nicht. Aber falls die Kreatur ihretwillen geopfert werden muss... Eine solche Konzentration an dämonischer Energie zu tragen, ist kein unbedeutendes Risiko, Hunter. Ich hoffe dein Halsband hält... Lass das meine Sorge sein, Doktor, nachdem dein Plan umgesetzt ist. Willst du deinem Ärger über Stranges Plan Luft machen? Ich wollte höflich sein. Ihm gegenüber. Du glaubst, er funktioniert nicht. Nein, das tue ich nicht. Aber ich weiß, dass Wander auf der anderen Seite der Barriere steht und sie womöglich nur vom Doktor erreicht werden kann. Ihm ist Wander auch wichtig. Vergiss das nicht. Stark mag den Gamma-Beschleuniger wollen, aber der Fokus des Doktors liegt auf Wander. Darum habe ich seine Idee nicht sofort zerpflückt. Ich weiß, wir wollen beide dasselbe. Es könnte schlimmer sein. Du könntest die einzige sein, die die Hunderüstung tragen muss. Stimmt. Du bist wieder das Versuchskaninchen. Danke für das Gespräch, Hunter. Ich fühle mich jetzt schon optimistischer. Wie erhofft war die dunkle Energie des Bargästs genau, was wir brauchten, um die dämonische Barriere zu durchbrechen. Was ist unser nächster Schritt? Ich habe eine Rüstung entwickelt, die auf dich und nur auf dich zugeschnitten ist. Theoretisch kannst du damit zwischen den Lillen wandeln. Ich hoffe, sie passt. Sieht auf jeden Fall beeindruckend aus, oder? Ich habe beschlossen, ihn den Demon Child-Anzug zu nennen. Ein passender Name, Doktor. In vielerlei Hinsicht. Ich habe da sehr viele Ichs gehört, Doc. Ich dachte, das wäre hier eine Wir-Situation. Ja. Tony hat natürlich einige Beihilfe geleistet. Besonders bei dem Namen. Verzeihung, dass ich es nicht gewohnt bin, dass meine Kampfanzüge mich beißen, während ich sie kalibriere. Eine beeindruckende Schöpfung. Verbissen geradezu. Wo wir dabei sind, ich schlage vor, den Anzug zu nutzen, solange die Komponenten noch frisch sind. Das sollte den Schutz vor dieser teuflischen Barriere maximieren. Verstanden, Doktor. Hunter, was trägst du da für ein grässliches Ding? Grässlich? Das ist sogar von dir zu hart, Sarah. Es... ach, stinkt. Und was ist das für ein ledernes Material? Sieht aus wie die Haut eines... Dämonischen Hundes? Ich zittere ja schon beim Hinsehen. Aber wenn das Hunter durch diese dämonische Barriere bringt, die uns von Banners Labor trennt, freunde ich mich auch mit dem gruseligen Fleischanzug von Strange an. Barriere? Das hatten wir doch besprochen. Haben wir, Sarah. Aber wir haben uns umentschieden. Hunter, wir müssen reden. Und zwar sofort. Wie ich sehe, gehen du, Stark, Magic und Nico also trotz meiner Einwände zu Banners Labor. So ist es. Aber ich habe Nein gesagt. Und zwar laut und deutlich. Wir haben es aber beschlossen. Akzeptiere es einfach. Ihr lasst mir ja auch gar keine andere Wahl. Sarah, es tut mir wirklich leid, dass es so passiert ist. Du hast meine Bitten bewusst ignoriert. Wir wollten nicht respektlos sein, aber wir glauben, dass das der richtige Weg ist. Ich weiß, du hast das schon mal gehört. Aber du musst uns vertrauen. Ach, ich kann euch nicht aufhalten, oder? Nein, kannst du nicht. Gut, geh zum Labor zurück und hol Tonys Spielzeug. Danke, Sarah. Wenn du da bist und dir zufällig Wanda begegnet, mach nicht den Fehler, sie zu schonen. Denn sie wird sich garantiert nicht zurückhalten. Es gibt trotzdem noch Hoffnung für sie. Gibt es nicht. Ich fühle mit Nico und Magic mit, wirklich. Aber es ist unmöglich, Verderbnis zu heilen. Wanda ist fort. Du musst nur den Beschleuniger holen und heil zurückkommen. Opfere dich nicht für jemanden jenseits aller Hoffnung. Hast du verstanden? Immerhin sieht die Rüstung so robust wie makaber aus. Sie sollte dir den nötigen Schutz bieten. Viel Glück da draußen. Hoffentlich ist Tonys Beschleuniger das wert. Okay, wir haben nicht viel Zeit, also möchte ich nochmal durchgehen, wie du diesen Reinigungszauber abziehst. Zuerst, und das ist das Allerwichtigste, musst du die Beschwörungsformel Wort für Wort aufsagen. Jede einzelne Silbe muss passen. Was, wenn ich mich verhasple? Dann könnte was Schlimmes passieren. Definiere schlimm. Ah, weiß nicht, wie zufällig eine Riesenhorde Zombie-Pinguine beschwören, die über New York herfällt. Aber deswegen hast du dir die Beschwörungsformel ja gemerkt. Du hast sie dir doch gemerkt, oder? Zombie-Pinguine? Ich dachte, die einzige Gefahr, die von diesem Zauber ausgehen könnte, wäre ich. Wenn du das gegen die Wand fährst, ist eher die komplette Tri-State-Area geliefert. Also komm schon, jetzt lass mal hören. Ego sum tenebris. Edveniunt in Domum Suam Jubet Dominus. Und die letzte Zeile? Domun, Domin, Prinschapasa, Ior. Du hast es komplett vermasselt. Nein, habe ich nicht. Ich habe es perfekt aufgesagt. Du hast den letzten Teil genuschelt. Nuscheln könnte dich und Wanda umbringen. Es heißt Domun, Domini, Precepta, Ior. Du musst diese Zeile ganz genau aufsagen, denn ein Fehler ist keine Option. Ich verstehe. Okay, wir müssen noch ein paar wichtige Details durchgehen. Erstens, sprich die Beschwörung nicht, bevor du Wanda siehst. Du musst warten, bis sie in Sichtweite ist, damit sie wirkt, okay? Kapiert. Wenn du anfängst, wird sie plötzlich… verwirrt wirken. Du musst sie dreimal wiederholen, bis sie gebändigt genug ist, dass du ihr die Verderbnis entziehen kannst. Derart viel dunkle Energie in deinen Körper zu absorbieren wird… heftig. Ich will nur sicher gehen, dass du das schaffst. Mir geht es nur darum, Wanda heil zurückzubringen. Aber gib dabei bitte auch auf dich selbst Acht. Vergiss nicht, die einzige Person, die die Verderbnis je geläutert hat, ist dabei draufgegangen. Daran möchte ich nicht erinnert werden. Stimmt, tut mir leid. Ich will Wanda unbedingt zurück, aber ich will nicht, dass dir dabei etwas passiert. Ich habe schon genug Menschen verloren, die mir nahestehen. Du bist mir auch wichtig, Nico. Wir haben uns wohl ziemlich aneinander gewöhnt. Okay. Es ist soweit. Ich wollte nur sagen, ich glaube an dich, Hunter. Du schaffst das. Danke, Nico. Und jetzt hol unser Mädel heim. Ist das die Hunderüstung, die Strange für dich gemacht hat? Wie sehe ich aus? Musst du das fragen? Ach, komm schon, Magic. Jetzt werde ich ganz verlegen. Gut so. Du siehst so lächerlich aus wie Stranges Plan. Wolltest du nicht, dass wir einen Weg finden, in Banners Labor einzubrechen? Doch. Ich dachte nur, eine Höllenhundhaut überzuziehen, um an einer dämonischen Barriere vorbeizukommen, wäre nur etwas aus Nikos Zombie-Film. Dir gefällt die Idee nicht, weil sie von Strange stammt? Vergib mir, wenn ich seinen Lösungsvorschlägen ein wenig skeptisch begegne. Seine bisherige Erfolgsbilanz ist einfach… traurig. Aber falls es dir wieder erwarten gelingt, die Barriere zu durchbrechen und reinzukommen, vielleicht finde ich dann einen Weg, dir zu helfen. Wie meinst du das? Der Beschleuniger ist mir komplett egal. Aber Wanda ist mir nicht egal. Wenn diese Monstrosität uns also näher an sie heranbringt, dann tue ich alles, was ich kann, um sie zurückzuholen. Versprich mir, dass du das auch tust. Ich schwöre. Gut. Und jetzt verschwinde. Und komm erst wieder, wenn du meine Freundin gerettet hast. Unglaublich, dass ich dir das durchgehen lasse. Dieser Geruch ist unglaublich. Oh, das. Zahnenduft mild. Neuwagen und Vanilletraum waren alle. Gangeschehen. Bist du bereit? Die hier schon. Sie ist ganz verrückt nach mir, seit ich das Ding hier… angezogen habe. Ja, die Hündin erkennt einige der Bestandteile wieder, die wir zur Anfertigung dieses Anzugs beschafft haben. Gut. Bin schon ruhig. Bleib da, Mädchen. Ich bin bald zu Hause. Ich halte es offen, solange ich kann, aber… Hast du gesagt. Nur Hinflug. Etwas erzeugt diese Barriere. Schalt es aus und wir holen dich nach Hause. Jede Sekunde. Charlie? Nein! Warte! Charlie? Bist du verrückt geworden? Einfach in ein unbekanntes Portal zu springen? Wie bist du an der dämonischen Energie vorbeigekommen? Ja, na klar. Dämonenhund, Dämonenenergie. Wenn du schon hier bist. Zeig uns den Weg. Der Anzug funktioniert wohl. Sie sehen uns nicht. Braves Mädchen. Genau. Die Maschine muss der Ursprung der dämonischen Barriere sein. Ich deaktiviere sie jetzt. Und du machst nicht den kleinsten Mucks. Einverstanden? Ja. Tut mir leid. Die Barriere ist weg. Es hat geklappt. Vielleicht zu gut. Eine Idee, Süße? Banners Gerät. Der Schlüssel für so viele Türen. Ein solches Genie. Und jetzt so krank. Du hast keine Ahnung. Hunter. Die anderen haben dich verlassen, nicht wahr? Sie haben dich wissentlich in den sicheren Tod geschickt. Ich kenne das Gefühl. Du musst nicht antworten. Ich kann es dir ansehen. Wir beide wissen, Mutter, wird dich nie verlassen. Nie wieder bist du allein. 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 Hunter ist nicht allein, Wanda. Und du auch nicht. Ich weiß. Bitte. Wir wollen dir nicht wehtun. Mir? Wehtun? Ihr werdet mir nie wieder wehtun! Schon wieder gibst du auf? Haha. Aber natürlich. Das kannst du am besten, Illyana. Ich werde dich nicht aufgeben, Wanda. Niemand hier tut das. Weder jetzt noch irgendwann. Spar dir deine Lügen für Agatha auf. Ego sum tenebris. Et veniunt in domum suam jubes dominus. Pastor Hasse, du kannst dich nicht retten. Niemanns kann das. Ego sum tenebris. Domum dominibris. Hepta Jor. Kasai. Weißt du überhaupt, was du getan hast? Da bin ich mir nicht mehr so sicher. Ja! Du hast es geschafft. Willkommen daheim. Haha. Könnte ich doch nur Banners Gesicht sehen, wenn er merkt, dass wir ihn zurückgeholt haben. Reicht das für ein Fahr zur Hölle Stark, Faust in der Luft? Manchmal ist dein Klischee einfach das Beste. Ich bin nicht der theatralische Typ. Aber ich hoffe es für dich. Oh ja. Siehst du das auch vor dir? Panna, wie er an dem leeren Fleck steht, wo der Beschleuniger war. Wie er merkt, dass ihn Tony Stark erwischt hat. Ich lasse dich in Ruhe triumphieren, Tony. Danke. Ich muss nur überlegen, wie wir dieses Ding in die Schmiede bekommen. Ganz ruhig. Du bist jetzt in Sicherheit. Ich tue dir nichts. Und wenn ich dir etwas tue? Du willst niemandem etwas tun. Nicht? Aber das habe ich... Ich... Ich wollte es. Wanda, du bist wieder in der Abtei. Bei deinen Freunden. Wanda. Ich weiß, wir kennen uns schon, aber man nennt mich Hunter. Tut mir leid, ich... Ich fühle mich nicht wie ich selbst. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was du durchgemacht hast. Wenn du dich mal ordentlich ausgeschlafen hast, fühlst du dich wieder wie du selbst. Wie soll ich bitte schlafen? Was ich... getan habe. Dazu hat Lilith dich genötigt. Du wolltest es nicht tun. Aber es hat sich angefühlt, als will ich es. Bis... du... Du hast die Dunkelheit in mir absorbiert. Nicht wahr? Du hast mich zurückgeholt. Habe ich. Wie kannst du noch stehen? Okay. Schluss mit dem Verhör. Ich weiß, was wir jetzt machen. Feiern. Feiern was? Deine Rückkehr natürlich. Tut mir leid, Nico. Aber ich bin müde. Ich sollte mich wohl aufs Ohr hauen. Ich habe lange nicht geschlafen. Ja, du solltest dich ausruhen. Wir unterhalten uns morgen früh. Hab dich lieb, Wanda. Hab dich auch lieb. Oh, du bist es. Hunter, richtig? Tut mir leid wegen... ähm... gestern. Dann hattest du hoffentlich erholsam Schlaf. Glaubst du wirklich, ich konnte nach all dem schlafen? Nein, Hunter. Definitiv kein erholsamer Schlaf letzte Nacht. Ich habe mich einfach hingesetzt und den Mond angestarrt. Ist es seltsam, dass ich denke, dass sie in meinen Träumen auf mich wartet? Du bist nicht mehr bei ihr. Du bist hier, in Sicherheit. Du musst sie nicht fürchten. Wir beide wissen, dass ihre Klauen noch immer tief in mir stecken. Ich spüre das Kratzen. Du hast mich ihr zwar gestern weggenommen, aber sie will mich noch immer an ihrer Seite haben. Genau, wie sie dich will. Ich... ähm... Ich muss dir was sagen. Als du die Dunkelheit aus mir gezogen hast, hatte ich eine Vision. Was für eine Vision? Ich kann nur sagen, dass da ein uralter Tempel mit den steingemeißelten Tentakeln war, die nach oben und außen gestreckt waren, als wollten sie die Welt erwürgen. Es war wohl der Tempel von Chthon. Es war nur eine Vorahnung, Wanda. Die muss nicht unbedingt eintreten. Eins solltest du wissen. Meine Vorahnungen treten immer ein. Also nimm meine Hilfe an, um diese zu stoppen. Bist du dir sicher? Solltest du dich nicht erst noch ausruhen und heilen? Du willst, dass ich heile? Lass mich Rache an Lilith üben. Für das, was sie mir angetan hat. Was sie uns angetan hat. Ich muss darüber nachdenken. Mehr verlange ich nicht. Ich bin nicht so zerbrechlich, wie ich wirke, okay? Ich schaffe das. Ich will nur sicher gehen, dass es dir gut geht, Wanda. Ich glaube, mir wird es nie mehr gut gehen. Aber so soll es keinem anderen gehen. Ich kau dir ein Ohr ab, oder? Ich will dich nicht aufhalten. Wir sprechen später, Wanda. Ich freue mich darauf. Ich kann dir nicht sagen, wie großartig es ist, den Gamma-Beschleuniger zurück zu haben. Im Ernst, das verändert alles. Gern geschehen. Drinks und Schnittchen müssen aber trotzdem noch warten. Wenn wir Johnny Fackelkopf nicht finden und uns das Pergament holen, ist das hier nur ein besserer Grillanzünder. Johnny Blaze ist nicht annähernd so gefährlich wie Banner. Er wird es uns geben, so wie er begreift, dass wir die letzte Hoffnung der Welt sind. Ja, bisher war er ja auch total vernünftig und rücksichtsvoll. Und du denkst wirklich, du kannst die Prophezeiung aufhalten, wenn wir das Pergament bekommen? Meine Achtung vor der Magie wird dank dir immer größer. Es wird schwierig werden, aber es ist nicht unmöglich. Dein überbordendes Selbstvertrauen macht mich neidisch, Tony. Ich wünschte, ich hätte das auch. Oh, greif zu. Ich habe genug Selbstvertrauen für das ganze Team. Aber egal. Das Ganze hat sich so oder so schon voll gelohnt. Ach? Und warum das? Weil ich in diesem Moment auf den Gamma-Beschleuniger schaue. Und Bruce Banner auf eine gähnende Leere, wo früher der Gamma-Beschleuniger stand. Mua! Ich hoffe, dass wir sie lieben und froh sind, dass sie wieder zu Hause ist. Vielleicht fangen wir mit etwas Vertrautem an. Einem Filmabend zum Beispiel. Blade, du kannst Gedanken lesen. Wow, wirklich? Was denke ich gerade? Du musst erstmal was denken, was man lesen kann, Robby. Ich meinte, machen wir zu Wanders Ehren einen Filmabend. Ich glaube, das würde ihr echt Spaß machen. Es ist nicht nur der Südwesten. Da! Die Hydra-Bewegung erhebt sich in Osteuropa. Siehst du etwa... Heilige! Eine Störung in der Macht? So heilig kommt mir das nicht vor. Eher das Gegenteil. Aufwachen, Junge. Wenn du da fährst, tja. Es ist Zeit für eine kleine Plausch. Von Ghost Rider zu Ghost Rider. Ich höre. Persönlich. Hier, in Mesa. Bring dir der Boxen-Crew mit. Die werde ich auch brauchen. Und vermassel es nicht. Wie meinst du das, da stimmt was nicht mit dem Limbo? Mehr Seelenlose? Ein paar Details mehr wären klasse. Mehr Details habe ich nicht, tut mir leid. Aber keine Sorge. Ich bleibe hier und finde heraus, was los ist. Bitte tu das. Und wenn du das nächste Mal irgendeine Gefahr beim Limbo spürst, red erst mit mir. Okay, Boomer. Was hast du da gesagt? Sag dem Team einfach, dass ich auf sie aufpasse. Schau mir nicht so an, Rocks. Zeit, dass die Geschichte endet. Auf die eine oder andere Weise. Ghost Rider zu Ghost Rider. Wie du es wolltest. Und deine Crew. Gut. Ich habe einen Plan. Willst du deine fiese Mutti stoppen? Dann halt dich an mich. Und halt deine Klappe. Für wen bei den Zehn Höllen hältst du dich? Wen? Ich bin der mit der Lösung für dein Prophezeiungsproblem. Alter! Da! Also, alles gut? Nach dir. Was ist der Hölle? Schlimmer. Limbo. Oh, Mist. Ist das... Mephisto. Johnny Blaze. Johnny Blaze. Du hast es geschafft. Beeindruckend. Ey, was? Du tust das Richtige. Wir können Hunter ja nicht ohne Leine herumlaufen lassen, richtig? Er lässt dich in guten Händen. Nun, nicht gut. Du verstehst schon. Okay. Ich kapier's. Wobei... doch nicht. Was machen wir? Hier. Das ist eindeutig Hunters Handschrift. Je weiter... Hunter von der Mitternachtssonne weg ist, desto besser... ...und viel weiter... ...als hier geht nicht. Also, was? Einfach in die verdammte Hölle schicken, zum Teufel? Limbo... ...zu Mephisto. Da ist ein Unterschied. Dir ist bewusst, dass ich alles hören kann. Der Bastard will C'thon nicht so sehr zurück wie wir. Verlass dich drauf. Feigling! Ihr beiden verdient einander! Hass mich dafür später, so viel du willst, Junior. Aber das ist der einzige Weg. Mit dir geh ich nirgendwo hin. Er hat recht, Johnny. Unsere Abmachung galt für dich. Wird jetzt bloß nicht frech. Oh, ich würde zu gern sein Gesicht sehen, wenn er ankommt. Aber zuerst einmal... ...schauen wir, ob du all den Aufwand wert bist. Deine Taten erschüttern bereits das ganze Multiversum, Hunter. Deine Mutter wird so stolz sein. Und ich falle gerade erst an. Gut. Ich auch. ...-" powinien". Ja. Thronräuber, du vergisst. Du bist nicht Herrscher des Limbows! Ich herrsche! Ilyana, schön gemacht. Du warst schon immer so... begabt. Deshalb hast du mich also meinen Eltern geraubt? Mich zu einer lebenden Waffe gemacht? Bis ich dich aus diesem Reich banne? Ich mein... Ja? Das kommt mir langsam bekannt vor. Ich habe Blazes Portal wieder geöffnet. Und noch ein paar andere. Geht. Jetzt. Mephisto und ich wollen noch etwas plaudern. Eine kleine Unannehmlichkeit. Natürlich. Ich dachte, ich hätte dich verloren. Es freut mich. Die Seite! Er hat die Seite! Hol sie mir! Komm, hol sie dir! Ich spüre, wie sich die Seite in mir windet. Wisst ihr? Was wenn ich... Du bist nicht Blaze, Robbie. Aber ich hab dich zu ihm geführt. Ihm direkt in die Hand gespielt. Miriana nicht da gewesen. Aber ich war da, Robbie. So wie du immer für mich. Gehen wir nach Hause. Ich finde ihn. Blaze. Und dann... Sieht er das wahre Gesicht der Rache? Das Pergament der Macht ist hier. Innerhalb der Mauern der Abtei. Du hast Robbie oder einen von den anderen wohl davon reden hören? Nein. Ich konnte seine Macht spüren, sobald es hier war. Eine betäubende Furcht, wie ich sie noch nie erlebt habe. Ich mache mir Sorgen um Robbie. Glaubst du, er ist zu schwach dafür? Sarah und Strange werden das ihm gegenüber wohl nicht erwähnen. Aber dieses Pergament enthält keine willkürlichen lateinischen Sätze. Es enthält die Worte von C'thun selbst. Sie sind so gefährlich wie Atomwaffen. Ich habe diese Worte bereits gehört. Blaze hat sie vorgelesen. Ich habe gesehen, wozu diese Seite fähig ist. Welche Macht ihr innewohnt. Das Höllenfeuer und die Zerstörung sind erst der Anfang, fürchte ich. Robbie wird die Seite nicht lange haben. C'thun hat den Fuß in der Tür zu unserer Welt. Aber wenn Starks Plan Erfolg hat, schieben wir ihn wieder raus. Vielleicht. Das Pergament ist nur eine von vielen Seiten, auf denen C'thuns widerwärtige Lehre festgehalten ist. Diese Seiten sind auf der ganzen Welt verteilt. Wir hatten gehofft, dass sie ewig versteckt bleiben würden. Doch der Mensch hat in seiner unendlichen Weisheit entschieden, sie zu sammeln und zum Darkhold zu binden. Und jetzt hat Robbie die letzte Seite gefunden. Ich bete, dass er stark genug ist, um sie in seinem Besitz zu haben. Oh doch, ich bin echt unmöglich. Du hast so viel durchgemacht und ich lasse mich von dir trösten wie so ein egoistischer Mistkerl. Fast so schlimm wie eine Venture. So übel bist du nicht, Eliana. Ehrlich. Lüge. Da kann ich mir auch gleich ein Cape anziehen und mich Doktor nennen. Sei mal nicht so streng mit dir. Du hast gestern deinen Peiniger gesehen. Das war sicher nicht leicht. Schön, dass du wieder da bist, Schwester. Finde ich auch. Schwester. Wir beenden das Gespräch später. Da scheint jemand mit dir reden zu wollen. Sie gehört dir. Ach, du wolltest wissen, wer hinter den Seelenlosen steckt. Jetzt wissen wir es alle. Woher kennst du Mephisto? Er war der dunkle Lord, der mich aus diesem Reich entführt und mich in den Limbo geschleppt hat. Er hat mich als seine Tochter großgezogen. Er war der einzige Vater, den ich je hatte. Und mein größter Feind. Tut mir leid, Eliana. Ich weiß, wie schwierig das sein kann. Tja, mir nicht. Ich hatte den Vater, den ich brauchte, um zu werden, wer ich bin. Ohne Mephisto gäbe es keine Magic. Niemanden, der Portale öffnet, durch die wir gehen können. Ebenso wie es ohne Lilith dich nicht gäbe. Eine Welt ohne Hunter. In gewisser Weise schulde ich ihm alles, auch wenn er mir alles genommen hat. Er hat mich zum Darkchild gemacht, mir die Herrschaft über den Limbo geschenkt. Und heute habe ich ihn dort rausgeworfen. Und nicht zum ersten Mal. Eliana, fühlst du dich schuldig für das, was du ihm angetan hast? Ich? Schuldig? Nein, niemals. Ich werde nie zulassen, dass Schuld mein Gewissen belastet. Und das solltest du ebenso wenig, wenn es darum geht, was du tun musst, um deiner Mutter entgegenzutreten. Zögere nicht und zeige keine Gnade. Wir müssen die kommenden Herausforderungen im Auge behalten. Schlaf gut, Eliana. Du hast es dir verdient. Gute Nacht, Hunter. Bin gerade beschäftigt. Mit der Autowäsche? Muss sein. Wenn ich es nicht mache, macht es keiner. Es tut mir leid, dass du jetzt die Bürde des Pergaments tragen musst, Robbie. Ist schon okay. Wenn du Hilfe brauchst. Es ist okay. Falls es etwas gibt, das du loswerden willst. Du meinst wie das Pergament? Nein, das ist da gut verstaut. Ansonsten geht es mir hervorragend. Ist es nicht so, dass irgendwelche meiner geschätzten Vorbilder kürzlich versucht hätten, uns an Mephisto zu verraten? Robbie, ich... Danke, dass du nach mir siehst, Hunter. Bis später. Sei mal nicht so stinkig, sondern hör uns zu, Robbie. Wir machen uns nur Sorgen um dich. Keine Sorge. Ich habe alles im Griff. Du hast keine Ahnung, was du da herumträgst. Das Pergament ist mächtig und böse. Ja und? Glaubst du etwa, ich komme damit nicht klar? Du bist hier nicht der Einzige, der die Dunkelheit kontrolliert, okay? Frag nur mal Sparky. Wir machen uns nur Sorgen. Besorgt? Du hörst dich erschreckend nach Caretaker an, Nico. Seit wann bist du so ein Arschloch? Seit er diese beschissene Seite mit sich rumschiebt. Kümmer dich um deinen Mistblade, ja? Wie du meinst, Robbie. Dann geh doch mal Peter suchen. Mach ich vielleicht. Ich bin raus. Wir haben's versucht. Mit dem Pergament der Macht spaßt man nicht. Aber mit Robbie auch nicht. Hoffentlich kann er es wirklich kontrollieren. Ja, hoffen wir es. Irgendwas an Jeremiah Cains Statue hat mich angezogen. Ich schätze, es ist die alte Verbindung zum Spirit of Vengeance, oder? Wie du trug auch Cain eine Bürde, die kein Mann allein tragen sollte. Ja. Er wusste also, dass die große Ehre auch zum Fluch werden konnte. Hast du das Gefühl, dass du verflucht wurdest? Auf jeden Fall. Naja, es ist toll, zu den Midnight Suns zu gehören und die unglaubliche Verantwortung zu tragen, das Pergament der Macht zu hüten. Aber es ist doch echt zum Kotzen. Wenn wir Glück haben, wirst du das Pergament nicht lange tragen müssen. Ich kann es so lange tragen, wie es nötig ist. Egal wie lange Blaze es hatte, ich kann es genauso lange oder länger behalten. Ich wollte damit nicht andeuten, dass du nicht das Zeug dazu hast. Aber ich habe das Zeug dazu. Und ich brauche kein Glück. Der Verrat von Blaze hat wahrscheinlich deinen Blick verschleiert. Apropos. Ich muss immer daran denken, was damals im Limbo passiert ist. Kurz bevor der Kampf ausbrach. Als Blaze mir sagte, du bist der Schlüssel zum Pergament. Die Prophezeiung. Alles. Und dass, wenn wir dich ausschalten, die Welt überleben könnte. Robby. Ich weiß, was du jetzt sagen wirst. Trau Blaze nicht. Schon kapiert. Deshalb denke ich, dass ich dieses Pergament selbst lesen sollte. Und herausfinden, was genau ihn dazu gebracht hat, sich so über dich aufzuregen. Mit den Kräften des Pergaments und des Dark Holes ist nicht zu spaßen, Robby. Du kannst nicht erwarten, die Seite so zu lesen wie ein normales Buch. Oh Mann. Schon wieder dieses... Das ist zu hoch für dich, Robby. Ich höre diesen Mist, seit ich als Kind meinen ersten Film ab 18 sehen wollte. Weißt du was? Ich habe mich in diese Filme geschlichen und ich kann einen Blick auf das Pergament werfen. Glaub mir, das ist etwas anderes, als sich als Kind mal daneben zu benehmen. Du spielst nicht nur mit deinem Leben, sondern auch mit dem Leben all derer, die dich lieben. Gut, vergiss es. Ich werde die Seite nicht lesen. Zufrieden? Ich bin erleichtert, ja. Aber was wirst du stattdessen tun? Das, was ich normalerweise tue. Herumsitzen und mir Sorgen machen. Und hoffen, dass Dark sich mit dem, was auch immer er in der Schmiede bastelt, beeilt. Das könnte eine Weile dauern. Ich werde einfach so tun, als hätte ich das nicht gehört. Sag's mir einfach. Ich hab's dir schon gesagt. Das war nur Hokuspokus abracadabra. Aus der Feder eines verdorbenen Urgottes stammend, auf seinen Seiten unaussprechliches Böses bergend. Verstehe, das Darkhold ist böse. Ich bin Wissenschaftler. Ich brauche Fakten, Beispiele, Highlights, Lowlights. Soll ich jetzt etwa ein Referat über das Darkhold halten? Ja, ja. Ich könnte die Seite auch einfach zerfetzen, ohne den Kontext zu kennen. Aber es zu verstehen, ist doch viel interessanter. Kontext hin oder her. Ich bin immer noch skeptisch, dass dein Plan tatsächlich funktioniert. Okay, super. Dann teilen Sie doch bitte Ihre faszinierenden Einblicke mit mir, Dr. Spooky. Spuck's schon aus. Ich habe nichts auszuspucken, Tony. Ich glaube, ich brauche frische Luft. Du fragst dich wohl, warum Strange und ich uns gestritten haben. Ich habe genug gesehen. Ach, er bläst sich so auf, wenn es um seinen Magiekram geht. Alles muss ein Mysterium sein, als würde er in Vegas auf der Bühne stehen. Ich glaube, er hat Angst, dass ich eine Kehrtwende mache und ein noch größerer Zauberer werde als er. Naja, Tony, du bist schon ziemlich ehrgeizig. Ich könnte es ihm nicht verdenken, wenn er deshalb sein Revier verteidigt. Gegen ein bisschen freundschaftlichen Wettbewerb ist doch nichts einzuwenden, oder? Ich glaube nicht, dass Strange ihn als freundschaftlich ansieht. Wenn er zurückkommt, werde ich versuchen, breiter zu lächeln. Dann weiß er, was Sache ist. Ihr werdet bestimmt irgendwie friedlich zusammenarbeiten können. Wir werden nie im selben Gesangsverein sein. Aber mit genug Zeit kann ich die Programmiersprache eines Urgottes sicher nachkonstruieren. Okay, vielleicht versteht man nicht, was ich sage, aber das ist nicht mein Problem. Das Darkhold unterscheidet sich also nicht von einem fantastischen Stück Technologie? Ganz genau. Und wie bei jedem Stück fantastischer Technologie ist es nur eine Frage der Zeit, bis ich es dazu bringe, genau das zu tun, was ich will. Für jedes Problem gibt es eine Lösung. Und die werde ich finden. Es wird eine Herausforderung sein. Aber ich weiß, dass du ihr gewachsen bist. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Aber du kannst es mir gerne mehrmals sagen. Ich bin so schamlos gierig nach Lob. Und was ist mit Strange? Willst du ihn schmollen lassen? Oh, ich werde später zu Dr. Spooky gehen und ihm meinen Standpunkt deutlich machen. Dafür sorgen, dass er ihn versteht. Vielleicht hilft es, wenn du aufhörst, ihn Dr. Spooky zu nennen. Ja, du hast recht. Ich sollte seinen Namen benutzen. Steven Spooky. Ich gebe auf. Gib noch nicht auf. Du musst die Forschung am Gamma-Beschleuniger vorantreiben. Ich habe die Teile und Dads Forschungsergebnisse und bin bereit, loszulegen. Ich kam hier raus, um mich abzukühlen. Carol gab mir den freundlichen Tipp, meinen Frust am Sandsack abzureagieren. Ihr Vorschlag war klug. Ich fürchte, ich kenne den Ursprung deiner Frustration. Wenn du denkst, dass diese Quelle salongetrimmte Gesichtsbehaarung und ein Ego so groß wie Montana hat, dann liegst du richtig. Du verstehst doch sicher, dass Stark sich bei jedem so verhält, oder? Vom Kopf her verstehe ich es, aber die Empörung brennt immer noch in meinem Herzen. Verständlich. Tu uns allen einen Gefallen und versuch, ihm nicht den Kiefer zu brechen, okay? Wir brauchen ihn in einem Stück. Das Problem mit Tony ist, dass er zu hochmütig ist. Diese Einstellung mag Teil seines Erfolges sein, aber mit dem Arkanen läuft es anders. Das ist ein ganz anderes Gebiet. Eins, das ihm eine brutale Niederlage bescheren wird, wenn er sein Verhalten nicht ändert. Du glaubst nicht, dass er das Pergament der Macht zerstören kann? Ich glaube nicht, dass er versteht, wofür die Seite steht. Sein ganzes Leben bestand aus Einsen und Nullen. Die Kräfte, die das Darkhold geformt haben, waren lange vor Zahlen und Technologie mächtig. Sie existieren jenseits von Relativitätstheorie oder Quantenmechanik. Sie sind elementar und esoterisch wie die Regeln des Traumraums. Ich hoffe, ihr beide könnt euch einigen. Wenn er die Sache klären will, weiß er, wo er mich findet. Hoffentlich sind meine Aggressionen bis dahin abgebaut. Eine Familie steht füreinander ein. Sie liebt sich. Eine Familie würde alles dafür tun, sich gegenseitig zu retten. Predigen deine Helden das nicht dauernd? Warum haben sie dich dann an der Schwelle dieses elenden Heuchlers Mephisto verlassen, mein liebes Kind? Meine Familie hat mich gerettet. Dieser Feigling Blaze hat mich verkauft. Vielleicht. Dennoch ist Blaze kein Feigling und ganz bestimmt kein Freund von Mephisto. Dass er so einen Handel eingegangen ist, ein Grund mehr, dass ich die Seite haben muss. Ich wusste, dass du dorthin gehst. Hör zu, Kind! Du kannst über Johnny Blaze sagen, was du willst, aber er hat eine der stärksten Seelen, denen ich je begegnet bin. Er hat das Pergament jahrzehntelang mitgeschleppt und seinem Ruf widerstanden. Er hat gegen Engel und Dämonen gekämpft und am Thron zu vieler Götter gerüttelt. Du scheinst ihn fast zu bewundern. Ich nenne nur die Tatsachen. Jetzt ist er von der Seite befreit und ein anderer trägt nun den Mantel ihres Hüters. Robby. Glaubst du wirklich, er wird dem Pergament der Macht standhalten? Du hast recht, Mutter. Ja. Robby wird niemals Johnny Blaze sein. Er wird noch viel bedeutender werden. Ich lege mein Schicksal und das der Welt gerne in seine Hände. Mein erstes Angebot gilt noch. Wenn du deinen Freund wirklich schätzt, nimm ihm diese Last und gib mir das Pergament. Ignoriere meine Warnung und Blaze' Verrat wird eine angenehme Erinnerung im Vergleich zu dem, was kommen wird. Nein, unmöglich. Ich hatte denselben Traum. Vielleicht was Falsches gegessen? Du meinst wohl wen Falschen? Ich weiß nicht, das stinkt nach einem Fluch oder Zauber oder so. Wenn wir alle denselben Albtraum hatten, heißt das, wir haben alle dieselben unbewussten Neurosen? Oh Gott, hoffentlich nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass jeder einzelne von uns denselben Traumzustand erlebt, liegt bei einer Milliarde Billionen zu eins. Das muss etwas bedeuten. Ja. Wir sollten uns mal mit Nachbarschaftshunter unterhalten. Oh, ich wusste, Mr. Murdock hätte das für mich sichern lassen sollen. Das Bild kriege ich immer noch nicht aus dem Kopf. Hier genauso. Und das sagt zurzeit viel. Es gibt sicher eine logische Erklärung für das Ganze. Da ist... das Pergament. Ich wusste, dass diese Seite Spielchen mit uns spielt. Oder es sollte uns eine Warnung sein, vor du weißt schon wem. Hast du das auch geträumt? Baste. Ich bin für dich da, falls du reden willst. Du hast gestern Nacht vermutlich dasselbe geträumt wie alle anderen. Nein, glaube ich nicht. Was war es denn? Das soll Wanda dir sagen. Sie kann sowas besser kommunizieren. Ich kann nur sagen, nach dem, was ich gestern Nacht gesehen habe, mache ich mir Sorgen um dich. Das ist hundertprozentig Lilith. Sie sät die Saat der Zwietracht zwischen uns, indem sie unsere Träume manipuliert. Genau das habe ich mir gerade gedacht. Aber auch, dass es vielleicht die Seite ist, die uns durchdrehen lässt. Möglich. Die vollständige Wirkung des Pergaments der Macht wurde noch nie ausgiebig erforscht. Und das wird auch so bleiben. Ich kann's ehrlich kaum erwarten, dass es zerstört wird. Du willst die Seite also nicht lesen? Vergiss es. Aber nicht nur, weil ich glaube, dass sie mir Albträume beschert. Sondern weil der Text Blaze so aus der Bahn geworfen hat, dass er uns verraten hat. Moment, was? Blaze kann lesen? Oh Mann. Zum Glück hat er das nicht gehört. Warum nicht? Ich habe keine Angst, ihm die Meinung zu sagen. Das wäre definitiv unterhaltsam. Ich glaube, Wanda will mit dir reden. Ich sollte nicht deine ganze Zeit für mich beanspruchen. Geh zu ihr. Ach, und Hunter? Ja, Robbie? Pass auf dich auf, okay? Also, so richtig. Mache ich immer. Worüber regen sich denn alle so auf? Über einen Albtraum. Wir haben alle dasselbe geträumt. Und das hat uns beunruhigt. Hattest du auch denselben Traum? Wäre echt komisch, wenn in der ganzen Abteil nur du das nicht geträumt hast. Du meinst den über Lilith? Moment. Du hast von Lilith geträumt? Ihr etwa nicht? Nein, Hunter. Wir haben von dir geträumt. Und zwar was ziemlich Übles. Was? Von mir? Sagen wir, du... äh... Etwas schleuderte dich über uns. Dein Gesicht verzerrt in... Tja, man könnte es nur als Höllenqualen bezeichnen. Und das ist alles, woran ich mich erinnern will. Ich will dir keine Angst machen. Ich meine, es war ja nur ein Traum, oder? Eins musst du über mich wissen. Mir macht nichts so schnell Angst. Hören wir lieber auf zu reden. Es starren schon alle. Was? Die starren? Ja. Die haben wirklich Angst, nicht wahr? Hey, falls es dir hilft. Vor mir haben alle genauso viel Angst wie vor dir. Heute Nacht hat wohl niemand geschlafen. Ich frage das nicht gern, aber... geht es dir gut? Aber natürlich. Sicher? Der... Albtraum, den wir alle von dir hatten. Der, den alle hatten, aber über den keiner reden will? Sagen wir einfach, du solltest froh sein, dass dein Halsband dich beschützt. Um mich wovor genau zu beschützen? Vor deiner Mutter, Hunter? Vor wem sonst? Wer weiß, wie sie dich manipulieren könnte, wenn du dieses Halsband nicht hättest? Ich traue ihr sogar zu, in deine Träume einzudringen, so wie sie es gestern Nacht bei uns gemacht hat. Sie weiß, dass das Pergament hier ist. Und will es sicher um jeden Preis haben. Wir müssen alle auf der Hut sein. Auf jeden Fall sollten wir nicht den Kopf verlieren. Ich will einfach nicht, dass dir was passiert. Komm rüber, Hunter! Ich serviere hier frische, pergamentzerstörende Technik. Ist es das? Das Ding, mit dem wir das Pergament zerstören? Aber hallo, das ist der Gamma-Beschleuniger. Plus ein paar Tipps aus den Notizen vom lieben alten Dad. Plus ein paar Modifikationen. Plus eine kurz mal improvisierte revolutionäre neue Technik. Bist du sicher, dass es funktioniert? Du hast sicher eine Million Fragen. Komm in den War Room, dann hörst du meinen ganzen Pitch. Das solltest du nicht verpassen. Ich will ja nicht sagen, dass ich meine beste Arbeit unter Druck leiste. Aber ich glaube, dieses Mal habe ich mich selbst überrascht. Das ist beeindruckend. Du hast diese Arbeit unglaublich schnell erledigt. Gib dir ein paar Starkreis rein und du erledigst alles im Nu. Hoffentlich trifft mich die Unterzuckerung nicht, während wir die Seite zerstören. Wenn du die Prophezeiung aufhalten kannst, werde ich der Erste sein, der dein Loblied singt. Ah, du versprichst Karaoke? Ich nehme dich beim Wort, Hunter. Dieses Ding wird nicht versagen. Was ist mit den Forschungen deines Vaters? Behakt es dir auf ihrer Grundlage, diese Kanone zu bauen? Ich perfektioniere nur, was er begonnen hat. Es ist, als hätte ich alle Leichen aus dem Keller meiner Familie geholt, sie entstaubt und jetzt leisten sie gemeinnützige Arbeit. Sie wird von Skeletten angetrieben? Keine Sorge, Redensart. Da sind keine echten Skelette drin. Nur gewaltige Mengen an Gammastrahlung. Unser Freund Banner dachte, er würde sie benutzen, um sich aufzuladen. Aber dieses Ding wird sein Team dauerhaft lahmlegen. Konzentrieren wir uns darauf, das Pergament zu zerstören. Um Hulk kümmern wir uns später. Ach komm schon. Ich weiß, bei dir damals gab es noch kein Multitasking. Aber nur so schaffe ich mein Programm. Außerdem geht mir Banner nicht aus dem Kopf. Also, was jetzt? Jetzt kommt der schwierige Teil. Ich muss dem Team meinen Plan erklären. Nun, ich weiß, einige von euch haben es nicht mit wissenschaftlichen Methoden, aber habt Geduld, macht es euch bequem. Ich kann euch die komplexen Teile erklären. Du willst die unzerstörbare Seite mit einer Strahlenkanone abknallen. Eine Gammastrahlenkanone. Man kann das Pergament der Macht nicht einfach mit Gamma-Energie sprengen. Das macht man nicht. Das stimmt auch wieder. Pass auf, du und deine Abracadabra-Fans hattet eure Chance. Jetzt bin ich dran. Und Howard. Die Forschung deines Vaters. Pops wollte aus der Gamma-Energie keine Waffe machen, sondern er versuchte eine fast unerschöpfliche Energiequelle zu schaffen. Wahrscheinlich sollte ich Bruce für diese Einsicht danken. Das Problem, Gamma-Energie hat eine Schwelle. Wird sie überschritten, macht es Kaboom so richtig. Dann kam Los Diablos, Geburtsort des Hulks. Und das letzte Mal, dass jemand Pops Theorien überprüfen wollte. Das Gebiet ist noch immer durchtränkt von dieser modifizierten Energie. Wenn ich sie durch meine Beschleunigerkanone kanalisiere, auf eure Gamma-getränkte Seite, macht es Kaboom so richtig. Sehr richtig. Wir brauchen eine unglaubliche Menge Energie. Und nicht nur Gamma. Yo, Lost Boys. Und Lost Girls. Aufsatteln. Wir brauchen euch. Sabertooth ist noch da draußen. Sie werden nicht ohne mich gehen. Umso besser. Ihr dürft gerne klatschen, wenn ich die Apokalypse stoppe. Mal wieder. Was gibt's los, Junge? Gar nichts. Gar nichts und noch weniger. Nun, nichts ist gut. Die Abtei schützt dich und diese Seite gerade nicht. Halt einfach noch etwas länger Sicherheitsabstand, bis wir hier fertig sind. Mit nur einem Schuss sorgt meine Gamma-Kanone die Gamma-Energie aus dem ganzen Tal. Das Ganze muss mit einem Schuss funktionieren. Dann triff besser. Versteht sich von selbst. Das ist der mieseste Plan, von dem ich je teil war. Und ich hab mit Deadpool gearbeitet. Robby kann die Seite nicht ewig verstecken. Könnten wir ihm diese Last nur irgendwie abnehmen? Ha. Apropos. Yo, Fast and the Flame jetzt. Was habe ich euch gerade gesagt? Stark! Schmeiß die verdammte Kanone an! Was? Stark! Mehrere Ziele nähern sich deiner Position. Das ist nicht Robby. Aktiviere Gamma-Kollektoren. Wie lang brauchst du? Woher soll ich das wissen? Ich hab die Dinger erst gestern erfunden. Dann mach weiter. Wir halten hier die Stellung. Stark. Viel schlauer, als es gut für dich ist. Ignoriert die anderen und folgt der Seite. Zeit, dass ich heimkomme. Kapier's doch, du Fecht! Nicht! Durch diese Adern fließt jetzt Magie. Das ist wohl wahr. Logan! Leute, ich bin mir nicht sicher, wie lange das Loch gut geht. Warte! 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 Nicht auf mich! Noch so ein Deal, was Blaze? Was bietet dir Lilith? Besseres Spritbudget? Nicht ganz! Komm zurück! Genau das wollte ich vermeiden. Was? Aber ihr wolltet ja die harte Tour. Du hattest recht, Junior. Ich bin ein Feigling. Bin mein ganzes Leben vor diesem Moment weggelaufen. Wenn die Welt das Ding packen will, braucht sie jemand starten. Wie dich. Johnny! Warte! Nein! Drei. Zwei. Eins. Wir sehen uns, Rox. Zwei. Der schlafende Titan ist erwacht. Der Bote des C'tharn. Nein, der verdammte Hulk! Und ich hab' ihm ein Upgrade verpasst! Dichter. Traft! Wie einen Gott zu bekämpfen! Haben wir schon mal besiegt? Das können wir nochmal. Wir müssen nur... All die Jahre, Toonie. Glaubtest du, wir seien gegenwürdig? Ich hätte dich einfach so zermalmen können. Euch alle! Hahahaha! Er hat uns gehen lassen. Warum auch immer er das getan hat. Der Hulk wird Lilith die Seite bringen. Wie es vorherbestimmt war. Wie sie es die ganze Zeit geplant hatte. Genau. Willst du mir sagen, dass sie alles eingefädelt hat? Meine Mutter bekommt immer, was sie will. Mit dem Darkhold in ihrem Griff fehlt ihr jetzt nur noch eines. Ich. Ich kriege Blaze nicht aus dem Kopf. Ich meine damit nicht Besessenheit oder so. Nur... alles, was passiert ist. Sag mir, was du denkst. Einerseits war er mein persönlicher Held. Andererseits hat er versucht, dich zu vernichten. Und noch andererseits hat er sich für meine Rettung geopfert. Wie kann ich ihn ehren und dabei aufrichtig sein? Es gibt zu viele Seiten. Ganz egal, wie sehr er uns verraten hat. Am Ende hat er das Richtige getan. Du stehst nur hier, weil er sich geopfert hat. Kann sein. Ich erinnere mich auch noch an Mephistos Schwefelgestank. Und an Blazes beschissene Einstellung. Kann ich wirklich über das Gute reden und das Ultramiese ignorieren? Ich finde nicht. Was du auch tun willst, tu es schnell. Ich fürchte, uns läuft die Zeit davon. Du hast mir echt geholfen, den Kopf klar zu kriegen. Danke. Bis morgen früh überlege ich mir was. Versprochen. Hm. Du hast unser Gespräch wohl gehört. Manches davon. Sind wir ehrlich? Dieses Weltuntergangsszenario ist wohl zu gruftig übernatürlich für die Avengers. Es ist Zeit, dass sie aus dem Weg gehen und uns Jungen das Zepter übergeben. Die Avengers sind eindeutig überfordert. Verdammt richtig. Jetzt dürfen wir es vermasseln. Du klingst nicht sehr überzeugt. Ich will es nicht verschreien. Also, hast du einen Plan? Du meinst, um Kithon davon abzuhalten, aus uns ein kosmisches All-You-Can-Eat-Fleischbuffet zu machen? Wir haben noch nicht alle Details festgelegt, aber wir klären das schon. Bis dahin behalte das für dich, bis wir wissen, was wir tun. Ich will den Avengers nicht noch mehr Angst machen, als sie schon haben. In Ordnung. Cool. Wir reden später. Uns bleibt kaum noch Zeit, Kithon aufzuhalten. Ich bin jetzt so gut wie zu allem bereit. Wenn du also schlaue Ideen hast? Wir sollten nicht herumsitzen und darauf warten, dass Kithon zurückkehrt. Wir sollten ihn angreifen. Alles, was wir hier tun, dient dazu, Kithon daran zu hindern, in unsere Existenzebene zurückzukehren. Wir gehen nicht zu ihm. Das wäre Selbstmord. Ich bekämpfe ihn, wo ich auf ihn treffe. Egal, was dir diese Bücher sagen. In diesen Büchern steht, dass Kithon schon eine Bedrohung war, bevor die Zivilisation begann, als nur die Urgötter auf der Erde wandelten. Aber was noch? Sicherlich gibt es noch mehr nützliches Wissen für uns. Was sonst hast du erfahren? Ich könnte dich die ganze Nacht mit diesem Thema wachhalten. Also sag mir genau, worauf du neugierig bist. Wer waren diese Urgötter? Erzähl mir von ihnen. Geschwister, sie wurden von dem Jurgen, der Quelle allen Lebens auf diesem Planeten, ins Leben gerufen. Diese Wesen hießen Set, Gaer, Osh-Tur und Kithon. Sie beherrschten den Planeten viele Jahrtausende lang. Alle verfolgten ihre eigenen Interessen und rangen immer mehr um die Vorherrschaft, bis es schließlich zu viel wurde. Neue Götter erschienen, um die alten Götter zu stürzen und ihr Wirken aus unserer Welt zu bannen. Nichts währt ewig, auch nicht für Götter. War Kithon von Anfang an so ungeheuer böse? Er war schon immer seltsam, aber sein ungezügelter Umgang mit Chaos-Magie hat ihn schließlich so verdorben, dass er es nicht mehr rückgängig machen konnte. Während Kithons Schwester Gaer das Leben auf seinem Planeten nährte, wollte Kithon es in sich aufnehmen und es nach seinem verqueren Bild umgestalten. Wegen dieses bösen Triebs wurde Kithon in ein anderes Reich verbannt. Und dort wartet er? Bereit zurückzukehren, wenn die Gelegenheit sich bietet? Wie jetzt? Wenn Kithons zurückkehrt, was wird dann mit dieser Welt geschehen? Die Welt und alles Leben, wie du es kennst, wird nicht länger existieren. Aber sie wird nicht verschwinden. Sie wird nach Kithons Ebenbild umgestaltet werden. Wir werden nur als Ausgeburt Kithons existieren. Und die Welt wird nur dazu dienen, ihn am Leben zu erhalten. Was für ein höllisches Dasein. Was ist mit dem Darkhold? Könnte es uns nicht Kithons Geheimnisse verraten? Das Darkhold ist selbstgefährlich. Da Kithon in einer anderen Dimension eingesperrt ist, versucht er dadurch, unsere Welt zu beeinflussen. Es besteht aus Kithons auf Pergament gebannten Worten. In unserem Kampf können wir nicht darauf bauen. Das wäre so, als würde man versuchen, Ultron mit seinen eigenen Memoiren zu besiegen. Es würde übel enden. Und wahrscheinlich ist es auch schlecht geschrieben. In der Prophezeiung heißt es, der schlafende Riese sei erwacht. Wenn das Hulk ist, wie wichtig ist er für Kithons Ziele? Ich weiß nicht genau. Aber seine Anwesenheit erschwert unsere Fähigkeit, Hydra und Liliths Bemühungen zu stoppen. Gegen ihn muss etwas unternommen werden. Sonst verliert Dark noch den Verstand. Ich möchte dich nicht weiter aufhalten. Lies weiter. Es muss etwas geben, das wir gebrauchen können. Ich hoffe, du hast recht. Und ich werde weiter graben. Hey, äh... Danke fürs Kommen, Leute. Ich weiß, wir sind alle ziemlich geschlaut. Wir sind alle für dich da, Robby. Wir wissen, wie wichtig dir das ist. Aber wir sollten mal weitermachen. Ich weiß, was ihr alle denkt. Ihr fandet, dass Blaze ein Riesenarschloch ist. Wow. Ich dachte, Professor Xavier ist der Gedankenleser Logan. Sei still. Jedenfalls Blaze. Ja, nett war er nicht. Aber die Welt ist auch nicht nett. Und manchmal muss man so sein, wenn man was gebacken kriegen will. Und er hat richtig viel gebacken gekriegt. Also merkt euch das, Kinderchen. Ihr werdet nicht ewig so frisch und unschuldig bleiben. Danke, Logan. Schöner hätte ich's auch nicht sagen können. Ehrlich gesagt, hatte ich keine Ahnung, was ich sagen soll, weil ich früher den flammenden Boden verehrt habe, auf dem Blaze gefahren ist. Dann lernte ich ihn kennen. Und hab ihn definitiv nicht mehr so verehrt. Bin ziemlich sicher, ich hab ihn gehasst. Bis er sein Leben geopfert hat, um meines zu retten. Johnny mag nicht perfekt gewesen sein. Aber am Ende des Tages war er einer von uns. Und ich bin froh, ihn gekannt zu haben. Auf Johnny Blaze. Johnny Blaze. Johnny Blaze. Johnny Blaze. War's das jetzt? Können wir endlich gehen? Erstaunlich. Dass die Nation Transia einst das Machtzentrum der heldenhaften Ritter von Wondagore war. Man nennt sie heute eher Camp Hydra. Sie holen Verstärkungen von überall her. Aber was genau verstärken sie? Mount Wondagore. An diesem Ort war schon immer etwas nicht ganz koscher, wenn du mich fragst. Etwas wie das hier? Das ist schon in Ordnung. Jetzt kennen wir die Schwachstelle. Zeit ist der Dämonenkönigin heimzuzahlen. Nein? Nun, ein kleiner Fehler reicht. Meiner Mutter die letzte Darkhold-Seite geben. Den Halt zurückholen? Okay, praktisch derselbe Fehler. Gut, dann übernimm du. Verstanden. Wie wär's, wenn ihr einfach uns die Sache überlasst? Das Sanktum, Tonys Gamma-Todesstern, Wanda. Klingelt was? Jedes Mal, wenn wir auf euch hören, passiert die nächste Katastrophe. Du bist kein Babysitter, Hunter. Du bist unser Leitbild. Und wir sind die Midnight Suns. Familie. Familie ist Familie. Dieses Mal sind wir für dich da. Worauf warten wir dann noch? Vielleicht sollten wir auf sein Herz zielen. Er ist kein Vampir. Er ist ein von Gamma-Kraft angetriebener Muskelmann. Vollgepumpt mit einer dicken Dosis von Liliths Verderbnis. Anders gesagt, wir sind am Arsch. Pass auf, ich weiß, Lilith ist wie eine dunkle Göttin mit einem extra wütenden Hulk als Nummer zwei. Vergiss das Pergament der Macht nicht. Das hat sie auch noch. Und das ist krass OP. Aber wir haben etwas, was sie nicht hat. Todessehnsucht? Nein, Alter, wir haben Freunde. Wir haben uns. Wir sind die Midnight Suns. Und weißt du, was die Suns machen? Wir gehen auf. Wir kriegen das hin, Leute. Wir müssen an uns glauben, wenn wir das schaffen wollen. Blade, Robbie, ihr wisst, was zu tun ist, oder? Bis bald, Nico. Wehe, ihr lasst mich hängen. Der Fortbestand unserer Existenz hängt nämlich von euch ab. Okay, kein Druck. Geht dir nur die Welt unter. Nicht unbedingt. Was? Keine Alien, Schleimblasen, dämonische Barrieren oder nette grüne Monster? Dann haben wir sie. Diese Rune. Liliths Grab. Es war also hier. Schon immer. Wanda hatte recht. Hat sie meistens. Okay, eins nach dem anderen. Midnight Suns sammeln. Oder so. Ja. Midnight Suns sammeln. Oder so. Warum nicht? Verschaff uns Zeit. Rein, solange es noch geht. Überlass das mir. Los. Verdammt, ja. Aus deinem Volk kannst nur du allein als Gefäß meiner Macht dienen, liebstes Kind. Lieber Tenebris. Reverso Cest Nobis. Nur noch ein paar Augenblicke. Zusammen schmieden wir das Darkhold neu und leiten. Es ist vorbei. Mutter, nein! Hör auf! Glückstreffer. Das schafft sie nicht nochmal. Aber all dies ist für dich. Alles, was ich tue, ist immer für dich, Kind. Hör nicht hin! Sie hat kein Recht, dies so zu nennen, seit sie diesem Monster ihre Seele verkauft hat. Die Wahrheit wird sich früh genug zeigen, Schwester. Selbst wenn sie auf dieses verdammte Buch fixiert ist, wird Lillis Barriere nicht leicht zu durchbrechen sein. Ja. Aber die Höhle schon. Midnight Suns. Es beginnt. So gefällt mir das. Die Barriere hält immer noch. Lieber Tenebris. Reverso Cest Nobis. Raus ihr jetzt! Ihr habt alles getan, was ihr konntet. Fast alles. Jo, Dämonen-Lady. Eins noch. Bevor wir gehen. Das ist für Johnny Blaze. Nein! Der Zauber darf nicht unterbrochen werden! Jetzt können wir gehen. Mutter. Seine Mutter ist seit Jahrhunderten tot. Jetzt geh endlich! Fröhliche Musik Bist du Bist du Bist du Bist du Bist du Bist du Bist? WDR mediagroup GmbH Revitos Was ist los? Alles Dieses mysteriöse Gebäude Hoffentlich sieht Tante May das nicht Sie würde durchdrehen Wir wollten es stoppen, aber... Wir haben's vermasselt, Robby. Sag es ruhig. Es ist egal, wer es vermasselt hat. Nicht egal ist, dass wir am Arsch sind. Apocalypse Wow über zwei Millionen Mal geteilt. Jetzt sind wir im Endspiel. Yay, geschafft. Das erste Mal haben wir tatsächlich die Zügel in der Hand. Das erste verdammte Mal. Und wir konnten sie nicht aufhalten. Wir haben einen ganzen Berg auf Lilith abgeladen. Und sie hat es trotzdem geschafft, den Tempel von Kethon zu beschwören. Toll gemacht, Team. Ich bereue nichts, was wir dort getan haben. Das solltest du auch nicht. Zu schade, dass alles umsonst war. Das wissen wir noch nicht. Noch nicht? Du hast gesehen, was passiert ist. Jetzt kommt jede Sekunde der hässliche Kalamari-Urgott und nascht unsere Seelen. Nico, das werde ich nicht zulassen. Auserwählte. Du erinnerst dich? Ja, ich schätze, du hast recht. Du musst diese Last nicht tragen. Also leg sie ab. Ja, ja. Ich versuche es. Okay. Ich bleibe noch ein bisschen hier draußen und lecke meine Wunden. Danke, dass du vorbeigeschaut hast. Immer. Agatha? Entschuldige die Störung. Hast du einen Moment? Für dich? Natürlich. Du bist mit schwierigen Problemen immer zu mir gekommen. Nie zu Sarah. Ich konnte immer auf deinen Rad bauen. Wirklich? Ich habe immer befürchtet, ich würde den Besen nach Gespür fliegen. Habe ich erwähnt, dass ich in den 60ern einen davon hatte? Einen Besen mit Sitz? Wo ist er jetzt? Zeig ihn mir. Verloren in Woodstock. Ach, das war ein wildes Jahr. Ja, schade. Sag, was belastet dich? Wie sage ich das, ohne melodramatisch zu klingen? Nun... Trotz unserer Taten erfüllt sich die Prophezeiung. Kethons Wiederkehr scheint unausweichlich. Dennoch kann ich für meine Liebsten nur als makaberer Tourguide dienen. Agatha... Ich sollte mit Sarah und dir hier sein. Dabei helfen, das Team zusammenzubringen. Aber ich fühlte mich nie so... ...nutzlos. Es tut mir leid, Hunter. Ich lasse dich in Ruhe. Agatha, warte. Äh, gute Nacht. Agatha. Hunter, ich komme rein. Wo ist sie? Ich hab euch miteinander reden hören. Ich bin überrascht, dass du Agatha hören kannst. Also streitest du es nicht ab? Wieso sollte ich? Gerade dir gegenüber. Wieso hast du es mir nicht früher gesagt? Wieso hast du es nicht Caretaker gesagt? Ich hatte gelobt, nichts zu sagen. Wem? Agatha. Wieso dann jetzt? Aus einem Grund. Wenn du Agatha hörst, solltet ihr zwei euch ausführlich unterhalten. Ich weiß nicht, ob ich ihr gegenüber treten kann. Dann lass mich mit ihr reden. Na schön. Ich vertraue dir, Hunter. Gute Nacht. Agatha, hast du kurz Zeit? Ja, Hunter. Und warum flüstern wir? Komm in mein Zimmer. Wir müssen reden. Alles klar. Worum geht es hier? Wanda weiß, dass du in der Abtei bist. Gestern Abend hat sie unser Gespräch mitgehört. Was hat sie? Sie hat mich zur Rede gestellt und wollte wissen, wo du bist. Was hast du ihr erzählt? Ich konnte sie nicht anlügen. Ich die Abtei verlassen musste. Und? Verständlicherweise denke ich an Agatha. Es muss unvorstellbar schwer sein, so ein Geheimnis zu bewahren. Natürlich möchte ich mehr erfahren. Aber ich weiß, dass du dein Bestes gibst. Es war nicht leicht. Dann mache ich es nicht noch schwerer. Ich weiß nicht, was ich hier erwartet habe. Vielleicht Bücher? Danke dafür. Agatha und ich haben hier so viel Zeit verbracht. Da sollte ich... Aber ich fühle nichts. Ich fühle mich einfach nur... Taub. Ich fühle mich schuldig, weil ich mich nicht schuldig fühle. Wenn du darüber reden willst, werde ich zuhören. Danke, aber ich will dich nicht stören. Ist bestimmt ein stressiger Tag für dich. Das ist kein Problem. Ich weiß. Aber ich muss erst alleine nachdenken, bevor ich darüber reden kann. Später komme ich gerne auf dein Angebot zurück. Ich verstehe. Okay. Ich mache mich lieber wieder an die Arbeit. Tut mir leid, dass ich letzte Nacht nicht reden konnte. Ich... Ich stehe noch etwas unter Schock. Mein Verstand versucht, das alles zu verarbeiten. Nimm dir alle Zeit, die du brauchst. Das ist es ja, Hunter. Wir haben keine Zeit. Keine Ausreden. Ich muss mich zusammenreißen. Gleich wird meine Schwester C'thon entfesseln. Aber Wanda sitzt da und liest, als wäre nichts passiert. Als wäre Agatha noch hier. Eine Hälfte von mir wünscht sich, dass sie mich aus diesem Chaos herausholen könnte. Und die andere Hälfte? Ist froh, dass sie die Schrecken nicht erleben muss, die C'thons Herrschaft bringt. Und doch frage ich mich, was sie wohl sagen würde. Eines würde sie ganz sicher wollen. Und das wäre? Dass diese Kluft zwischen dir und Wanda endlich heilt. Ach, ich weiß. Aber ich bin dafür nicht bereit. Noch nicht. Aber warte damit nicht bis zum Ende der Welt. Dann passiert es vielleicht nie. Nicht in diesem Leben. Ach, ich muss klar denken. Jetzt, da der Tempel von C'thon frei liegt, schwinden unsere Möglichkeiten. Ich weiß, du bist auch aufgebracht. Alle sitzen im selben Boot. Sie will sicher kein großes Aufhebens. Also lass dir eine Ausrede einfallen, warum du da bist. Bring ihr Plätzchen mit. Hey, Doc. Hey, ich hätte da eine Bitte. Danke, Hunter. Oh, und sie geht sicher nicht raus, so liebe. Hunter, du hast mir die Wahrheit über Agatha versprochen. Die soll sie dir selbst erzählen. Agatha ist hier? In diesem Moment? Ich bin gleich hier, Wanda. Siehst du mich nicht? Agatha? Wo bist du? Also hörst du mich nur. Besser als nichts. Agatha, ich... Ich hab dir so viel zu sagen. Wanda, bitte. Du bist meine Schülerin. Ich will nicht, dass mein Tod dich belastet. Ich hab die Kontrolle verloren. Nein, ich. Ich habe zu schnell zu viel Druck gemacht. Ja, aber ich muss... Liebes, du bist nicht das erste Mal an meinem Grab. Ich habe gehört, was du gesagt hast. Du musst es nicht wiederholen. Und die Zeit ist knapp. Kethon rührt sich in seinem Schlummer. Ich stehe euch in diesem Kampf zur Seite. Aber ich brauche Hilfe. Von euch beiden. Meine Verbindung zu dieser Welt ist dürftig. Aber es gibt ein Ritual, das mich an diesen Ort binden kann. Zuerst musst du mir ein Erinnerungsstück holen. Ich kenne keins der Rituale, die du beschreibst. Das stand in einem der Bücher, die du nicht lesen durftest. Ich habe viele dieser Bücher gelesen. Ja, du warst ein frühreifes Kind. Diese Bücher waren Köder. Ich wusste es. Das glaube ich. Was genau sollen wir dir denn bringen? Saras Trauer ist meine stärkste Bindung zur Welt. Dieses Erinnerungsstück symbolisiert unsere Verbindung. Was ist es denn? Keine Ahnung. Aber es muss in ihrem Zimmer sein. Je näher ich komme, desto mehr Schmerz spüre ich. Ein Geist kann Schmerz empfinden? Schön ist das nicht. Wie sollen wir vorgehen? Hunter, du kennst Sarah am besten. Ich verlasse mich darauf, dass du ihr Zimmer durchsuchst und dieses Erinnerungsstück findest, was immer es ist. Und was soll ich tun? Beobachtung und Ablenkung. Also, ich stehe Schmiere, während Hunter Caretakers Zimmer durchwühlt? Ich würde es ja selbst tun. Ach, schon okay. Meine Lieblingsserie dreht sich auch um Raubüberfälle. Jetzt versprecht ihr mir, dass Sarah nicht vom Ritual erfährt. Nicht bevor es vorbei ist. Warum nicht? Je mehr sie weiß, desto schlechter stehen unsere Chancen. Ich habe dein Geheimnis lange bewahrt. Und ich kann es auch bewahren. Gut. Ich glaube an euch. Du kannst auf uns zählen. Wanda, sie ist schon weg. Oh. Nun, es ist Zeit, sich in Caretakers Zimmer zu schleichen und eins ihrer Erbstücke zu stehlen. Lass uns gehen, bevor ich es mir ausrede. Geht mir auch so. Nach dir. Wie läuft's da drin? Gefunden. Okay, die Luft ist... Warte, da? Caretaker. Hi, wie... Äh, läuft's denn so? Ich bin müde. War viel los heute. Oh, das kenne ich. Wir sollten, äh, spazieren gehen. Einmal um die Abtei? Und warum genau? Spazieren ist gesund, gut für den Kreislauf. Wie wär's, wenn wir... Wanda, es ist spät. Ich muss ins Bett. Ich möchte mit dir über Agatha reden. Aha. Ich... Wollen wir nicht eine Runde drehen? Sie hat etwas gesagt. Zu mir. Über dich. Wanda, das Thema ist für mich tabu. Ich bitte nicht um Verzeihung. Ich kann es eh nicht ungeschehen machen. Aber ich weiß noch ganz genau, wie nett Agatha über dich gesprochen hat. Und es wäre nicht fair, es dir zu verschweigen. Also, gehen wir bitte? Ach, na schön. Aber nur kurz. Ja, ganz kurz. Wir sind in ein paar Minuten zurück. Höchstens. Gehen wir. Ich will's hinter mich bringen. Die Luft. Ist so rein. Geht es dir gut? Nur ein Frosch im Hals. Lass uns über den Hof gehen. Hunter. Eliana. Was hast du im Caretakers Zimmer gemacht? Agatha ist ein Geist. Wanda und ich sollten ein Medaillon für sie beschaffen. Wir brauchen es für ein Ritual, um Agatha wiederherzustellen. Dann kann sie uns im Kampf gegen Lilith helfen. Das ist absolut hammermäßig. Aber sag's keinem. Lass mich am Ritual teilnehmen. Okay, mach ich. Dann hab ich nichts gesehen. Das will ich nie wieder tun. In ihren Sachen zu wühlen, das hat sich nicht gut angefühlt. Wenn das Ritual funktioniert, kann Caretaker Agatha vielleicht wieder hören. Wie fühlt es sich jetzt an? Besser. Für mich auch. Und was jetzt? Ich nehme das... Was war's? Ein Medaillon. Hm. Ich nehme an, Agatha wird uns sagen, wie es zum Ritual passt. Das werde ich. Agatha, wir haben Caretakers Erinnerungsstück. Ich spüre es. Sei ein braver Lehrling und hülle es in einen Schutzbann, ja? Natürlich. Schon besser. So. Erinnerst du dich an das Ritual in der Lipris in Licitus? Der graue Seneschal. Aber das ist... Verboten, ja. Ich wollte sagen, extrem gefährlich. Und ich würde es auch niemals erwägen, wenn die Umstände nicht so schlimm wären. Was genau ist dieses Ritual? Der graue Seneschal benötigt einen Gegenstand, der einen Geist an eine Person oder einen Ort bindet. Warum ist das so gefährlich? Weil im ersten Schritt des Rituals der Gegenstand zerstört wird. Dann ist der Geist für kurze Zeit extrem verwundbar. Für Auflösung, für Besessenheit, für Zerstörung. Mir ist nicht ganz wohl dabei, aber wenn du das Risiko eingehst, unterstütze ich dich. Ich bin so stolz darauf, dich zu kennen, so wie du geworden bist, Hunter. Glaub mir, wenn ich sage, dass es das Risiko wert ist. Wenn das Ritual wie erwartet funktioniert, wird jeder in der Abtei mich hören können, mich sehen. Ich werde helfen können, wenn es am nötigsten ist. Wir machen es, wenn der Mond günstig steht. Aber alles steht und fällt damit, dass Sarah nicht erfährt, was wir vorhaben. Warum? Das Ritual stammt von ihr. Sie hat es vor Jahrhunderten erschaffen. Sie weiß, wie groß die Risiken und wie gering die Chancen sind. Und sie wird Wanda auf keinen Fall erlauben, das Ritual zu leiten. Doch wenn wir Erfolg haben wollen, muss es Wanda sein. Nein, das geht nicht. Wanda, die Macht dieses Rituals liegt in seinen Widersprüchen. Und welcher Widerspruch könnte größer sein, als deinen Geist ins Leben zurückzuholen. Aber Agatha, wenn ich die Kontrolle verliere... Wirst du nicht. Woher weißt du das? Weil du meine beste Schülerin bist. Weil du aus deinen Fehlern lernst. Und weil du wissen sollst, dass ich dir vergebe. Und dafür musst du mir in die Augen schauen. Na gut. Jetzt zur Vorbereitung. Wanda, ich bin in deinem Zimmer. Wir gehen jeden Schritt des Rituals durch. Wir sehen uns dort. Sie ist schon... Ich weiß. Hunter, glaubst du, ich kriege das hin? Ja. Daran hab ich keinen Zweifel. Warum? Weil niemand außer dir sich je als Gefallener der Kontrolle meiner Mutter widersetzt hat. Das hat nicht gereicht. Es hat gerade gereicht. Deshalb bist du hier. Okay. Wenn der Mond richtig steht. Wenn der Mond richtig steht. Nur kein Druck. Okay, Midnight Suns. Zeit, die Vergangenheit abzuschütteln und Ärsche zu treten. Und wir können die Uhr nicht zurückdrehen, weil Dr. Strange alle seine Zeitreisetotems in New York verloren hat. Oh, trainieren wir den Schmerz einfach weg? Klappt schließlich in jedem einzelnen Boxerfilm. Das Kino als Inspiration, das muss Verzweiflung sein. Für Cefon sind wir Ameisen. Wir kämpfen zusammen oder gehen unter. Ich stimme Blade und Scarlet Witch zu. Deswegen kriegen wir immer auf die Fresse. Wir sind keine Avengers. Wir haben Glück, dass wir noch leben. Ich wollte nicht über das Konzept herziehen, Blade. Ja, gemeinsam zu trainieren zeigt uns, wie wir aufeinander aufpassen. Wenn Blaze die ganze Zeit über bei uns bleiben würde, wären wir unaufhaltsam. Genau, Robbie. Das macht uns stärker. Ich hab wirklich keine Lust, so was wie wir sind die Midnight Suns oder so zu sagen. Das ist mir zu kitschig. Also gilt dieses vage Gefühl hiermit einfach als ausgedrückt. Nimmt diese toll wie wir einander zuhören Energie und tut, als müssten wir Spider-Man über eine Höllenlandschaft voller Dämonen und Schwefel schleudern wie einen Football. Ja, die Einstellung gefällt mir. Moment, warum üben wir nochmal dieses Szenario? Wir haben endlich wieder Satellitenverbindung zu Transia. Auf den Bildschirm. Sofort. Hydras Würgegriff um Transia wird enger. Und nun ist Liliths böse Brot los. So sieht unser aller Zukunft aus, wenn wir sie nicht stoppen. Diese Leute müssen evakuiert werden. Blockieren da Hydra-Soldaten die Brücke? Nicht nur Soldaten. Das ist... Hey, Captain Wonderboy! Kannst du mich hören? Crossbones. Ich weiß, dass du dich versteckst. Also hör zu! Niemand kommt aus diesem Land anders als in einem Leichensack raus. Außer du bist mutig genug mit ihnen zu tauschen. Was meinst du? Man ist genug, dich mir zu stellen? Jederzeit, Rumlow. Was meinst du? Sie haben fast meine Anerkennung. Fast! Feuer! Das ist nichts im Vergleich zu dem, was gleichkommt. Nebenbei, ich habe nicht mit euch geredet. Du willst mit jemandem tanzen, Rumlow? Tanze mit mir! War auch höchste Zeit! Hab ne kleine Überraschung für dich, Hunter. Nenn Treppe in die Vergangenheit. Wirklich. Ich dachte, das Ding wäre mit Faustus gestorben. Hab ein paar für besondere Anlässe aufgespart. Der Drecksack würde sich in diesem Moment in seinem Grab totlachen, wenn ich irgendwas übrig gelassen hätte. Du würdest uns damit alle hochjagen? Nur damit diese Menschen nicht gehen? Und Faustus soll verrückt sein? Befehle sind Befehle. Komm schon, Rumlow. Du weißt ganz genau, dass das falsch ist. Was ist nur mit dir los? Ganz genau. Wenn das Gerät explodiert, verlieren wir die Brücke. Und jeden darauf. Wir beenden das. Jetzt. Ich habe gehofft, dass du das sagst. Hat das etwa funktioniert? Bei den Dingern kann man nie sicher sein. Ach, egal. Der Kerl! Er überlädt! Kein Wunder, dass der Knacker das so lange versteckt hat. Was, Rogers? Nicht reden, festhalten, Rumlow. Er hat gewusst, dass das passiert. War immer allen ein Schritt voraus. Außer dir. Reden wir doch darüber, wenn... Ich riech der Größte aus. Wenn ich ihn sehe. Nein! Für Hüter! Ganz sicher nicht. Zeit für Agathas Ritual. Der Mond könnte gar nicht richtiger stehen. Bist du bereit? Du denn? Ich bin so bereit, wie ich es nur sein kann. Und ich werde zusätzliche Hilfe haben. Wen? Aga verbat mich, ein paar von den anderen zu rekrutieren. Wie viele Leute werden sich uns anschließen? Alle Midnight Suns. Dr. Strange. Und Logan hat mein Gespräch mit Nico gehört und sich entschlossen mitzukommen. Er hat dir geglaubt? Er sagte, ich habe schon verrücktere Sachen gesehen. Aber er benutzte ein anderes Wort für Sachen. Es ist schwer zu glauben, dass alle dem einfach so zugestimmt haben. Agatha ließ mich ihnen erzählen, was nur sie wissen konnte. Außer Strange. Er kam ohne zu fragen. Er hatte ein Funkeln in den Augen, als ob er es schon wüsste. Wir sollten los. Ich gehe vor. Es sind alle da. Wir sind fast bereit anzufangen. Was brauchen wir noch? Die Feuerschalen markieren den Ritualbereich. Sobald du sie entzündet hast, können wir beginnen. Ich bin gleich wieder da. Die Feuer sind entzündet. Letzte Worte, bevor wir anfangen. Wenn wir angefangen haben, gibt es kein Zurück mehr. Lass uns beginnen. Was soll ich für dich tun? Bleib zurück und pass auf, dass uns nichts stört. Der graue Sehneschall ist ein kniffliges Ritual. Agatha Harkness, hörst du mich? Ja. Der graue Sehneschall streckt eine Hand aus. Ergreifst du sie, obwohl sie deinen Untergang bedeuten kann? Das tue ich. Wirst du willentlich deine Verbindung zu dieser Welt trennen, obwohl dies dein Ende bedeuten kann? Das werde ich. Und wirst du dich dem grauen Sehneschall öffnen, obwohl er Besitz von dir ergreifen kann? Das werde ich. Gesprochen, bezeugt und besiegelt. Ich kann. Ich werde nun beginnen. Bereit, Wanda. Ich rufe den grauen Sehneschall. Ergreife Besitz vom Geiste von Agatha Harkness und bringe sie in diese Welt. Das ist sie. Wow, ich sehe sie. Ich sehe... Agatha? Sarah, warte. Sie wollte nicht, dass du es so herausfindest. Wieso bist du hier? Ich konnte ein Erinnerungsstück nicht finden. Laut einem simplen Zauber ist es hier. Der Anhänger. Wanda hat ihn gestohlen? Ich habe sie vor meinem Zimmer fast erwischt, oder? Wanda war der Beobachtungsposten. Ich habe ihn gestohlen. Wieso solltest du mir das antun? Agatha hat mich darum gebeten. Gebeten? Du holst sie aus ihrer ewigen Ruhe zurück? Du solltest es besser wissen. Sarah, sie hat die Abtei nie verlassen. Sie ist seit Monaten hier. Was willst du dann? Der graue Sehneschall. Ich werde nicht zulassen, dass ihr ihr das antut. Sarah, warte. Wanda wird sie nicht wieder zerstören. Sarah, nein. Was hast du ihr angetan? Nichts, was deine Taten übertreffe, Sarah. Agatha? War es das Schlimmste, was mir passieren konnte. Oh, wie ich es mit dir gehasst habe. Erst der Tod hat mich von dir befreit. Das ist nicht Agatha. Los, zeig dich! Hallo, Schätzchen. Mephisto! Lass Agatha frei. Wir haben keinen Streit mit dir. Tja, ich aber schon. Ich soll euch die verrunzelte Ecto-Puppe einfach überlassen? Hm. Irgendwer muss doch wissen, wie das läuft. Immer das Gleiche mit dir. Der Teufel will einen Handel mit uns eingehen. Ah, die haarige Kreatur weiß noch, wie es funktioniert. Kein Handel. Lass Agatha frei. Auf der Stelle. Nein, nein, nein. Ich bin bereit zu einem einfachen Tausch. Gib mir Ilyana. Und du kannst diesen... verblichenen Lumpen von einem Geist haben. Kein Handel. Dann werde ich sie vernichten und gehen. Fass sie nicht an. Ich dachte, du wärst die wahre Macht hier. Aber wenn du keinen Einfluss auf die Königin des Limbos hast, bist du für mich so nutzlos wie dieses schrumpelige Gespenst. Warte. Ich rede mit Ilyana. Gut, gut. Aber lass dir nicht zu viel Zeit. Zögert ihr, schmelze ich diese schrumpelige Seele. Was gibt's da zu sagen? Ilyana, ich will nur Zeit rausschinden für... Pst! Es gibt nichts zu sagen. Denn ich weiß, wie ich ihn vertreiben kann. Was ist der Plan? Wenn ich ihn direkt banne, nimmt er sie mit. Kanalisiere ich meine Macht aber durch jemanden, der Agatha nahesteht. Bam! Volltreffer! Er verliert die Kontrolle, ich verbanne ihn und Agatha bleibt zurück. Warum hast du es da nicht schon getan? Wenn ich meine Macht durch eine Person kanalisiere, verursacht das bleibende Schäden. Ich weiß nicht, wer dieses Leid tragen soll. Ich kann nur mich selbst anbieten. Hunter, das ist ziemlich gefährlich. Bist du sicher? Um Agatha zu retten, dem Teufel zu trotzen und dich vor seinen Fängen zu bewahren? Aber sicher. Du bist ein Narr. Aber du bist der beste Narr, den ich kenne. Gib mir das Zeichen, wenn du bereit bist. Genug überlegt. Haben wir eine Abmachung. Magic, was sagen wir dem Teufel? Wir sagen, der Teufel soll zur Hölle fahren! Agatha? Sarah, kannst du mich hören? Und ziehen. Was? Kein Kuss? Du bist also wieder du selbst. Was ihr hier getan habt, um alle zusammenzubringen, das ist… Es reicht nicht. Ich war noch nie so froh, dir zu sagen, wie falsch du liegst. Das läuft besser als erwartet. Wir müssen es nur abschließen. Wir? Heißt das, du bleibst und hilfst mit? Ich werde doch jetzt nicht einfach so gehen. Oh, Sarah. Du bist hoffnungslos. Nicht mehr. Seht euch das an. Hunter, gehst du ein paar Schritte mit mir? Sie brauchen etwas Privatsphäre. Jawohl. Agatha ist zurück. Es hat funktioniert. Wanda, das warst du ganz allein. Nein. Ohne dich wäre das nicht möglich gewesen. Wir haben uns gegenseitig gepusht. Und sieh dir an, was wir erreicht haben. Und was jetzt? Geben wir ihnen etwas Zeit. Gut. Wir sehen uns morgen. Ich werde erst mal richtig schön ausschlafen. Ich habe etwas Zeit investiert, um den Datenträger zu entschlüsseln, den Crossbones Cap gegeben hat. Ich hoffe, er liefert solide Informationen über Hydra. Er liefert solide Informationen, ja. Aber es geht nicht um Hydra. Es geht um uns. Sieh sie dir an. Er hatte Daten zu uns allen. Cap. Mir. Stark. Blade. Magic. Miko. Allen. Stärken. Schwächen. Hauptsächlich Schwächen. Wir können diese Informationen nutzen, um unsere Defizite zu beseitigen. Was er als Schwäche ansah, können wir zu einer Stärke machen. Mir gefällt deine Denkweise. Jetzt muss ich nur noch Cap davon überzeugen, dass es eine gute Sache wäre, diese Dateien mit dem Team zu teilen. Das ist noch nicht alles. Da ist noch ein ganzer Bereich, auf den ich nicht zugreifen kann. Mehr Verschlüsselungen? Mehrere Ebenen sogar. Ich komme wahrscheinlich dran, aber es wird eine Weile dauern. Cap wäre viel schneller. Wo ist er? Ich bin überrascht, dass er die Daten nicht mit dir durchgeht. Wir haben zusammen den Stick geknackt. Er war schon wegen Crossbones tot aufgebracht. Aber als er sah, was er über uns hatte, ist er ausgerastet. Er verließ eilig den Raum. Jetzt brauche ich ihn zurück. Ich finde ihn und überrede ihn zurückzukommen. Mach dir keine Sorgen. Ich bezweifle nicht, dass du sehr überzeugend sein kannst, wenn du willst, Hunter. War da irgendetwas über mich auf dem Stick? Seltsamerweise nein. Kein einziges Wort. Merkwürdig. Steve, Carol braucht deine Hilfe mit Crossbones Dateien. Typisch, dass sie dich schickt. Hat sie dir gesagt, ich will nichts damit zu tun haben? Das ist immer noch so. Seine Akten über das Team waren verstörend. Falls du einen Moment brauchst. Nicht darum ging ich. Crossbones hat das gesagt. Der alte Mann. Er sprach von meinem größten Feind. Wer? Red Skull. Während des Kriegs der Anführer von Hydra. Vom Okkulten besessen. Du glaubst, Red Skull hat etwas mit diesen Dateien zu tun? Ich bin mir sicher. Eine Akte heißt Projekt Gottmörder. Klassischer Name einer Terrorwaffe von Red Skull. Rumlow will... Wollte, dass ich die Werkzeuge meines ältesten Feindes gegen die neuesten einsetze. Diesen Gefallen tue ich ihm nicht. Du siehst das alles ganz falsch. Wie sollte ich denn dazu stehen? Crossbones hat es darauf angelegt, dich anzulocken. Dann fand er einen Weg, dir nahe zu kommen. Letztendlich hinterging er Lilith. Er gab diese Dateien der einzigen Person, der er vertrauen konnte, sie für das Gute zu nutzen. Interessante Theorie. Aber bei Rumlow lege ich im Zweifelsfall nichts gut aus. Das ist nicht deine Entscheidung. Ich wurde deinetwegen zum Anführer. Jetzt vertrau mir. Nun, wie es scheint, hast du gut aufgepasst. Der Feind meines Feindes ist mein Freund, hm? Ich rede mit Carol und schaue, was ich tun kann. Danke, dass wir das besprochen haben, Hunter. Na logisch. Nichts sagen. Red Skulls Pläne für eine Wundergore U-Bahn. Fast. Red Skull hat sie im Zweiten Weltkrieg gegraben, aber wo sie hinführen ist unklar. Noch. Es gibt Hinweise in Crossbones Infos, dass einige der Tunnel noch älter sein könnten. Wie sehr können wir Crossbones Infos trauen? Genug, um nachzuforschen und eine Aufklärung zu starten. Lust auf etwas hauen und klauen, Logan? Ah, ich weiß, wo das hinführt. Einmal das Kanonenkugelspezial. Nur, dass du mich auf einen verdammten Berg schießt. Wir wissen, dass du stark genug dafür bist. Lust auf Action, Steve? Negativ. Ich muss Crossbones Festplatte durchforsten. Da sind noch immer verschlüsselte Bereiche. Vielleicht sind es ja pikante Liebesbriefe von Crossbones an Sin. Sie ist Red Skulls Tochter oder Enkelin oder irgend sowas. Den Stammbau mit Red Skull zu teilen, verheißt nie Gutes. Das beweist das Flirten mit Crossbones. Stimmt. Ich frage mich, was für Killersonette diese beiden gestörten Toteltauben sich gegenseitig geschickt haben. Aber auch wenn der Stoff für ein paar prickelnde Albträume wäre, haben wir Größeres auf der Liste. Und in meiner krakeligen Handschrift entziffere ich sowas wie Projekt Gottmörder. Falls das wörtlich gemeint ist, klingt es vielversprechend. Korrekt. Oder es ist nichts. Red Skull hat mit schicken Namen nur so um sich geworfen. Die Antwort steckt vermutlich in Crossbones Infos. Was wir sicher wissen, ist, dass diese Tunnel irgendwohin führen und Hydra etwas versteckt. Etwas potenziell Großes. Das ist mehr Kontext, als ich sonst für Himmelfahrtskommandos kriege. Rein ins Nest der Hydra. Du begibst dich unter Führung von Wolverine in ungesicherte Tunnel unter Mount Wandergore. Ich würde es verstehen, wenn du dir Sorgen machst. Ich habe volles Vertrauen in Wolverine und weiß mich zu wehren. Es wird alles gut, egal was wir in diesen Tunneln finden. Hunter, ich muss sagen, du bist wirklich mutig. Du und Logan, ihr werdet uns alle stolz machen. Was hatte Logan über diesen oder diese Sin gesagt? Ach ja, sie gehört zu Red Skulls Familie. Bin ein paar Mal mit ihr aneinander geraten. Sie kommt ganz nach ihrem Vater. Aber natürlich ohne den roten Riesenschädel. Glaubst du, sie kennt dieses Projekt Gottmörder? Zweifelsohne. Ich habe sie erwischt, als sie ein Museum wegen Artefakten für Red Skull überfiel. Wenn Crossbones sein Wissen jemand anderem außer Lilith gegeben hat, dann auf jeden Fall ihr. Hat er aber nicht. Sondern dir. Genau. Und deswegen haben wir keine Wahl. Wenn wir dieses Projekt Gottmörder nicht finden, ist es nur eine Frage der Zeit, bis das Sinn gelingt. Es wird richtig schön schleimig und schmutzig, falls wir wirklich die Tunnel unter Mount Wandergore betreten. Meinst du, Red Skull legte keinen Wert auf Komfort? Der Typ war ein Nazi, dessen Kopf die Farbe eines entzündeten Cs hatte. Der hat dort unten sicher keine Zierkissen aus Spitze transportiert. Ich passe meine Erwartungshaltung an. Die Karte ist sehr vage, aber glücklicherweise gehe ich voran. Dann bleiben wir schon nicht stecken oder verlaufen uns. Wenn du dir sicher bist, dass du weißt, wo du hingehst, begleite ich dich natürlich. Clever, Hunter. Echt clever. Vertrau mir und wir sind von dort zurück, bevor Hydra weiß, was los ist. Mit etwas Glück finden wir Skulls Geheimnisse schnell. Ja, es wird gut sein zu sehen, was der Knochenschädel so trieb. Du redest, als hättest du ihn gekannt. Haben uns nie getroffen, aber ich war während des Krieges beim kanadischen Geheimdienst. Wir hatten Skull definitiv auf dem Radar. So scheußlich, wie man erwartet. Vom Okkulten besessen. Und dieses Projekt Gottmörder? Das ist mir neu. Hoffentlich wird es seinem Namen gerecht. Ich möchte nicht den Weg auf mich nehmen und dann nur einen normalen Mörder finden. Deine Witze sind mörderisch, Logan. Haha, nettes Wortspiel, Hunter. Hätte ich einen Hut, würde ich ihn vor dir ziehen. Danke. Was auch immer es ist, ich hoffe, wir können das mitnehmen. Ich will nicht mehr Zeit als nötig in diesen Tunneln verbringen. Da sind wir uns einig. Also, worauf warten wir? Ran an die Arbeit. Wie kann das sein? Sind wir etwa stundenlang im Kreis gelaufen? Es waren 20 Minuten. Ganz ruhig. Wir sind nah dran. Sagtest du auch beim letzten... Schnüffeln? Und ich hatte Recht. Wenn das ein Hinterhalt sein soll, ist er lausig. Hinterhalt? Eher ein Gemetzel. Allerdings. Die wollten in den Tunnel dort. Ich glaube nicht an Zufälle. Was bedeutet... Projekt Gottesmörder. Würde mein Leben drauf wetten. Haben die auch. Hydra ist gerade ordentlich auf der Fieslingsskala abgesackt. Möglich. Aber... dieser Lilin ist irgendwie anders. Wild. So was riechst du? Das Wie und Warum erörtern wir später. Öffne das Tor, bevor noch mehr von denen auftauchen. Zu spät dafür. 2-8-ję. 2-8-0-1-1-2-2-0-1-5-2-igen. Das ist dann wohl euer Gottmörder. Ein altes Enigma-Schloss. Moment, vielleicht kann ich die Sequenz dechiffrieren. Da hast du deinen Decoder-Ring. Na toll. Könnte darauf wetten, dass der Alarm immer noch läuft. Finden wir das lieber nicht heraus. Worauf wartest du noch? Hier lang. Crossbones Kommandoschiff. Das ist doch wohl ein Witz. Der Tempel des C'tharn. Ich meinte was anderes. Macht euch besser bereit. Und deshalb geben wir den Code ein. Uns gehen die Optionen aus. Und der Platz. Letzte Chance, Hunter. Kehre mit mir zur Mutter zurück. Und ich verschone deine Freunde. War das schön, als er noch Lila trug. Könnte unsere einzige Chance sein. Das ist keine Chance. Es ist ein Monster. Bringen wir's zu Ende, Prinzessin. Zu Ende, Logan. Das werde ich. Die okkulte Ausstrahlung, die von diesem Gottmörder ausgeht, ist anders als alles, was mir je begegnet ist. Als ich es ergriff, sah ich ein Gesicht. C'tharns Antlitz. Hm, ja, das dachte ich mir. Die Finsternis, die ich hier spüre, übersteigt alles Diesseitige. Es ist nicht überraschend, dass Red Skull diese Macht anstrebte. Es ist mehr als nur ein Artefakt. Aber was auch immer es ist, es könnte das Blatt in unserem Kampf gegen Lilith wenden. Macht versteht man am besten, wenn man sie ausübt. Er wird nicht umsonst Gottmörder genannt. Und was ist, wenn diese Macht dich verzehrt und gegen uns aufbringt? Was, wenn dieses Ding eine Falle ist, die Machtgierige und Narren in ihren Bann ziehen soll? Ich weiß es nicht. Und dieses Risiko können wir nicht eingehen. Ich denke, das Sicherste ist es, es noch etwas länger hier in der Schmiede zu lassen. Zumindest so lange, bis ich es genauer untersuchen konnte. Ich glaube nicht, dass jemand es benutzen sollte, bevor wir sicher wissen, was es ist. Also schön. Und wie lange, glaubst du, wird das dauern? Tja, ich glaube, die Welt geht bald unter. Also hoffentlich vorher. Was, wenn sie nicht bereit ist? Manchmal erwarten wir zu viel von ihr. Ich will auch nicht, dass sie etwas tut, wofür sie nicht bereit ist. Aber wir wissen alle, dass sie die Einzige ist, die sich ihm stellen kann. Gibt es noch jemanden, der die Kraft dazu hat? Nico, du bist eine knallharte Bluthexe. Was ist mit dir? Ich habe nicht unbedingt die nötige Feuerkraft in der Magieabteilung. Ich sag's nur ungern, aber sie ist nun mal mächtiger als ich. Sehr viel mächtiger. Außerdem weiß sie genau, womit wir es zu tun haben. Sie muss es tun. Was, wenn sie nicht will? Wir sollten sie nicht zwingen. Dann muss einer von uns sie überzeugen. Ich rede mit ihr. Zum richtigen Zeitpunkt. Glaubst du, sie schafft das? Wir werden sehen. Also ist es beschlossen? Meeting vorbei? Ja, Robby. Du bist entschuldigt. Geh zurück und spiel deine Videospiele. Bombe. Ich stehe nämlich so kurz vor dem Aufleveln. Ich wette, du schaffst es nicht, bevor C'thon deinen Controller frisst. Oh, weißt du was, Magic? Die Wette gilt. Statusbericht zur Evakuierung? Hulk hat die Brücken zerlegt. Die Straßen sind weg. Evakuierung unmöglich. Wir besorgen dir Luftunterstützung. Wir können Leute ausfliehen. Äh, negativ. Die Befehle haben sich geändert. Wir gehen aggressiver vor, um das Land zu sichern. Sichern? Soll das heißen, ihr greift den Hulk an? Bestätigt. Unser Trupp geht gerade auf Position. Nein, ich habe Fury gesagt, er soll keinen Angriff auf den Hulk starten. Sie werden niedergemetzelt. Hör mal zu, Agent Oberschlauch. Hier ist Tony Stark. Ihr müsst euren Angriff sofort abbrechen. Die dunklen Mächte in Benner werden mit der Zeit nur stärker. Diese Männer sind verdammt. Sind jetzt auf Angriffsposition. Aber das Ziel ist nicht in Sicht. Wir stecken einen Bereich... Ich hab gesagt, weg da! Halt! Da oben bewegen Sie! Der Hulk! Oh Gott, nein! Ich hasse es, wenn Leute mir nicht zuhören. Und noch mehr, wenn sie mir nicht zuhören und gute Menschen deswegen starben. Du redest wohl von Nick Fury. Ich habe ihn gewarnt, Hunter. Mehrfach. Das ist nicht der Hulk, den ihr kennt. Das ist etwas viel Gefährlicheres. Hat er zugehört? Nein. Dachte er, er wüsste es besser als ich? Natürlich. Weißt du, wie du den Hulk angehst? Klar. Wir überlegen uns, wie wir so lange nicht zu breit zermalmt werden, bis du ihn gerettet hast. Wie bei Wanda. Wenn das nicht klappt, schießen wir ihn ins All. Aber ich glaube, ihr hört mir eh alle nicht mehr zu. Du hast immer noch gute Ideen. In letzter Zeit klappen die noch nicht so gut. Danke. Man ist ja immer nur so gut wie bei der letzten Weltenrettung. Wenn das der Fall ist, muss ich noch viel unter Beweis stellen. Am besten rufe ich Reed an. Vielleicht hat er eine Idee. Oder Xavier. Oder sogar Neymar. Ist schon viel zu lange her. Der Hulk ist tödlicher als je zuvor. Vergiss das nicht. Ich weiß, glaubt mir. Aber ich kann nicht aufgeben. Ich will einfach nur meinen Freund zurück. Um jeden Preis. So endet es also. Meine Schwester verzerrt Transia mit dämonischer Energie. Und ich sehe zu. Wir sehen alle zu. Wartet. Das lassen wir doch nicht einfach zu. Oder? Wir haben Skulls Gottmörder. Er liefert etwas Hoffnung gegen Lilith. Doch leider spielen... noch mehr Faktoren hier hinein. Ganz laulische grüne Faktoren. Ich bezweifle, dass uns der Hulk je wieder in die Nähe meiner Mutter lassen wird. Oder die des Tempels. Ich könnte versuchen, alle Stark-Satelliten am Himmel auf ihn loszulassen. Hat schon mal geklappt. Quasi. Warum nach oben blicken? Showtime. Wenn die Antwort direkt vor dir liegt. Netter Auftritt. In der Tat. Hey, die Geisterlady. Agatha. Da bist du... ist das... was zur Hölle geht dir gerade vor? Der beste Teil kommt doch noch. Die mächtigste Kreatur der Erde ist nicht auf Mount Wandergore. Sie ist die Hexe von Wandergore. Es ist Zeit, dass sie heimkehrt. Die ganze Zeit hast du trainiert. Stunde um Stunde. Versuch, deine Kräfte zu wendigen. Ich denke, du bist endlich bereit, um... alles hinzuschmeißen! Auf euch! Du weißt, wie sehr ich dieses Wort hasse. Jetzt siehst du, warum. Tochter von Transia. Endlich kehrst du heim. Überlass mir deinen Schmerz und ich werde dich dafür erlösen. Meinen... Schmerz? Ja. Mutter. Den kannst du haben! Yes! Ist mir... Jeden Moment! Segniere! Nicht besiegt. Nur... Wüten! Nein! Was hattest du gesagt, Eigeran? Hinschmeißen! Hinschmeißen! Ego sum Tenebris! Mit Veniunt in Domum Suuam Hubert! Dominus! Ego sum Tenebris! Domum Dominu! Prinz Hempiec! Ja! Deshalb hat Sarah solchen Bluthochdruck. Bist du okay? Wird schon. Bei ihm auch. Es war ein langer Tag. Wenn du mich also für meinen Leichtsinn rügen willst, mach es kurz. Im Gegenteil. Ich bin hier, um dir zu gratulieren. Wir brauchten diesen Sieg. Wir brauchten ihn dringend. Und du hast ihn uns geliefert. Du sollst wissen, egal was passiert, du kannst stolz auf das sein, was du heute getan hast. Du hast meine Schwester in ihre Schranken gewiesen und gleichzeitig einen Avenger gerettet. Du hast alles Lob verdient. Ich bin nur erleichtert, dass wir Banner befreien und zurück in die Abtei bringen konnten. Ein Wunder, dass er eine solche Tortur überlebt hat. Das muss ja ein ziemlicher Kampf mit Lilith gewesen sein. Ich sehe es an deinem Halsband. Es hängt nur noch am seidenen Faden. Du sollst dich um mich nicht sorgen. Nun, Tarras wird nichts. Glaube daran, dass es hält. Jetzt ist nicht die Zeit für Glauben. Es wird bald zerbrechen und ich kann nichts dagegen tun. Das Halsband, das du trägst, ist unersetzlich. Das war's. Es gibt keinen Ersatz. Es bedurfte all der Kräfte meiner Ahnen, es für dich zu fertigen. Jedes letzten Tropfens. Es ist nichts übrig. Falls du dich also je gefragt hast, warum ich nicht Super Sarah bin, jetzt weißt du es. Ich gab meine Mächte auf, um dich zu beschützen. Sarah, das wusste ich nicht. Dein Opfer. Ich kann nicht in Worte fassen, wie viel mir das bedeutet. Du bist wahrlich Super Sarah. Du kannst dich revanchieren, indem du alles tust, damit es nicht komplett zerbricht. Du hast mein Wort. Und wenn es Kaugummi und Büroklammern braucht, dieses Halsband wird halten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich dadurch besser fühle, aber ich weiß das zu schätzen. Ach, ich sollte mit Agatha in der Bibliothek besprechen, ob wir noch etwas vorbereiten müssen, während die Prophezeiung näher rückt. Du solltest nach Benna sehen. Ich glaube, er ist in der Schmiede. Er möchte sicher den Krieger treffen, der ihn gerettet hat. Ach, und Hunter. Gut gemacht heute. Seit Jahren suche ich Ausreden, versuchte meine guten Taten mit den schrecklichen Dingen, die der andere verbrochen hat, zu vereinbaren. Diesmal habe ich keine Ausreden. Ich war das schlimmste Monster, nicht er. Sieh an, sieh an. Wer stöbert denn da durch die Weihnachtswerkstatt? Beachte uns gar nicht. Wir wollten nur sicherstellen, dass du es in deinem neuen Spukhaus fernab der Heimat gemütlich hast. Ich schätze, jetzt geht das Gebrüll los. Sich gegenseitig beschuldigen hilft nicht. Korrekt. Wir sind hier, um dich zu empfangen, Bruce, nicht um dich anzubrüllen. Ja, und um herauszufinden, was wir wegen Lilith unternehmen müssen. Hoffentlich kann Bruce uns mit Insiderwissen weiterhelfen. Äh, Wanda, ich... Du musst dich nicht entschuldigen. Du bist jetzt zurück. Zu Hause. Gefühle kommen später. Erstmal sieht es so aus, als könnte Bruce Hilfe brauchen. Alles, was ich habe, sind Ideen. Viele Ideen. Und kein Schimmer wie Anfang. Oh-oh. Doc, du weißt, was das heißt? Könnte das wirklich... Ah, darauf kannst du wetten. Zeit für eine gute alte Avengers-Nachtschicht. So eine hatte ich nicht mehr, seit wir vor ein paar Jahren nach Wegen gesucht haben, Altrons Wachen zu zerlegen. Ich erinnere mich. Das waren Zeiten. Also, worauf warten wir? Ran an die Arbeit. Es ist grün. Und ich dachte, der Smog in L.A. wäre übel. Ich denke nicht, dass wir diese Luft atmen sollten. Hey, es ist Gamma-Strahlung. Gefahrlos einzuatmen, soweit ich weiß. Verleiht dem Himmel einen sehr schönen Farbton, oder? Wie der Himmel vor einem Unwetter. Mag mir jemand verraten, was ich da gerade sehe? Der Sturm ist fast da. Die Mitternachtssonne auch. Die Prophezeiung ist fast erfüllt. Cathern ist auf dem Weg in unsere Dimension. Nicht, solange ich was dagegen tun kann. Gehen wir rein. Wir haben zu tun. Der schlummernde Riese unter der Dunkelsten aller Festen. Bezieht schlummernder Riese sich auf Banner, Cthorn, Wander oder D? Alle genannten. Option E. Wie andere. Was? Nach deiner dritten Apokalypse oder so, weißt du nie, was in letzter Sekunde noch über Links kommt. Was auch immer. Die Hölle bricht los. Höllen brechen immer los, Blade. Es gibt nicht mehr nur eine Hölle. Ich muss nach Tante May und MJ sehen. Und vielleicht den Rest der Nachbarschaft. Keine Ahnung. Queens. Nein, Spider-Man. Je mehr Hölle wir auf uns ziehen, desto weniger Hölle gibt es überall sonst. Wir lenken Lilith ab, um andere außer Gefahr zu halten. Wir können uns jetzt nicht aufteilen. Okay. Jetzt hat jeder was anderes gesagt. Und ich hab keine Ahnung, worauf ich antworten soll. Wie wär's, wenn wir hier rüber reden? Ich finde, man kann sagen, dass, vielleicht schaffen wir das, definitiv gesagt werden kann. Das war ein langer und beschwerlicher Weg. Bravo für dieses Goldstück, Ghost Rider. Pete! Wie oft muss ich das noch sagen? Setz dich nicht auf den Hellride! Shield sagt, der grüne Himmel ist nur ein normales, atmosphärisches Ereignis? Das ist keine Bedrohung auf Avengers-Level. Ich kann mich nicht erinnern, dazu konsultiert worden zu sein. Du, Steve? Nach all dem bin ich sowas von fertig mit geheimen Pseudo-Regierungsbehörden. Vertuschung oder nicht, wir müssen eine geeinte Fassade wahren und Furies Strategie folgen. Ich bin sowas von raus. Wir müssen der Welt die Wahrheit sagen. Oder wir verlieren das Vertrauen aller Menschen mit Kamera oder Social Media Account. Also aller Erstbewohner. Das kenne ich. Die Wahrheit interessiert niemanden. Niemand glaubt, dass sich ein Urgott anschickt, aufzuwachen und das Universum zu verschlingen. Wir glauben es. Weil du es gesehen hast, Rogers. Aber ich weiß noch, wie ich bei der Avengers-Hotline mit genau der Geschichte rein gar nichts erreicht habe. Alle haben mich ausgelacht. Nun, nicht alle. Ich habe noch nichts von Cloak und Dagger gehört. Keine Zeit, über PR-Statements und Vertuschungen zu diskutieren. Nico hat recht. Wir können S.H.I.E.L.D. widersprechen und die Wahrheit sagen, aber die meisten werden es nicht glauben. Heb dir die Schadensbegrenzung für nach K'Thorns Verbannung auf. Falls wir K'Thorn verbannen. Und er hat so geleuchtet, als du hier reingekommen bist? Ja, als ob jemand ihn eingeschaltet hat. Als ob er sich auf die Mitternachtssonne vorbereitet. Ich denke, genau das tut er. Er weiß, dass sein Besitzer ihn holen kommt. Und er will gut aussehen. Ja, das ist hervorragend formuliert. Ich weiß so einiges über magische Artefakte. Besonders, wenn es Schwerter sind. Habe ich bemerkt. Vielleicht kannst du mir in einer Verschnaufpause erklären, wie genau dein Portal-Zauber wirkt. Er scheint überaus effektiv zu sein. Du willst fachsimpeln? Gern. Aber pass auf. Am Ende werde ich noch Meister der Magie. Das ist keine Drohung. Tatsächlich würde mich nichts glücklicher machen. Unsere Zeit ist fast um, Hunter. Wenn wir je herausfinden sollen, was der Gottmörder kann, müssen Tony und ich jetzt anfangen, ihn zu untersuchen. Ich weiß, du und Tony werdet etwas Hilfreiches finden. Denn die Alternative... Wäre einfach zu düster. Alles klar. Finden wir heraus, was dieser Gottmörder genau kann. Ausgezeichnet. Du kannst mit dem Amboss umgehen. Weißt du, wo du gerade stehst? Ja, das war der Ort, an dem ich... ...deine Mutter bezwungen, die Welt gerettet und dabei das ultimative Opfer gebracht hast. Sieht so aus. Die Details sind hier nicht das Problem. Ich wollte dich damals so gut ich konnte vorbereiten, aber jetzt verstehe ich, welchen Fehler ich gemacht habe. Ich habe dich isoliert, dich nach meinen Wünschen trainiert und dich so verloren. Du hast getan, was du für richtig gehalten hast. Was ich in deinen Augen brauchte, um zu überleben. Aber das hast du nicht. Du hast nicht überlebt. Du bist allein gestorben, nur weil ich dir eingeredet habe, dass du nicht mehr als eine Waffe bist. Doch du bist mehr als das. Mehr als der Titel Hunter. Du bist das einzige Kind, das ich je hatte und haben werde. Versprich mir, dass ich dich nie wieder verliere. Du musst das wissen. Ich habe immer dich als meine wahre Mutter betrachtet. Ich liebe dich auch. Gott, so emotional bin ich seit Jahren nicht gewesen. Nun, ich sollte dich dann mal wieder in deine Nacht entlassen. Da wartet eine Abtei voller Leute auf dich. Geh lieber zu ihnen, bevor es zu spät wird. Gute Nacht, Sarah. Wir sehen uns morgen früh. Das war ein schöner Augenblick zwischen euch beiden. Das war es. Weißt du, wir lieben dich wie unser eigenes Kind. Als du gestorben bist, waren wir jahrzehntelang untröstlich. Wir haben nie gewollt, dass du dieses Opfer bringst. Aber du warst schon immer so bereit zu sterben, damit wir anderen leben können. Hat den Verlust für uns noch schwerer zu ertragen gemacht. Du hast damals so viel geopfert, um Lilith zu beseitigen. Es tut mir leid, dass du all das erneut durchmachen musst. Tut es nicht. Ich fürchte den Tod nicht, Agatha. Wie könnte ich, wenn ich weiß, dass du auf der anderen Seite auf mich wartest? Und das werde ich, falls es dazu kommt. Aber ich denke nicht, dass es das wird. Wieso sollte es diesmal anders sein? Weil alles jetzt anders ist. Diesmal wirst du Lilith nicht allein gegenüberstehen. Du hast Freunde, die an deiner Seite kämpfen werden. In meinem letzten Leben hatte ich keine Freunde. Nun, ich freue mich, dass du in deinem zweiten Leben welche gefunden hast. Deine neuen Freunde werden dich diesmal nicht sterben lassen. Das kannst du nicht garantieren. Nein, nicht sicher. Aber du hast gute Chancen. Vergiss nur nicht, wie sehr du geliebt wirst und dass du das überstehen wirst. Hunter, Lust auf schlechte 80er Teenie-Filme, bevor wir gegen einen hungrigen Urgott kämpfen? Unterhaltung am Abend vor dem Kampf? Klar. Yippie! Eliana hat im Limbo einen großen Snack-Vorrat. Wir können jederzeit Nachschub holen. Clint und Natascha sprachen immer über Nichtstour gegen Wichtigtour. Ich habe das nie verstanden. Bis vor kurzem hätte es Midnight Suns gegen Avengers sein können. Tony ist der Wichtigtour. Und Nico definitiv der Nichtstour. Ach, dazu stehe ich. Gehe miese 80er-Filme nicht mit Logik an. Hey, ich habe nichts über den Plan der gestaltwandelnden Aliens gesagt, den Tanzwettbewerb zu beurteilen. Ich will nur wissen, wie die Tölpel vorhaben, so viel Chili durch das Sprinkler-System zu bringen. Mit genug Druck bekommt man Chili überall durch. Frag nicht, warum ich das weiß. Ach, klar ist der leitende Berater ein russischer Spion. Erb, ein 80er-Film. Wie wichtig war den Sowjet-Teenager-Unfug? Mehr als du denkst. Das ist mal ein Tanzwettbewerb. Ja, ich sehe den Reiz. Ach, es ist bezaubernd. Nur Magie kam in diesem Film nicht vor. Aber er gefiel dir dennoch, weil es rührender Einheitsbrei ist. Vielleicht. Der Gottmörder hat ein seltsames Verhalten an den Tag gelegt. Du meinst, von dem Leuchten abgesehen? Ja, vom Leuchten abgesehen. Das hier betrifft dich direkt, glaube ich. Mir ist aufgefallen, dass das Artefakt in deiner Gegenwart stets beginnt, fast zu pulsieren. Wenn der Gottmörder auf mich reagiert, soll ich ihn vielleicht in der Schlacht führen. Vielleicht war ich immer bestimmt, ihn zu führen. Vielleicht ist das ein weiterer Teil der Prophezeiung. Wenn ja, hoffe ich, es ist der Teil, der etwas Gutes für uns bedeutet. Denn der Rest der Prophezeiung ist nicht unbedingt vielversprechend. Ist es ungefährlich für mich, es aufzunehmen? Ich vermute, niemand außer dir kann es. Ich glaube, der Gottmörder will nicht, dass irgendwer sonst ihn berührt. Ich bete einfach, dass das etwas Gutes ist. Wenn das keine wilde Achterbahnfahrt war, was, Hunter? Es wird noch wilder werden. Weißt du, nach meinem Summa Cum Laude Abschluss am MIT wusste ich, ich werde ein Milliarden Dollar schweres Tech-Imperium aufbauen. Aber hätte man mir gesagt, dass ich mein Hightech-Avengers-Labor gegen eine dämonenbetriebene Schmiede in einer Spukabtei eintausche und mein Team aus Nobelpreisträgern gegen Dr. Spooky und den grünen Riesen, hätte ich gesagt, ich glaube nicht an Märchen. Hoffentlich behandeln deine Kollegen dich gut. Oh ja, wir haben eine Arbeitsatmosphäre wie in so einem total zerstrittenen Büro. Aber wenn ich mir einen Lieblingskollegen aussuchen müsste, dann ist das eindeutig Babs, der niedliche babylonische Dämon, der in der Esse lebt. Du magst den Dämon in der Schmiede lieber als Strange? Babs ist überraschend hilfsbereit, vor allem für ein böses Wesen, das mir ständig »Töte sie, töte sie alle« ins Ohr flüstert. Tony, ähm, muss ich mir Sorgen machen? Ach, sperr einfach nachts deine Tür zu, dann ist alles okay. Erwischt! Darauf habe ich schon lange gewartet. Erschreckt mich nicht so. Ich habe das 300 Jahre alte Dämonenkind von Lilith erschreckt. Jetzt kann ich sterben. Wenn du so weitermachst, tust du das vielleicht auch bald. Dein Gesichtsausdruck gerade war unbezahlbar. Aber sicher nichts dagegen, wie du gucken wirst, wenn du siehst, was wir gebastelt haben. Was habt ihr denn gebastelt? Streng geheim. Ich kann dir leider keine Geheimhaltungsvereinbarung schicken. Meine Assistentin ist sicher eine Lillin. Außerdem will ich die Überraschung nicht verderben. Also, sorry, Boss, aber du musst warten. Ich hasse Warten und Überraschungen. Tja, und ich habe Magie früher nicht so gern gemocht. Keine Sorge, morgen früh wird alles enthüllt. Apropos, ich muss weitermachen. Wenn man das dämonische Glimmern in den Flammen mal ignoriert, ist es hier fast wie in der Werkstatt im Avengers Tower. Fast. Du wirkst ziemlich beschäftigt. Alles gut. Richtig gut sogar. Wenn ich mich beschäftigen kann, kann ich die Dunkelheit fernhalten. Du kannst dich auch auf deine Freunde verlassen. Sie können dir helfen, wenn es dir schlecht geht. Genau das mache ich. In dieser Schmiede mit den wissenschaftlichen Instrumenten griffbereit, fühle ich mich sicher. Ich hoffe, dass ich mich daran möglichst lange festhalten kann. Mir haben ganz einfach nur ordentliche Massenspektrografen gefehlt. Und die zwei Typen da. Ich habe sie vermisst. Aber das sollen sie nicht hören. Ihre Egos sind schon groß genug. Ich lasse dich mal weitermachen, was auch immer du hier machst. Tony und ich haben so gründlich wir konnten diesen Gottmörder erforscht. Wir mussten uns auf das beschränken, was wir in der Abtei haben. Ich hoffe, ihr habt inzwischen etwas gefunden. Ähm, tatsächlich habe ich das. Es ist etwas beunruhigend, um ehrlich zu sein. Ich muss meine Erkenntnisse nochmal überprüfen. Es gibt noch ein paar Schriften. Ich vertraue darauf, dass du sie mit mir teilst, wenn du denkst, dass die Zeit gekommen ist. Das Vertrauen weiß ich zu schätzen. Aber ich fürchte, die Zeit kommt nie. Vielleicht sollte ich es dir gleich sagen. Ich hatte vermutet, dass dieses Schwert eine Verbindung zu K'thon hat. Aber mir war nicht klar, wie... ...intim diese wirklich war. Ich weiß nicht, ob mir gefällt, worauf das hinausläuft. Ich fühle mich schmutzig, wenn ich das sage. Der Gottmörder ist nicht nur eine Waffe gegen K'thon. Er besteht aus K'thon. Das ist irgendwie schlimmer, als ich erwartet hatte. Könntest du das wiederholen? Die alten Texte beschreiben K'thons letztes Erscheinen auf unserer Existenzebene, als die Menschheit sich zusammentat, um ihn zurückzudrängen und dabei einen Teil des finsteren Gottes abschnitten. Dieser Teil war verloren. Bis jetzt. Er ist wieder aufgetaucht, zu einer Waffe geschmiedet. Dem Gottmörder. Unglaublich. Ein Teil von mir will, dass wir es in die Schmiede werfen und unsere Hände in Unschuld waschen. Es wegwerfen? Wenn wir kaum verstehen, was es ist und wozu es fähig ist? Du hast recht. Ich sage nur, wie ich darüber denke. Wir müssen wissen, wozu diese Waffe fähig ist. Sie könnte unsere letzte Hoffnung sein. Ich fühle mich davon angezogen. Es will, dass ich es nehme. Nur du könntest das wohl. Jeder Versuch meinerseits, ihn anzufassen, ging nicht gut aus. War klar, dass du was für dich behältst. Ich wollte mit Hunter unter vier Augen sprechen, bevor ich es dem ganzen Team sage, aber ja, jetzt wisst ihr es. Ich dachte mir schon, dass es zu K'Fon gehörte. Man begegnet selten Dolchen, die man sofort aufs offene Meer schleudern möchte. Aber wenn du es aufheben willst, bitte? Ich kann seine Kraft spüren. Sie wächst und fällt. Als ob es atmet. Ich könnte so etwas als Nachtlicht gebrauchen. Mit einer solchen Waffe ist nicht zu spaßen. Wir hatten Glück, dass Red Skull sie derart tief verscharrt hatte. Was denn? Hat er es für harte Zeiten zurückgelegt? Er dachte wohl, er könnte damit Lilith töten. Ich schätze, in dieser Welt ist kein Platz für zwei narzisstische Psycho-Tyrannen. Und jetzt gehört es uns. Und nichts wird uns mehr im Wege stehen. Natürlich. Ach, schon gut. Ach, lass doch die Geheimnistuerei. Sag einfach, was dir durch den Kopf geht. Gut möglich, dass Lilith etwas ganz anderes mit dem Gottmörder vorhat. Sie könnte mit ihm Kethon zu einem Ganzen machen. Nun, das ändert die Lage. Nun, bereit einer Prophezeiung zu trotzen? So bereit, wie man nur sein kann. Gut. Ich gebe dir einen Moment zum Umziehen. Und um den Gottmörder zu sichern. Ich verstecke ihn, bis ich bereit bin, Lilith anzugreifen. Es ist nun ihre Welt, weißt du? Im Wesen ist der Mensch nicht schlecht. Das hat Lilith mir gezeigt. Jetzt hast du nette Worte für meine Mutter? Nein, es sind wahre Worte. Wir ehren das Andenken an deine Mutter, indem wir das Monster vernichten, zu dem sie wurde. Vergiss das nie. Worauf warten wir dann noch? Hunter, auf dich. Es ist Zeit. Das Ding ist erstaunlich. Ich tötte Monster lieber mit Silber, aber dieses Gold ist schick. Hulk-Arm glitzert. Ich krieg davon keinen Ausland. Hey, können wir bei mir das Feuer aufdrehen? Ob noch Zeit für ein paar Umhänge bleibt? Du warst all das? Also, nicht alles davon. Vieles, aber... Es war Team Arbant. Und eine gute Idee. Obwohl es nicht meine war. Ich dachte, es wäre eine nette Sache. Für unsere erste gemeinsame Apokalypse. Wie eine weise, junge Frau einst sagte, wir sind die Midnight-Sons. Eine Familie. Und Familie ist Familie. Ja. Dieses Mal... ...sind wir alle für dich da. Die Tore eines uneinnehmbaren Tempels stürmen? Sich der Mutter der Dämonen und unvorstellbaren Schrecken darin stellen? Ja, aber jetzt... Machen wir das alle mit Stil? Wenn wir schon dabei sind. Du bist dann was. Also, wer will die Welt retten? Diesen Tag wollte ich nie erleben. Bevor sich die Prophezeiung erfüllt oder endgültig zerschlagen wird. Falls du noch irgendwem irgendwas sagen willst, dann jetzt. Diese Tore wurden vor Äonen durch Götter geschmiedet, noch bevor die Menschheit entstand. Alle Armeen der Erde zusammen könnten nicht... ...und wir sind drin. Ja. Viel zu tief drin. Ich kenne diesen Ort... ...aus meinen Träumen. Aus... Willkommen daheim, Kind. Lange habe ich auf diesen Moment... Jetzt! Diese Waffe! Unmöglich! Ein... ...um dies zu beenden. Was denkst du, was ich hier versuche? Ich bin nicht hier, um Kithon zu befreien... ...sondern um ihn zu töten. Mehr Lügen von seiner Botin. Wäre das wahr, wärt ihr schon längst tot. Du überraschst mich, liebes Kind. So weit gekommen. Und doch so blind. Im Bann deines Caretakers. Lilith, nein! Du weißt nicht! Ich weiß es wohl. Sei frei, mein Kind. Lebe dein wahres Selbst. Nimm deine Waffe. Die letzte Schlacht steht kurz bevor. Nein! Es ist schon vorbei. Mein Kind. Du verlorst dein Kind, als du es uns gabst. Als unser Gefäß. Kithon! Wir stehen in deiner Schuld. Dieses verdorbene Ding war unsere letzte Hürde. Der Moment ist gekommen. ...und alles ist an seinem richtigen Platz. Es beginnt mit einem Opfer. Vier Seelen für vier Götter. Vier Helden... ...wie jene, die mich fesseten. ...aus dem Verstand meines Gefäßes. Sie werden fallen, wie auch unsere Fässer. Das Licht der Mitternachtssonne... ...erleuchtet unsere Rückkehr. Hälft mir! Rettet eure Welt! Rettet mein Kind! Selbst... ...Überschätzung. Ihr seid dem letzten wahren Gott nicht gewachsen. Welch Anmaßung! Vielleicht. Aber vielleicht müssen wir nur durchhalten. Bis der wahre Champion der Götter zurückkehrt. Du bist unser Leitbild. Wir sind für euch da. Wir sind Familie. Familie ist Familie. Du bist Teil damit, mein Tanz. Teil von uns. Hälpfer! Du hast ihn vertrieben. Ich kam zu spät. Die Mitternachtssonne, sie ist hier! Und Kärzahn auch? Nein! Zerbrochenes Gefäß! Keine Angst-Zerbrochenes Gefäß! Du wirst bald wieder heil sein, denn wir sind gesammelt. Wir sind ewig. Und wir sind nicht still! Das Spur bleibt unverschließend. Nur K'Than kann K'Than töten. Wir sind nicht still. Wir sind still. Wir sind still. Für dich, mein Kind. Ich bin hier. Geh heim. Geh und lebe. Geh heim. 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 Ich habe dich enttäuscht. Nein. Du hast mich gerettet. Uns alle. Was jetzt auch kommt, wir stellen uns dem gemeinsam. Mutter. Manchmal vergesse ich, wie schön das sein kann. Vergesse ich nie. Ich wünschte, nur alle könnten das sehen. Tja, eine gigantische Wand aus Licht hat uns gerade vom Kreuzweg der Schöpfung direkt in unsere eigene kleine Taschendimension hier in den sonnigen Vororten von Massachusetts teleportiert. Bin mir ziemlich sicher, dass jetzt nichts mehr unmöglich ist. Tja, ich glaube langsam, dass die Ältesten nie glaubten, wir würden die Prophezeiung tatsächlich überleben. Ich könnte die Aufzeichnungen der Vishanti studieren, wenn die Stadt den Wiederaufbau des Sanktums genehmigt. Lilith und Hunters Bindung hat den Tod schon einmal überwunden. Und C'thun, diese Geschichte ist noch lange nicht zu Ende. Sondern um ihn zu töten. Mehr Lügen von seiner Botin. Du überraschst mich, liebes Kind. So weit gekommen. Es ist schon vorbei. Kind. 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 Einfänger. Einfänger. Untertitelung des ZDF, 2020